Nicht, recht herzlichen Dank. Meldet mir, wenn jemand also große Töne spuckt und so weiter und so fort. Grüß dich Mona. Wie geht da? Grüß dich. Wir wollen heute friedlich darüber diskutieren. Und dann schauen wir mal, inwiefern es so etwas wie ein palästinensisches Volk gibt. Der Stream wurde angekündigt, auch auf meiner Plattform. Richtig. Nur TikTok fängt schon wieder an mit seinen beschissenen Strikes. Und spinnt wiederum. Ex-Muslim. Grüß dich. Ja, grüß dich. Wie geht da? Ja, aber nichtsdestotrotz, wir werden uns heute unterhalten. Nicht aus der ex-muslimischen Perspektive. Nicht, weil ich damals so ein Judenhasser und Israelhasser war. Sondern ich habe mich mit der Geschichte auseinandergesetzt. Ich habe geguckt, was stimmt eigentlich bezüglich der Existenz eines Volkes namens Palästinenser. Namens Palästinenser. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ja, Chai Weisio. Grüß dich. Recht herzlichen Grüße zurück in die Schweiz. Selbstverständlich. Ja, und wenn man seine Hausaufgaben macht, dann glaube ich, wird man sehr schnell herausfinden, dass es so etwas wie ein echtes Volk der Palästinenser nicht gibt. Im Grunde genommen haben wir es hier mit einer Fake-Bewegung zu tun. Ja, mit einem Fake-Volk. Und ich kann das auch in einigen Punkten auch beweisen. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was die Befürworter... Ich hoffe, dass viele Palästinenser reinkommen. Grüß dich, Rosi. Ich hoffe, dass auch viele Palästinenser reinkommen und mir beweisen, ob es sie als echtes Volk überhaupt gibt. Und ich sage euch schon einmal, ich bin gut vorbereitet. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wer sind eigentlich die Palästinenser. Und mal sehen, wie Palästinenser rechtfertigen können, woher sie kommen. Welche historischen Beweise gibt es? Archäologischen Beweise? Welche palästinensischen Chronisten gibt es, die uns beweisen können, dass vor 400, vor 900, vor 1300, vor 2000, vor 2500 Jahren so etwas wie ein Volk der Palästinenser überhaupt existiert hat? Bin ich echt gespannt. Ich danke euch natürlich auch für die Likes und auch für Spenden und so weiter und so fort. Ich bin immer wieder dankbar. Dankeschön. Ja, und darüber werden wir uns unterhalten. Ja, ich hatte ein Eingangsvideo gemacht zu meinem heutigen Livestream, aber TikTok hat es gesperrt, ja, weil ich den Titel hatte, existieren die Palästinenser, gibt es oder Palästinenser das erfundene Volk, ja, da bin ich echt gespannt. Also diese Chinesen-Plattform leuchtet mir einfach nicht ein, ja, auf der einen Seite internieren und ziehen sie Muslime in Arbeitslager, ziehen sie um und ihr, oh, freie Palästiner. Ja, kein Bock, freie Palästiner, was heißt kein Bock? Kein Bock, freie Palästiner oder kein Bock, mich zu hören und Freiheit für Palästiner. Ja, das ist bestimmt schon dein Nachname, ist echt abstoßend, ja. Ja, also solche vulgären Nachnamen, ja, ist echt übel. Ja, und ich warte natürlich darauf, ich freue mich auf Leute, die mit mir diskutieren wollen über die Existenz eines Palästinenser Volkes. Was macht Israel, ja, was macht Israel? Ist das, was Israel tut, unmenschlich? Ist Israel ein Apartheid-Staat? Ja, was ist ein Apartheid-Staat? Und ja, dein Name ist sehr schön. Und weißt du, warum dein Name auch so schön ist? Weil du ziemlich doof bist und deswegen Arrivederci. Ja, solche ekelhaften Typen will ich ja nicht in meinem Stream. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was ist eigentlich Dorot, Mr. Wagner? Was ist eigentlich Apartheid? Und wie kann man Israel und den Apartheid-Staat von Südafrika in eine Box schmeißen? Und da bin ich gespannt darauf, was andere Leute sagen. Sicherlich werden sich viele Muslime, aber auch sehr viele Araber getriggert sehen, mit mir hier diskutieren zu wollen. Sie sind auch aufgeregt über die Tatsache, dass ich hinter mir die israelische Flagge habe. Aber ich habe auch die palästinensische Flagge, ich zeige sie euch mal. Allerdings nicht unkommentiert. Hamas ist gleich ISIS, Al-Qaida, Jihad, Terror und Islam ist auch Terror. Und dann diese wunderschöne blau-weiße Fahne. Und so gehört sich das auch. Ich habe eine palästinensische und eine israelische Flagge. So sieht es aus. Und ich stehe gerne für dieses kleine jüdische Volk ein. Sehr gerne. Weil ich genau weiß, was es bedeutet, wenn die Muslime oder der Islam die Oberhand gewinnt über diesen Konflikt. Jetzt im Moment verbünden sich überall in der islamischen Welt, aber auch im Westen, verbünden sich die Feinde der Zivilisation und bekämpfen diesen kleinen Staat in der Größe von Hessen. Ihr Ziel ist es, die Auslöschung des jüdischen Staates. Sie wollen ihr altes Versprechen, das sie vor 1400 Jahren gegeben haben, nämlich die Ausrottung der Juden im Islam. Die wollen sie jetzt einlösen. Es geht nicht um Territorium. Und ich beweise euch auch, dass führende palästinensische Politiker, PLO-Funktionäre, dass sie schon damals gesagt haben, es geht nicht um Palästina. Es geht um etwas völlig anderes. Und ich beweise euch das später, die Zitate von führenden PLO-Leuten. Und ihr werdet sehen, es ist alles Bullshit, meine Freunde. Alles Bullshit. Sie wissen, sie wissen, dass es nicht um Territorium geht, weil in der Territoriumsfrage werden die Palästinenser immer verlieren. Immer. Sie können mit keinem einzigen Schriftstück beweisen, dass es dort je ein palästinensisches Volk gegeben hat oder dass sich die Menschen, die dort gelebt haben, als Palästinenser geoutet haben. Sie kommen oft, ja, wie hieß denn diese Region vor der Staatsgründung Israels? Ja, stimmt, Palästinenser. Das heißt aber noch lange nicht, dass es ein Volk der Palästinenser gibt. Dieses Wort Palästinens, eine Erfindung der Römer, kommt aus dem römisch-lateinischen Palästan. Und das war ein ablenkendes Wort, weil man die Juden aus Judäa damals vertreiben wollte. Und die Römer hatten die Nase voll von den Juden. Und deswegen wollten sie die Juden trennen von diesem Gebiet. Und die Juden lebten in einem Gebiet, das sich Judäa nannte. Und Judäa bedeutet in der Übersetzung Land der Juden. Und damit die Römer eine Trennung vornehmen können oder die Juden diskonnekten können von diesem Land, haben sie diese Region Judäa, Land der Juden, in Palästina umgeändert. Die Durchreisenden heißt das übersetzt. Und so wollten sie die Identität der Juden mit dieser Region zum Auslöschen bringen. Das ist der Grund, warum die Osmanen diesen Begriff nicht übernommen haben. Also die Osmanen nannten das einfach nur Transjordanien. Das war ihr Herrschaftsgebiet der Osmanen und sie nannten das Transjordanien oder Transsyrien. Und später haben die Briten aufgrund des Völkerbundes oder beziehungsweise der Völkerbund hat diese Region Palästina, den alten römischen Begriff Palästina haben sie übernommen und haben gesagt zu den Briten, verwaltet dieses Gebiet. Und die Briten sind sofort gekommen und haben sich darum gekümmert, dieses Gebiet tatsächlich aufzuteilen in einen jüdischen und einen arabischen Staat. So ist es. Und ich werde euch mal auch etwas zeigen, so über die Verhandlungschancen, die die Araber damals gehabt haben. Sie hatten fünfmal, mindestens fünfmal in den letzten 100 Jahren die Chance, sich hinzusetzen und einen Staat zu bekommen. Nach ihren Vorstellungen, nicht nach den Vorstellungen der Juden oder des Völkerbundes und später der Vereinten Nationen. Überhaupt nicht. Sie hatten die Chance auf einen palästinensischen Staat und sie hätten den Juden ihr kleines Gebet auch gelassen. Aber die Araber hatten andere Ziele im Kopf. Sie hatten diese Vision im Kopf, alles gehört uns und die Juden haben hier nichts verloren. Dabei ist es genau umgekehrt. Die Palästinenser sind ein Fake-Volk. Es gibt keine Palästinenser. Ich fordere jeden Palästinenser heraus, mir zu beweisen, ob es so etwas wie ein palästinensisches Volk überhaupt gibt. Es gibt kein palästinensisches Volk. Die Fahne, jetzt zeige ich euch mal was, weil ich hier viele Palästiner-Sympathisanten sehe. Schaut euch jetzt mal an, woher die Palästiner-Fahne kommt. Ich zeige es euch mal, okay? Wundert euch nicht, wie lächerlich das ist. Okay, Freunde, bitteschön. Das ist die Fahne von Jordanien, okay? Das ist die Fahne von Jordanien. Viel Spaß. Böck, ups. Was ist denn hier passiert? Böck, 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 Böck. Habt ihr den Unterschied bemerkt zwischen der jordanischen Fahne und der palästinensischen Fahne? Ein kleiner Stern, ein siebenzackiger Stern im roten Balken. Das ist der Unterschied. Und warum? Jordanien hat es gar nicht gegeben. Das ganze Gebiet hieß Transjordanien, bis nach Jerusalem. Transjordanien. Und die Juden haben in diesem Gebiet immer schon gelebt. Und das Gebiet, was damals angeblich Palästina hieß, war eigentlich nur Transjordanien. Warum haben die Palästinenser nie Aufstand gemacht gegen die jordanische Herrschaft bis 1967 über Jerusalem? Ja, weil sie die Jordanier als ihre Brüder bezeichnet haben und weil sie keine Palästinenser zu diesem Zeitpunkt waren. Bis 1967, 68 hat kein Widerständler, kein Araber, der angeblich aus Palästina ist, je gesagt, ich bin Palästinenser. Sie haben immer gesagt, ich bin Araber aus Transjordanien. Es gab überhaupt keine Palästinenser. Yasser Arafat war der Erste, der von Palästinenser und Palästina im Kontext dieser beiden Wörter gesprochen hat. Und dann, 1974, hat die UN zum ersten Mal das Wort Palästinenser in den Mund genommen. Aber davor hat kein arabischer Politiker je gesagt, wir sind Palästinenser. Sie haben immer gesagt, wir sind Araber aus Jordanien, Syrien oder Ägypten. Warum haben die Palästinenser, diese Fake-Palästinenser, sich nicht beschwert über die ägyptische Kontrolle über Westbank und Gaza? Ja, weil sie sie als Araber betrachtet haben. Und weil sie sich selber nur als Araber betrachtet haben. Und solange Araber diese Region verwalten, ist auch völlig in Ordnung. So, jetzt zeige ich euch mal ein anderes Zitat von einem palästinensischen Führer, Soher Mohsen. Er war palästinensischer Politiker, der von 1971 bis 1979 die syrisch kontrollierte PLO-Gruppierung Ass Saika anführte und 1979 einem Attentat zum Opfer fiel. Er sagte in einem Interview mit der niederländischen Zeitung Truth, ein palästinensisches Volk existiert nicht. Das sagt ein palästinensischer PLO-Funktionär. Die Schaffung eines Palästinenser-Staates ist nur ein Mittel, um unseren Kampf gegen den Staat Israel zugunsten unserer arabischen Einheit fortzusetzen. In Wirklichkeit gibt es heute keinen Unterschied zwischen Jordanien, Palästinensern, Syrern und Libanesen. Nur aus politischen und taktischen Gründen sprechen wir heute über die Existenz eines palästinensischen Volkes, weil arabische nationale Interessen verlangen, dass wir die Existenz eines bestehenden palästinensischen Volkes setzen, um dem Zionismus entgegenzustehen. Aus taktischen Gründen kann Jordanien, was ein souveräner Staat mit definierten Grenzen ist, nicht Ansprüche auf Haifa und Jaffa stellen, während ich als ein Palästinenser zweifelsfrei Haifa, Jaffa, Beersheba und Jerusalem beanspruchen kann. Allerdings in dem Moment, in welchem wir unser Recht auf ganz Palästina reklamieren, werden wir mit der Vereinigung von Palästina und Jordanien nicht eine Minute warten. Das hat ein hochrangiger palästinensischer Funktionär der PLO 1977 in einer niederländischen Zeitung gesagt. Und das ist, was die Palästinenser wirklich machen. Sie wissen, dass sie gar nicht existieren. Sie wissen, sie existieren gar nicht. Sie wissen es. Ja, sie wissen, sie existieren nicht. Sie tun das aus, die Hamas sagt in ihrer Hamas-Charta. Das ist sozusagen, was die Hamas vorhat. Ja, und ich zeige es euch, falls die, die es nicht glauben wollen, was die Hamas sagt. Okay? So. Und dann könnt ihr euch mal sehen. Die Hamas-Charta sagt in ihrer Einführung, in den ersten paar Sätzen ihrer Hamas-Charta, sagen sie, Israel existiert nur so lange, bis wir es ausgelöscht haben. Dann ist Israel weg. Die Hamas ist also keine Nationalbewegung. Sie will nicht eine Lösung in dem Konflikt, zwei Staatenlösung. Nein, sie wollen den Judenstaat auslöschen. Warum? Weil sie eine alte islamische Rechnung aufhaben. Die Hamas sind Antisemiten. Sie sind Judenhasser. Und sie sind brutale islamische Dschihadis. Und in der Hamas-Charta sagen sie auch in Artikel 13, dass selbst wenn der Kampf mit Israel gewonnen wird, sie nicht aufhören würden, die Juden zu bekämpfen. Warum? Weil der Prophet Mohammed das gesagt hat. Die Stunde, Abu Hurayra überliefert das, die Stunde wird nicht kommen, bis wir nicht die Juden bekämpft haben. Ja, bis wir die Juden nicht bekämpfen und sie töten. Und das ist die Realität von Hamas. Deswegen habe ich hier die Flagge. Ja, hier bitteschön. Hamas ist gleich IS, ist ISIS, ist Al-Qaida, ist Dschihad, Terror und Islam ist auch Terrorismus. Ja, Moderatoren, ihr könnt auch löschen, wie es euch beliebt, liebe Freunde. Fühlt euch frei zu machen, was ihr wollt. Okay, das sind die großen Unterschiede. So, jetzt möchte ich gerne Palästinenser hier in meinem Stream haben, die mir beweisen. Vielen Dank, Britsche. So, jetzt will ich hier Palästinenser und Araber und Muslime hochholen und die sollen mir beweisen, dass es einen Palästiner gibt. Eine archäologische Ausgrabung, in der es von einem palästinensischen Volk gesprochen wird. Und kommt mir nicht mit diesem Bullshit der Philister, die damals im 12. Jahrhundert sozusagen einen Konflikt hatten in der Region, die heute Israel heißt. Die Philister sind eindeutig aus dem Mittelmeer gekommen. Ihr könnt das nicht gewesen sein. So, da möchte ich gerne irgendeine Argumentation hören. Und wer von euch erzählt mir irgendetwas über... Hallo, hallo? Ja, bitte. Also eine Frage. Gerne. Warum bist du mit Israel? Nochmal? Warum bist du mit Israel? Also du bist mit Verschiezen? Ja, kann ich dir beantworten. Erstens... Ja, beantworten. Die Staaten, als ich diese kleine Stadt... Mach mal deinen Tun bitte aus. Okay, okay. Ja, sonst hört man nicht zu laut. Erstens, die Araber hatten 22 Staaten 1948, als der kleine Staat Israel gegründet worden ist. Jetzt haben sie mittlerweile 56 Staaten. Ich bin mit Israel, weil die Geschichte des jüdischen Volkes lässt sich bis zu 3.700 Jahre auf dieses Gebiet zurückverfolgen. Im Gegensatz zu den sogenannten Palästinensern gibt es aber israelitische bzw. jüdischer Königreiche, die dort in dieser Region existiert haben. Es lässt sich archäologische Funde beweisen, dass es einen kontinuierlichen Bezug der Juden zu diesem Land gibt. Gibt es einen kontinuierlichen Bezug der sogenannten Palästinenser zu diesem Gebiet? Nein, überhaupt nicht. Wenn man sich die Geschichte anguckt, dann erlebt man, ab dem 12. Jahrhundert ändert sich plötzlich die Kultur in diesem Land. Warum? Weil die sogenannten Philister übers Mittelmeer nach Israel gekommen sind oder in die Gebiete, die die Briten Palästiner genannt haben. Ich bin für das jüdische Volk... Warte, Moment, ich lege erst mal meine Argumentation vor, dann kannst du deine Argumentation vorlegen. Ich bin für das jüdische Volk, weil das jüdische Volk durch die Geschichte hindurch von Antisemiten oder von Antisemiten durch die jüdische Geschichte gejagt worden ist. Mein Freund, kannst du den Ton bitte ausmachen? Äh, Israel? Nein, nein, warte mal, warte mal. Ich habe den Ton ausgemacht. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Argumentation. Ich bin für den kleinen Staat Israel, weil die Juden durch die Geschichte hindurch von Antisemiten gejagt wurden. Weil der Islam 1400 Jahre die Juden als Vertragsbrecher, als unglaubwürdige, als nicht vertrauenswürdige Menschen einstuft, weil der Koran voller Hass gegen Juden ist, weil die Hadith-Literatur gegen Juden ist und weil der Prophet Mohammed innerhalb von 23 Jahren die sämtliche jüdische Stämme der arabischen Halbinsel ausgelöscht hat. Ich bin für Israel, weil der christliche Antisemitismus teilweise genauso dafür verantwortlich war durch die Behauptung, die Juden hätten Jesus Christus ermordet und haben auf diesem Behauptung, haben sie dann viele antisemitische Lügen gegenüber den Juden aufgebaut. Kein Volk in der Geschichte hat so gelitten wie das jüdische Volk. Und ich bin dafür, weil 1948, beziehungsweise die Bemühungen 1880 bis 1948 gab es keinen... Natürlich, wie redest du so schnell? Wie redest du so schnell? Warte mal. Ja, dann lern mal zuzuhören. Was soll ich sagen? Ich rede ganz normal. Okay? Tatsache ist zwischen 1880 und 1948 gab es so gut wie keine arabischen Staaten. Syrien und Irak haben nicht existiert. Jordanien hat nicht existiert. Die meisten umliegenden Staaten haben nicht existiert. Die arabische Halbinsel, die ganzen Golfstaaten haben nicht existiert. In dieser Zeit, in der noch keine Nationalstaaten gegründet worden sind, haben die Juden unter Theodor Herzl, der die Zionistenkongresse in Basel abgehalten hat, die Chance ergriffen hat, gesagt, gut, wir gehen an einem Ort zurück, weil wir so viel verfolgt worden sind durch Antisemiten auf der ganzen Welt, dass wir an diesem Ort, das heute Israel genannt wird, gehen wir zurück und schaffen Schutz für unser eigenes Volk. Das ist meine Meinung. Banik Israel. Okay. Ich habe etwas Gutes über Israel geredet, aber ich glaube es mir. Pass mal auf, pass mal auf. Ich bin hier ernsthaft zu diskutieren, okay? Wenn du Stielchen machen willst, wenn du beleidigen willst, kannst du gleich wieder rausgehen, okay? Ich habe Argumente vorgebracht. Aber weißt du was? Du hast alles gelügt geredet. Also du hast alles gelügt. Das ist bei mir nicht richtig. Entweder bringst du deine Argumente vor oder ich hole den Nächsten hoch. Leck mal ein Eier, bist du kurz und verpiss dich schon mega. Das zeigt uns wieder. Du bist ein primitiver Typ. Das ist auch daka. Genau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ihr, jedes Mal, wenn ich so einen Clown habe, das ist die Hamas. Hamas ist IS, Al-Qaida, Dschihad und der Islam macht gute Menschen zu bösen. Menschen. So, Punkt fertig. Mal sehen, ob jemand anderes was sagen kann. Nächste. So, Wafa. Bitteschön. Guten Abend erst mal. Ja, ein wunderschön. Also ich bin ein stiller Zuschauer sonst, aber die Äußerungen haben mich ein bisschen beschämend sprachlos gemacht, muss ich vorweg sagen. Welche? Ihre, Ihre Äußerung. Über das die Geschichte war und wie viele islamische Staaten es gab. Und in einer Sache muss ich Ihnen recht geben. Ja, leider hat das Judentum sehr stark gelitten in der Geschichte. Das will ich gar nicht ableugnen. Und wie sie gelitten haben, das waren die Vorfahren, die da leider durch mussten. Wir können aber nicht jedes Mal von irgendwen die Geschichte wieder aufkauen. Darum geht es gar nicht. Und soll es auch nicht gehen. Denn sonst wäre es ja nicht Geschichte. Das, was wichtig ist, ist das, was heute ist. Das, was jetzt passiert ist. Das, was jetzt gekommen ist. Natürlich. Nein. Also es gibt, es gibt keine, ähm, es gibt keine Situation auf dieser Erde, die nicht im historischen Kontext betrachtet werden kann. Wenn wir heute von einem Israel sprechen und viele Palästinenser sagen, es gibt kein Israel. Und wenn ich aber sage, doch, es gibt ein Israel und es gibt auch ein Recht des jüdischen Volkes auf diese Region, dann müssen wir zurück in die Geschichte gehen. Aber das Recht können Sie sich doch nicht einfach so von heute auf morgen nehmen. Dann hätten die da nicht weggehen müssen. Dann hätten dort auch die Palästinenser sich, sage ich mal, nicht ihr Palästine aufbauen dürfen. Verstehen Sie, was ich meine? Wir wollen bitte auf Augenhöhe uns unterhalten. Sie wollen gehört werden. Ich möchte gerne bitte gehört werden. Und ich bin auf beider Seiten. Wissen Sie auch, warum ich auf beider Seiten bin als Palästinenserin? Weil ich sonst nämlich eine Verleugnerin meiner Religion bin. Weil der Islam ist ein Bestandteil des Korans. Und es ist mir scheißegal, welcher dumme Araber da jetzt vielleicht uns gerade zuhört und sagt, nein, ist aber so. Was ist Bestandteil? Der Judentum. Der Judentum ist ein Bestandteil des Korans. Danach der Christentum ist der zweite Bestandteil des Korans. Und danach kommt quasi Kapitel 3, dem man ja heute nur Koran nimmt. Aber es ist eine einfach fortlaufende der Propheten, die geschrieben worden sind, gesandt worden sind und uns Menschen mitgeteilt worden sind. Ob wir wollen oder nicht, wir sind eins. Und wenn ich diese Gruppierung Juden, Muslime, nein, Mann, der Muslime ist ein Inder, der Muslime ist ein Palästinenser, der Muslime ist ein Libanese, der Muslime ist ein Türke. Genau so ist das aber auch für die Juden. Für die Juden, Juden bedeutet nicht gleich Israel. Das kann auch ein russischer Jude sein, das kann ein deutscher Jude sein. Warum wird das alles in einen Topf geschmissen? Nicht mit den Kopfwedeln. Ist so. Ich schüttel mit dem Kopf, weil erstens, sind die Juden eine Religion oder sind die Juden ein Volk für dich? Ein Volk. Okay, wunderbar. Was ist der Ursprung der Juden? Auf wen gehen die Juden zurück? Wieso gehen sie jetzt so weit in die Geschichte rein? Sehr wichtig, weil du gerade gesagt hast, auch ein russischer Jude ist etwas anderes als ein arabischer Jude zum Beispiel. Es gibt es doch in jeder Nationalität, gibt es Christen, Muslimen, Juden, es gibt es alles. Es gibt es Autodoxen, es gibt es alles. Das wird einfach verleugnet. Und das ist das, was mich ärgert. Die Christen sind eine Religion. Die Juden sind ein Volk. Die Christen sind kein Volk. Die Christen sind eine Gemeinschaft aus Gläubigen. Aber die Juden sind ein Volk. Jetzt geht es aber mal nach hinten rum, glaube ich. Nein, es geht nicht nach hinten rum. Der Unterschied ist, dass Muslime sind keine Rasse. Weil Israel ist einfach nur ein Staat. Und Israel wurde einfach nach etwas benannt. Und wenn Sie jetzt einen auf intelligent tun möchten, dann sagen Sie mir doch bitte, nach was es so genannt wurde. Du möchtest wissen, was der Name Israel bedeutet? Nein, ich weiß es ja. Ja, was heißt es denn? Na, googeln Sie mal nicht. Gucken Sie mir doch in die Augen. Googeln Sie das mal nicht. Nein, ich gucke jetzt nach etwas anderem. Ich gucke nach etwas anderem. Ach, das ist Bullshit. Sie haben auch gar keine Ahnung. Daran beweisen Sie mir doch, dass Sie ohne Google überhaupt nichts wissen. Sie stehen einfach nur einfach da und wollen einfach Unruhe machen. Und diese Unruhe verteilt sich gerade überall auf den Straßen durch so eine Menschen wie Sie. Und durch so eine Heuchler, durch so eine Heuchler, die einfach nur irgendwelche Unruhe... Nein, das geht nicht. Dann gehen Sie doch zu Satz 1, gehen Sie zu RTL, gehen Sie zu weiß ich wohin und machen Sie es dort weiter. Damit weiterhin jeder Dumme, der kein Gehirn hat, Ihnen genau das glauben kann. Das ist sowas von Hirn verbrannt, was Sie gerade machen. Ja, das, was du jetzt tust, das nennt man Attacken ad hominem. Also du wirst persönlich. Jedes Mal, wenn ein Mensch persönlich wird, gehen ihm die Argumente aus. Du wolltest wissen, was Israel ist. Okay? Und ja, hier sind zwei Bildschirme. Und selbstverständlich habe ich hier meine Datenbank. Und ich rufe natürlich meine Daten auf, damit ich keine Fehler in meiner Argumentation mache. Vieles, was ich heute sagen werde, werde ich aus meiner Untersuchung, die ich die letzten Jahre gemacht habe, werde ich hier natürlich abrufen. So blöd bin ich ja auch nicht. Nicht kann ich alles im Kopf behalten. Die Diskussion, ob es Israel heißt oder Populi oder Mupuli, spielt überhaupt keine Rolle. Die Tatsache ist, ich bin heute hier, um das Existenzrecht Israels zu verteidigen. Und das Existenzrecht Israel ist nicht verhandelbar. Warum? Weil die Juden mehr Beweise auf dieses Land haben, als die Palästinenser, die sogenannten Palästinenser, je haben werden. Du bist keine Palästinenserin. Du bist eine Araberin. Das Wort Palästinenser ist eine Erfindung. Jetzt gehen wir mal weiter. Nächste. Ja, ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen durch und gucke mal, wer da ist. Ja, bitte. Und keine Antwort. Nächste. Dann schauen wir uns mal an, was es hier noch gibt. Ich biete euch hier eine Chance an, normal zu diskutieren. Beweise gegen Beweise. Gut, Marie will auch nicht. Alle drücken sich weg. Kein Problem. Schauen wir einfach mal weiter. Gut, ich sehe jetzt hier nicht so viele Leute, die hier hochkommen wollen. Gut, schauen wir uns mal an. Bitte schön. Ey, eine Frage. Was hast du gegen Muslime? Was hast du gegen Muslime? Das ist nicht heute beim Thema. Goodbye. So, weiter. Es geht heute um Israel. Okay? So, Asya. Bitteschön, Asya. Ja, hallo. Guten Abend erst mal. Guten Abend. So, ich wollte Sie fragen. Sie meinten ja, dass die Juden damals auch sehr viel durchgemacht haben und so. Was denken Sie? Aber ich meine, die Palästinenser tun es ja jetzt auch heutzutage. Wissen Sie, was ich meine? Ja, du sprichst über die schlechte Lage der Palästinenser im Westjorderland, in Westbank und Gaza. Und du bemängelst zum Beispiel dieses angebliche Freiluftgefängnis im Gaza zum Beispiel. Und du sprichst über die Lage im Westjorderland und dass immer wieder Palästinenser sterben und die Israelis daran schuld sind. Also erst einmal folgende Dinge. Gaza ist 1987 unter die Kontrolle der Hamas gekommen. 2005 hat Israel sich entschieden, den Gaza zu räumen und über 7000 jüdische Siedler aus Gaza zu räumen. Und zwar mit Gewalt. Die jüdischen Siedler wollten nicht gehen. Israel hat das gemacht, damit es Frieden gibt zwischen den Gazianer und den Israelis. Was passierte? Die Hamas wurde 1987 gegründet, hatte also von 1987 bis 2005 Zeit, sich militärisch hochzurüsten. Die ganze internationale Hilfe, die in den Gaza geflossen ist, haben die Terroristen der Hamas genutzt, um Waffen zu bauen. Nicht um die Infrastruktur auszubauen, nicht um die Not des palästinensischen Volkes, der Fake-Palästinenser, die eigentlich nur Araber sind, aus dem Westjordanlandgebiet zu mindern, sondern sie haben sie benutzt, um sich militärisch hochzurüsten. Israel war bereit, 2005 Land für Frieden abzugeben und hat Israel auch gemacht. Sie sind raus aus dem Gaza. 7.000 Juden sind rausgeschmissen worden von den Juden, selbst, damit die Menschen in Gaza leben können. So, die Lebenssituation in Gaza ist keine Schuld der Israelis, sondern in Gaza wurde die Hamas von 77% aller Menschen gewählt. Das ist ja alles schön, da ist es sehr schön. Eine Sekunde, ich muss das erklären. Durch die Wahl ihrer Führung haben die Palästinenser praktisch einer terroristischen Bewegung im Gaza grünes Licht gegeben. Fast 1.000 Juden abgeschlachtet. Und was Israel jetzt tut, ist eine Antwort, wie eine chemische Reaktion, Aktion gleich Reaktion. Hätte es diesen Angriff nicht gegeben, wäre jetzt dieses Problem vom Tisch. Und die Hamas will auch keine Friedensgespräche mit Israel. Sie will Israel vernichten. Wie geht man also mit so einer Bewegung um, die sich nicht anerkennt? Das ist mir ja schon alles bewusst, wissen Sie. Das Ding ist, die Palästinenser, die hatten ja einfach nur diese eine Chance. Ich weiß natürlich, es ist auf keinen Fall... Welche eine Chance? Ja, 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 ist okay. Nein, nein, von welcher eine Chance meinst du? Von welcher eine Chance redest du? Ja, dass es an diesem Feiertag war, dass sie da halt angegriffen haben. Du nennst das eine Chance? Nein, natürlich nicht. Aber für sie war es halt die Chance. Ich bin ja auch nicht dafür. Ich finde es ja auch auf keinen Fall gut. Ich bin ja auch generell, dass sie attackiert oder angegriffen haben, das finde ich ja auch nicht gut. Aber ich versuche ihnen zu erklären, es ging jahrelang so, dass irgendwie die Palästinenser gelitten haben und das Ding ist, es geht mir jetzt einfach darum, dass diese Israelis, dass sie einfach mit Menschen, also die gehen damit um, als wären es Tiere. Es gibt Beiträge, wie die wirklich, sie pissen auf Leichen, tut mir leid für diesen Ausdruck, aber auf Leichen, wissen sie was, Schweine? Also ich sehe gar keine Menschlichkeit und ja, okay, es kann natürlich hier Terrorgruppe, hier Terrorgruppe, da, die wollen sich irgendwie... Terrorgruppe hier, Terrorgruppe da, die Leute haben 400 Leute von einem israelischen Fest ermordet. Ja, das geht nicht. 400 jüdische, 400 Israelis, die an Absicht... Aber es geht ja jahrelang so, dass die Palästinenser auch irgendwie getötet werden und sie setzen sich hier gerade nur für die Juden ein. Ja, okay, ich bin auf keinen Fall dafür, dass es gut war, dass sie hier angegriffen haben, aber es geht jahrelang so, wissen sie was, Schweine? Jahrelang so, weil jahrelang aus dem Gaza Raketen auf Israel abgeschossen worden ist. Israel hat überhaupt nichts oder wird zu keinem Zeitpunkt in die besetzten Gebiete einfallen, wenn die Araber aufhören würden, Raketen abzuschießen, ihre Selbstmordattentäter nach Jerusalem zu schicken oder Siedler zu ermorden, dann würde der ganze Ärger aufhören. Israel reagiert nur. Israel geht nicht grundlos in den Gaza, Westjordanland oder Westbank und tötet Menschen, sondern Israel reagiert auf Terror. Und diesmal hat Israel auch wieder reagiert. Und das Motto von Israel, als Israel gegründet worden ist, nie wieder. Die Juden haben gesagt, wir werden nie wieder erlauben, dass irgendein Volk auf dieser Erde uns in so einer großen Form auslöscht. Und deswegen reagieren die Israelis besonders hart auf diesen Überfall. Das ist Krieg. Das ist keine Attacke von einer terroristischen Bewegung. Das war ein Massenmord an Israelis. Ich sage Ihnen jetzt mal was. Das Ding ist, warum die Palästinenser jetzt so, keine Ahnung, warum jetzt so viel hineinstehen und warum jeder die Israelis kritisiert, das ist der Punkt, weil es heutzutage, also wir haben 2023, es gibt noch Kriege, wissen Sie was ich meine. Und das sollte eigentlich in dieser Generation nicht mehr normal sein. Und ja, das Ding ist, ich finde es halt einfach nicht in Ordnung. Generell, jetzt ist es halt so für die Israelis, weil sie jetzt als Böse dastehen, weil sie es halt jahrelang gemacht haben. So wissen Sie damals ja, okay, Hitler hat die Juden damals gegast, damals ist er der Böse, wissen Sie was ich meine. Und es ist halt einfach so. Und es geht halt um die Menschlichkeit und die ist bei den Israelis einfach nicht da und darum geht es. Die Hamas ist in diese Grenzgebiete von Israel eingefallen. Sie haben 400 tanzende Menschen auf einem Schlag ermordet. Dann sind sie in die nahegelegenen Orte gegangen und haben alte Menschen getötet. Sie haben Kinder umgebracht. Sie haben über 40 Kinder enthauptet oder verstümmelt. Sie haben, es gibt so viele Hamas-Videos, wo so ekelhafte Dinge passieren. Aber das haben doch beide gemacht. Ich verstehe jetzt nicht, was es gibt. Die Juden gehen nicht und köpfen nicht irgendwelche palästinensischen Kinder. Das ist eine Eigenart von den muslimischen Palästinensern. Hä, wie wollen Sie es nachweisen? Nur in den Gazastreifen, nur in den Westjordanland und nur in den Gazastreifen, wenn die Palästinenser Raketen abschießen oder wenn aus dieser spezifischen Region Attentate passieren. Sonst sucht Israel nichts in den besetzten Gebieten. Es sind die Palästinenser, die seit 80 Jahren permanent Krieg führen gegen Israel und nicht umgekehrt. Die Palästinenser hatten mindestens fünfmal in ihrer Geschichte die Chance, am Tisch zu sitzen und mit den Juden zu verhandeln. Und sie hatten fünfmal die Chance auf einen Palästinenser-Staat. Und wo ist der geblieben? Weil die Araber nicht satt werden konnten, neben ihren 56 Staaten auch noch diese kleine Region dazu bekommen. Bekämpfen sie die Juden, eisern seit 80 Jahren. Und die Juden haben, verdammt nochmal, so viel Anrecht auf dieses Gebiet. Weniger als die sogenannten Palästinenser je hätten auf dieses Gebiet. Die Palästinenser, das Volk existiert nicht. Es ist ein Fake-Konflikt. Es gibt Araber, die dort leben und die haben auch ein Recht dort zu leben. Aber ansonsten gibt es keine Palästinenser. Dieses Wort Palästinenser wurde erfunden. Es ist eine Erfindung von Yasser Arafat, beziehungsweise eine Erfindung von PLO. Die Juden wehren sich. Die Juden machen nichts von alleine. Sie wehren sich auf die andauernden Angriffe seit 80 Jahren durch die arabischen Widerstandsbewegungen. 1948, fünf Armeen. 1987 haben sie den Sechstagekrieg begonnen. Da sind dann ganz viele arabische Armeen auf Israel losgegangen. Jedes Mal, jedes Mal, wenn Israel die Hand gereicht hat, passierte dann, dass es noch schlimmer wurde. Israel ist nicht freiwillig in den Libanon gegangen. Israel ist nicht freiwillig gegangen und hat die Golanhöhen genommen. Israel ist auch jetzt nicht freiwillig in Gaza. Israel ist in Gaza, weil aus Gaza 1000 Kämpfer an einem Tag 1200 Menschen abgeschlachtet haben. Deswegen sind sie drinnen. Heute hätte Gaza ruhig sein können und hätten die Araber, wären die Araber vernünftig und würden sich vernünftig an den Tisch setzen, dann hätten sie die zwei Staatenlösungen längst akzeptiert und diese beiden Völker hätten einander gelebt. Aber wie soll Israel mit einer Terroristengruppe wie der Hamas überhaupt Frieden schließen, wo doch die Hamas in ihrer Grundsatzerklärung geschrieben hat, wir kämpfen gegen Israel, bis es Israel nicht mehr gibt. Achso, und das wollen die Israelis nicht machen? Nein, das wollen die Israelis nicht machen. Die Israelis haben fünfmal Friedensangebote gemacht. Und 2005 haben die Israelis 7000 Juden aus Gaza rausgeholt und haben gesagt, raus, das gehört den sogenannten Palästinensern, als Friedensangebot. Und nachdem sie 7000 Juden gewaltsam, die jüdischen Siedler haben sich natürlich gewehrt gegen diese Entwurzelung aus Gaza. Kann ich mal ganz kurz, ich will ganz kurz was dazu sagen. Also ich bin hier nicht irgendwie um zu diskutieren. Ich habe hier auch offene Fragen auf jeden Fall, die ich Ihnen stelle. Also falls ihr denkt, natürlich, ich bin für Palästina, weil das, was ich darüber weiß, ist einfach nur Positives dafür. Ich bin jetzt hier mit Ihnen im Live, um mich auch etwas darüber zu erkundigen. Aber ja, natürlich, was in der Vergangenheit war, das kann das, ich bin halt für Gerechtigkeit, das sage ich Ihnen hier offen und ehrlich. Und was davor war, genau, das, was davor war, kann ich nicht wissen. Aber auf jeden Fall, ich sage mal Free Palästina und gehe hier dann so mit raus. Free Palästina heißt, dass du Israel nicht akzeptierst. Free Palästina bedeutet, denn Free Palästina bedeutet alles... Nein, ich finde das einfach unmenschlich, was Israel macht, das geht einfach gar nicht. Du hast gerade eine Hammers-Parole unterstützt. So nett bist du nicht, wie du dich jetzt gerade gibst. Ja, ich bin doch nicht. Free Palästina bedeutet kein Israel. Nein, sowas ist... Aber gucken Sie... Wenn du gesagt hast, es ist Freiheit für die Autonomiegebiete, hätte ich es verstanden. Aber wenn du sagst Free Palästina, dann willst du die Auslöschung von Israel. Nein, nein, aber gucken Sie mal. Das ist die Parole. Früher, also Palästina war ja früher auch sehr groß, so wie sie gesagt haben. Ja, okay, es hat vielleicht nicht ihn gehört. Aber jetzt ist ja auch nur ein kleiner Fleck davon da. Und Sie können mir jetzt nicht sagen, dass Israel Palästina nicht auslöschen will. Nein, will es nicht. Ja, okay, was auch immer. Ja, okay, ich finde, Sie haben recht, Ihre Argumente, wenn sie wirklich stimmen. Wenn ihre... Wenn ihre... Hat Israel unter Gewalt 7000 jüdische Siedler, die sie da angesiedelt haben, wieder umgesiedelt. Das, was ich einfach, ganz kurz, das, was ich gemeint habe, war einfach, dass einfach beide sich in Ruhe lassen sollen. Free Palästina, damit meine ich einfach, lass es in Ruhe, lass es frei, was auch immer. Aber damit meine ich jetzt nicht, dass, keine Ahnung, dass Israel ausgescheint werden soll. Free Palästina ist eine terroristische Parole. Das ist eine terroristische Parole. Wenn du sagst, Free Palästina, willst du die Auslöschung Israels. Das ist eine Straftat. Danke für die Impfung. Danke für die Impfung. Das wusste ich wirklich nicht. Danke dafür. Okay, dann wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Abend noch. Und dann gehe ich jetzt noch raus. Ja, bitte ich auch. Alles Gute. Vielen Dank. Ja, ciao. So. Schauen wir mal die nächste. Ja, bitte. Guten Abend. Guten Abend. Ich würde bitten einmal, wenn ich Ihnen was sage, dass Sie nicht dazwischen reden. Gut. Wenn Sie unsinn gerät sind, spreche ich dazwischen. Ja, erst mal, ich habe mir das von außen auch so angeguckt, was die Geschichte von Israel vor 75 Jahren angeht, ja? Also ich sage Ihnen jetzt mal, Sie müssen nicht dazwischen reden, Sie können mir gerne danach was sagen. Ich sage gar nicht. Das ist normalerweise. Ich habe nur gemerkt, Sie quatschen dazwischen, wenn einer spricht. Wenn jemand Bullshit redet, dann lasse ich das hier nicht stehen. Ich habe eine Veranstaltung für Sie über mein Leben. Ja, aber lassen Sie erst mal mich aussprechen und dann können Sie weitersprechen. Bevor das Land Israel überhaupt da war, das Wort Israel, Wer war denn dann da? Die Juden. Nee. Doch, die Juden und die Araber haben dort gelebt und zeitweise haben die Juden... Und wer hat noch, was heißt Araber, Palästina haben dort gelebt. Nein, Palästina ist ein Begriff, das die Römer eingeführt haben, um die Juden von dem angestammten Land zu trennen. Das Land ist über 3000 Jahre der Judäer. Was heißt Judäer? Moment. Wer hat, Augenblick, Augenblick, wer hat das Land Israel vor 75 Jahren für die Juden erschaffen? Das ist jetzt eine Frage an Sie. Die Juden. Damit die Juden dort in Ruhe, die Briten. So, ich danke Ihnen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen und recherchieren Sie lieber besser. Die Juden. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. So, ja, also wieder jemand, der bedauerlicherweise nicht weiß, nichts über diese Geschichte von der Entstehung des Judenstaates weiß. Tatsache ist, es war Theodor Herzl. Theodor Herzl war ein Schweizer, der sich aufgemacht hat. Korrigiert mich, wenn er ein Schweizer war. Ich weiß nicht, nein, ich glaube, er war entweder Österreicher oder Schweizer. Auf jeden Fall, Theodor Herzl hat die Idee des Zionismus aufgebaut, für die Juden eine nationale Heimstätte zu entwerfen. Und er hat dann die sogenannten Zionismuskonferenzen gemacht in Basel in der Schweiz. Und dort hat er über die Probleme des jüdischen Volkes in der Diaspora gesprochen. Es waren nicht die Briten, die die Idee von einem Israel hatten, sondern es waren die Juden selbst unter der Führung von Theodor Herzl. Theodor Herzl hat faktisch damals die Regierungen, die existierten, die Briten, die Franzosen und so weiter und so fort, ist er zu ihnen gegangen und hat ihnen die Idee eines jüdischen Staates unterbreitet. Und viele haben eine jüdische Heimstätte für gut befunden und haben diese Idee unterstützt. Die Briten haben es überhaupt keine Vorambitionen gehabt. Im Gegenteil, sie haben jüdische Flüchtlingsschiffe. Als die Briten das Mandat von dem Völkerbund übernommen haben, um Palästina zu verwalten, Da haben sie jüdische Schiffe, die aus dem Nazi-Deutschland gekommen sind, wieder zurückgeschickt. Weshalb es schon damals eine sogenannte jüdische Terrororganisation gab, die die britischen Hauptquartiere dort und die Soldatenstellung angegriffen hat, damit sie ihre jüdischen verfolgten Menschen aus Europa und aus Russland in Israel oder in dem damaligen palästinensischen oder palästinamandat, britischen Mandatsgebiet, schützen wollten. Und die Briten haben sich unverzüglich aufgemacht, innerhalb eines Jahres, und haben einen Teilungsplan vorgelegt. Die Briten haben sorgfältig aufgeteilt zwischen arabisches Siedlungsgebiet und einem Siedlungsgebiet für die Juden. Und da hatten die Araber sogar Vorteile. Die Fake-Palästinenser, die es damals gegeben hat, das waren tatsächlich Leute, die die fruchtbaren Gebiete bekommen haben. Und die Juden hatten wirklich tatsächlich das Brachland bekommen. So, es waren nicht die Briten, die Israel gegründet haben, sondern es war mindestens 50 oder 60 Jahre zurück, nämlich zwischen dem 1850 und dem 19. Jahrhundert, wo Theodor Herzl mit dieser Idee eines Judenstaates aufgetreten ist und hat dann seine verschiedenen Zionismus-Konferenzen in Basel, in der heutigen Schweiz, abgehalten. Und die Briten, denen wurde das vom damaligen Völkerbund übergeben. Der Völkerbund war damals das, was heute die Vereinten Nationen sind. Das war der Vorläufer der Vereinten Nationen. Und die haben dann der Gründung eines jüdischen Staates, einer Heimstätte für die Juden, auch zugestimmt. Das ist alles. Es waren nicht die Briten, das ist Propaganda. Propaganda von Muslime, die sich nicht mit der Geschichte auseinandersetzen wollen. Ganz einfach. Weiter geht's. Schauen wir uns mal an, was hier noch weiter ist. So, Ilyas. Ja, bitte. Und zwar, das ist ja so, damals, also erstmal schönen guten Abend, und zwar, ich hätte ein paar Fragen, und zwar, man sagt ja, man soll sich nicht für eine Seite entscheiden, für Israel oder für Palästina. Man soll immer, man soll sich immer für eine Seite entscheiden, entscheidet euch für die Seite Israels. Man soll, naja, auf jeden Fall, damals, äh, Palästina, also wie Sie sagen, Fake-Palästina, war doch zuerst mit dem Land da. Also, sie war vor den Juden da. Die Juden wurden in Deutschland getötet. Beweise? Beweise? Na klar gibt's Beweise. Welche Beweise gibt es? Das können Sie auch ganz einfach auf, äh, auf Seiten kommen will. Wir reden hier faktenbasiert. Wo gibt es einen Beweis, dass es so etwas wie ein Staat Palästina mit einem Volk Palästinenser gegeben hat? Nenne mir einen Beweis. Eine politische, ähm, Entität, eine, ein Konstrukt, das Palästina hieß, wo sich ein Volk offiziell als Palästinenser genannt hat. Können Sie mir auch Beweise sagen, dass, äh, also Beweise zeigen, dass Israel Rechte hat, äh, Palästina einfach, äh, sie haben die ja quasi aus deren eigenen Land gejagt? Nein, haben sie nicht. Na klar. Ich challenge, ich fordere jeden heraus, der behauptet, dass die Juden den Arabern Land weggenommen haben. Es gibt keine historischen Dokumente, dass die Juden auch nur einem einzigen Araber Land gewaltsam weggenommen haben. Hm? Ja, gibt es nicht. Gibt es nicht. Also Sie sagen, im Zuge der Konflikte zwischen 1948 und heute war Israel gezwungen, bestimmte Regionen zu besetzen. Zum Beispiel Gaza, zum Beispiel die Golanhöhen, zum Beispiel das Westjordanland, zum Beispiel Westbank. Und heute ist Israel wieder raus aus dem Libanon. Heute steht Israel nur noch aus, ähm, äh, aus Eigenschutz in den Golanhöhen. Ähm, Israel ist weg vom Westjordanland, Israel ist weg vom Gaza, Israel ist weg vom Westbank. Ja, Israel kontrolliert die Außengrenzen, auch den Strom und das Wasser, aber das ist auch besser so. Ja, solange diese Staaten nicht als autonome, demokratische Staaten funktionieren, ist es besser, wenn Israel die Kontrolle darüber hält. Und wenn es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt, dann kriegen sie auch die vollständige Kontrolle. Aber im Moment hat Israel sich nicht ausgedehnt, sondern Israel ist kleiner geworden. Also, ich hatte eine Frage. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 14. Okay, Elias, dann muss ich dich leider verabschieden, dann, sonst werde ich, sonst werde ich hier rausgeschmissen. Du klangst in meinen Augen etwas älter, aber, ähm, aus Jugendschutzgründen kann ich nur mit Erwachsenen hier sprechen. Tut mir leid, Elias. Weiter geht's. So, weiter geht's. Abdullachan. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Abdullach. Wie geht's dir, Ams Klamer, lieber Kean? Bei mir geht's gut, vielen Dank. Und selbst? Sehr schön, danke, deine Frage. Mir geht's auch gut. Wunderbar. Ähm, du meinst doch, ähm, dass, sag ich mal, Israelis ein eigenes Land haben. Und nicht von Palästina weggenommen haben. Ja. Ja. Da muss ich dich leider täuschen, und zwar, selbst im Tura steht es, Tura, Tura, ähm, die dürfen, die Juden dürfen kein eigenes Land haben. Steht im Tura, wenn du Tura liest, dann weißt du das ganz genau, mein Ex-Muslim-Freund, was da steht. Okay. Und ich bitte dich, wenn du keine Ahnung hast, dann sag sowas nicht. Gut. Dann, äh, bitte sowas nicht sagen, und, äh... Bist du Muslim, Abdullach? Ich glaube, ich bin falsch. Bitte? Bist du Muslim? Alhamdulillah. Okay, wenn du Muslim bist, dann akzeptierst du den Koran als volle Wahrheit? Ja. Okay, wenn du Muslim bist, dann akzeptierst du doch auch, dass die, dass angeblich die Tura und die Bibel korrumpiert sind und dass der Koran gekommen ist, um das wieder zurechtzurücken, richtig? Warte mal kurz, ich muss mal kurz mit dem Diskurs hier. Ja? Ja, äh, erzähl doch mal bitte, ich hab's nicht gehört. Wenn du, wenn du, wenn du ein gläubiger Muslim bist, du hast gesagt, Alhamdulillah, ich bin ein gläubiger Muslim, wenn du ein gläubiger Muslim bist, dann akzeptierst du doch, dass die Behauptung von Allah aufgestellt wird, dass die Bibel und die Tora verfälscht ist, richtig? Wer hat das gesagt? Das sagt, das sagt er, das sagt Allah an verschiedenen Stellen im Koran. Und das weißt du es besser, wie ich heraus? Ich war 35 Jahre lang ein praktizierender Muslim, deswegen steht da oben Ex-Muslim und nicht Ex-Müllabdorfer. Ich kann's auch lesen, ich bin nicht irgendwo in Ziegenhof aufgewachsen oder was weiß ich. Richtig, ich bin hier als ehemaliger praktizierender Muslim und ich sage dir, der Koran ist voll mit Bemerkung, dass die Tora und die Bibel korrumpiert ist. Und deswegen hat Allah den Koran... Ich weiß nicht, bitte verstimme ich nicht falsch. Was ist ein anderes Wort für den Koran? Al-Furkan. Und was bedeutet Furkan? Furkan heißt die Zurechtrückende. Das heißt, der Koran, der die Geschichten von, der die Behauptung der Juden und der Christen zurechtrückt. Und jetzt Sure 5, Vers 21. Magst du selber aufschlagen oder soll ich dir Sure 5, Vers 21 vorlesen? Ich bin auf der Arbeit und Gott, ich habe keinen Koran hier dabei. Okay, gut. Das hätte ich jetzt aufgeschlagen. Okay, merkst du, Sure 5, Vers 21. Da sagt Allah, oh mein Volk, damit sind die Beni Israel gemeint, die Juden. Tretet in das geheiligte Land ein, das Allah für euch bestimmt hat und kehrt nicht den Rücken. Denn dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. Okay, Moment, 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 Moment. Wait a minute. In welchen Koran hast du das überhaupt gelesen? Sie haben grünes Licht. In welchen Koran hast du das überhaupt gelesen? Es gibt nur einen einzigen Koran. Das, was du dir selber einbildest oder das, was eigentlich von Allah kam? Schau mal, schau mal, du kannst jetzt irgendeinen Koran aufschlagen. Abdullah Khan ist nicht Arabisch. Ja, Khan klingt irgendwie pakistanisch oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, du bist kein Araber. Wie liest du den Koran? Ich bin, Alhamdulillah, ich bin ein stolzer Muslim fertig. Egal, wo ich herkomme, interessiert niemand. Trotzdem, Abdullah, irgendwo kommst du her. Irgendwo sind deine Botschaft. Ist ja klar. Wenn Arabisch nicht deine Sprache ist, dann musst du, wie ich, der auch nicht muttersprachlich Arabisch ist, dann musst du auf eine Übersetzung zurückgreifen. Und ich tue das, indem ich mir Gedanken darüber mache, welche Übersetzung ist gut und wie kann ich diese Übersetzung mit dem arabischen Original in Einklang bringen. So, das habe ich gemacht. Du kannst jetzt das Handy, du kannst in fünf Minuten wiederkommen, du kannst selber Sude 5 Vers 21 googeln und dann liest du mir nochmal vor, was du gefunden hast. Und du wirst genau das Gleiche finden. So, und dann lau... Ich schaue mir nicht. Gut, ich schaue dir das an. Ich bin immer dankbar... Das kannst du jedem zeigen, nur weil du das hier, sage ich mal, der Meinung bist. Das ist hier, das ist der Koran-Vers. Und diese Seite hier ist islam.de. Die haben die exzellenteste Koran-Übersetzung, die ich im Internet gefunden habe. So, und dann kannst du dir das selber anschauen. So, laut dem Koran steht den Juden dieses Gebiet zu. Nee, das stimmt nicht. Doch, habe ich dir eben gerade vorgelesen. Guck mal, ich habe dir doch mal von Anfang an gesagt, dieses Land wird den Juden. Wenn du religiös argumentieren möchtest. Ich argumentiere aber theologisch. Äh, nicht theologisch, sondern ich argumentiere logisch und historisch. Aber wenn du auf die religiöse Schiene kommen möchtest, indem du mir mit einem Vers aus der Tora kommst, um den Staat Israel zu delegitimieren, dann gebe ich dir ein Koran-Vers, der sagt, dass die Juden ein Recht auf dieses Land haben. Also, dein Gott, Allah, verteidigt die Rückkehr der Juden ins gelobte Land. Und zwar schon von Moses Zeit ab bis heute. Guck mal, du machst ja noch PC vor dir. Der Koran-Vers reduziert nicht die Zeit, in der die Juden zurückkehren müssen. Lässt du mich bitte auch mal ausreden? Lässt du mich mal bitte auch ausreden? Jetzt darfst du reden. Dankeschön. Vielen Dank. So, du hast doch mal einen PC vor dir. So, und ich hoffe mal, dass du auch gewillt bist und auch tippen kannst. Kannst du mal reinschreiben, ob das stimmt oder nicht, was ich hier gesagt habe, dass lauter Tora die Juden kein eigenes Land haben dürfen. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Hey, dich interessiert nur das, was du hören willst und was du sagen willst. Was die anderen sagen, was im Koran steht, was im Tora steht, ich glaube, das interessiert dich gar nicht. Du willst nur noch einfach eine bekannte irgendwelche Sachen haben und fertig aus. Du bist einfach ein Hassprediger, mehr auch nicht. Sorry, verstehe mich nicht falsch, aber es ist ja so. Ich habe dich schon richtig verstanden. Nur sage ich dir nur eine Sache. Tatsache ist, ich argumentiere nicht theologisch. Allein aus historischen Gründen haben die Juden ein Anrecht auf dieses Gebet. Ich brauche nicht alte verstaubte Bücher, Bücher aus der Spätbronzezeit herauskramen und den verstaubten Koran oder den verstaubten Tora oder der verstaubte Bibel herausfischen und damit argumentieren. Ich argumentiere, ethnologisch haben die Juden einen Bezug zu diesem Land seit über 3000 Jahren. Und es gibt genug archäologische Hinweise, Chronisten, Geschichtsschreiber, die ein jüdisches Volk in dieser Region ausmachen. Aber du findest nicht einen einzigen Geschichtsforscher, keinen einzigen Chronisten, keine einzige Ausgrabung, die von einem palästinensischen Volk spricht. Und ich fordere dich heraus, ich fordere dich heraus, mir einen einzigen Beweis zu bringen, dass irgendwann mal in der Geschichte ein Volk gelebt hat, das palästinensisches Volk ist und das du belegen kannst mit einer Ausgrabung, mit einer Münze, mit irgendetwas, was darauf hinweist, dass es so ein Fall in einem palästinensischen Volk ging. Du wirst es nicht finden. Wenn du das so sagst, aber ich glaube es sehr nicht. Ich fordere dich heraus, ich bin hier live, du kannst mich leicht der Lüge überführen. Das ist das, guck mal, das Problem ist, wenn die Leute hier mit der Wahrheit reinkommen, das Problem ist, wenn die Leute mit der Wahrheit reinkommen, du bist ja so schlau, dass du die direkt einfach rauskicken kannst. Du lässt dich nicht im Maul sprechen. Habe ich dich rausgekickt? Nein, mich nicht, aber du hast ein sehr viel rausgekickt. Ich fordere nur von dir, dass du deine Argumente fortkriegst und dann schauen wir mal, was ist an deinen Argumenten dran. Bring dein bestes Argument für die Existenz von Palästina. Fangen wir mal so an. Okay, wir lassen mal kurz ein Thema ändern. Und zwar, das Thema ist Palästina, Israel. So, okay, wir kommen zu Palästina und Israel, zu deinem Thema. So, wenn in, sag ich mal, Palästina, Kinder getötet werden und so weiter und so fort, wird eine Krankenhäuser zerbombt werden, da wo kleine Kinder, die nicht mal dafür was können, sterben, machst du, tut mir Wahnsinnscheid für das, was ich dir jetzt sagen werde, dein Maul gar nicht auf. Aber wenn Israel ein Esel stirbt, diskutierst du hier rum, wie was weiß ich. Es ist meine Meinung, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, reduziere das mal auf ein Argument jetzt. So, ist es Palästina, deren Leben dir gar nicht wert? Absolut. Oder haben die einfach gar keinen Wert als ein Terror Israels? Absolut. Der Unterschied zwischen den Hamas-Barbaren und meiner Wenigkeit ist, dass ich großes Mitleid für die Menschen in Gaza, in Westjordanland und Westbank habe. Und ich bin aber trotzdem an einem Punkt angekommen, wo ich sage, was verursacht das Leid? Hat Israel diesmal Gaza angegriffen oder waren es tausend Dschihadis, die einfach am Morgen über die Grenze gesprungen sind und haben 400 feiernde junge Menschen, die auch noch, ihr müsst, für die Zuschauer da draußen, ihr wisst gar nicht, diese Juden, die dort abgeschlachtet worden sind, bei diesem Raverfest am Morgen, das waren alles linke Juden. Öh, LGBTQ und Frieden mit den Palästinensern, das waren nur solche Leute. linke Juden, die absichtlich an der Grenze zum Gaza eine Party gemacht haben, weil das Motto ihrer Gaza-Party war nämlich Frieden und Verständigung mit den Palästinensern. Das war die Realität. Und was hat es ihnen gebracht? 400 Tote und über nochmal 800 Tote dann in den Siedlungen, in den Kibbutzen, wo die Palästinenser, die Hamas dann eingefallen sind. Das hat es ihnen gebracht. Wer hat denn die israelische Grenze überschritten und hat Kinder und junge party-machende Menschen ermordet? War es Israel? Und jetzt wunderst du dich darüber, über die unverhältnismäßig starke Antwort der Israelis, wenn eine Armee von Dschihadis über die Grenze kommt und ihre Bürger abschlachtet, dann willst du, dass Israel ruhig bleibt? Okay, sorry. Warum sagst du nicht, dann sage ich schon mal gegen Deutschen, die damals die Juden vergast haben? Erstens, das Thema ist Israel und Palästinenser. Zweitens, 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 ich bin kein großer Freund des Holocaust. Wie kommst du darauf, dass ich irgendwie Sympathie hätte mit dem Holocaust? Die Deutschen haben gebüßt und der Unterschied zu den Deutschen und den gewalttätigen Fake-Palästinenser ist, dass die Deutschen haben nicht nur ihre Schuld gesöhnt, sie haben es auch wieder möglich gemacht, dass wieder Zehn- oder Hunderttausende von Juden in diesem Land ansiedeln können. Sie haben Deutschland so attraktiv gemacht, dass viele Juden gesagt haben, wir ziehen wieder gerne nach Deutschland. Die Deutschen haben alles gemacht, um jüdisches Leben wieder machbar zu machen. Wie viele Araber leben in Israel? Unter israelischer Staatsbürgerschaft? Woher soll ich das lösen? Bin ich kein Araber? Ich bin auch kein Araber und trotzdem weiß ich das. Etwa zwei Millionen. Wie viele Juden leben im Gaza-Streifen, Westjordanland oder im Westbank? Null. Nicht Allahu'Alem. Null. Allah weiß es nicht am besten. Ich weiß es am besten. Null. Zwei Millionen Araber haben israelische Staatsbürgerschaft. Im israelischen Parlament sitzen zehn arabische Abgeordnete. der höchste Richter am israelischen Gerichtshof ist ein Araber. Der ehemalige Botschafter von Finnland war ein arabischer Christ. Wenn Israel also so ein fürchterlicher Staat wäre, warum hat er zwei Millionen Arabern, also 20 Prozent der Gesamtbevölkerung, einen israelischen Passport gegeben? Gibt es überall Gleichberechtigung? Nein, würde ich nicht. Die Juden haben ziemlich die Schnauze voll von den Arabern. Aber nach dem Gesetz sind sie gleich und da können die Araber auch vor Gericht gehen und sagen, ich wurde diskriminiert. Aber in Gaza kann ich ein Jude nicht eine Minute überleben. Im Gegenteil, die Juden, die auf der israelischen Seite am 7. Oktober gelebt haben und überfallen worden sind, wurden in den Gaza verschleppt. Das ist die Realität zwischen einer terroristischen Bewegung und eines sehr gewalttätigen palästinensischen Volkes und einem Volk, das einfach nur in Frieden leben will. Der Unterschied ist, wenn Israel seine Waffen niederlegt, dann ist Israel und die Juden morgen ausgelöscht. Wenn die Araber morgen ihre Waffen niederlegen, dann gibt es Frieden im Nahost. Und das ist der große Unterschied zwischen Israel und Palästina. Ja? Gut. Möchtest du jetzt noch ein Argument vorbringen? Dann gehe ich dem jetzt... Könnte eigentlich vieles, aber das Problem ist, du bist so schlau und kickst mich dann wieder weg. Ich kicke dich nicht raus, ich habe nur einen kleinen Jungen von 14 Jahren rausgeschmissen, obwohl ich Interesse daran habe, auch mit der Jugend zu diskutieren. Aber habe ich dich jetzt rausgekickt? Bin ich dir über den Mund gefahren? Habe ich deine Argumente nicht beantwortet? Habe ich nicht deine Beweggründe, die du vorgebracht hast, nicht beantwortet? Darf ich mal fragen, aus welchem Land du kommst? Ich komme aus Kurdistan. Okay. Aber Kurdistan existiert nicht, nur als autonome Gebiete. Das habe ich nicht gesagt, das hast du ja gesagt. Ja, Five of Kurdistan. Also für mich heißt es ein Mensch ist Mensch egal, wo man herkommt. So sieht es aus, sehe ich genauso. Aber das, was du gerade mal hier predigst, tut mir wahnsinnig leid. Predige? Ich schmeiße dir die ganze Zeit Fakten um und Daten und Fakten. Und du nennst das Predigen? Du predigst Allahu Alam Inshallah Maschallah Subhanallah. Was du tust, ist eine Gehirnwäsche. Du kommst mit der Boga und ich sage dir Sura 5 Vers 21, dass dein Gott den Juden erlaubt und ins Gelobtenland zurückzieht. Gehirnwäscherei. Glaub, es ist eine Gehirnwäsche. Das, was du machst. Also wenigstens machst du meinen Jedenfalls erkennt, ich habe eine Frage. Okay, ich habe eine Frage. Ich sage mal so, was hat dich so krass im Islam gestört, dass du zu Christentum oder Juden oder was auch immer, keine Ahnung, was weiß ich, konvertiert bist? Ich pfeife auf das Judentum, ich pfeife auf das Judentum auf jede andere Religion. Okay, was hat dich denn Islam gestört, dass du Atheist geworden bist? Das ist nur noch mein Thema. Mein Thema ist Israel und Palästina. Das ist mein Thema heute. Stimmt das, wenn man zu Juden steht, dass man gut bezahlt wird? Man wird sehr gut bezahlt. Der Mossad bezahlt mir 5000 Euro pro Monat. Wer? Der Mossad. Krass. Der CIA bezahlt mir 4000 und das Bundeskriminalamt 2500. Ich habe ein gutes Einkommen, deswegen kann ich auch diese ganzen Lügen hier verbreiten. Das heißt, du kommst schon über 10.000 netto? 10.000 Netto oder brutto? 10.000 netto. Der Mossad hat mir gesagt, wenn ich sogar noch auf die Lügen, noch mehr Lügen drauflege, dann kann sein, dass es auf 8.000 erhöht wird. Lass mich auch mit deinem Partner sein, dann machen wir gute Geschäfte. Wenn du genau die gleichen Sachen sagst, wie ich, dann bist du beim Mossad willkommen. Vergeld würde ich niemals lügen. Schade, ich schon. Du bist ja du, ich bin ich. Genau, das ist es. Möchtest du noch etwas wissen über meine finanzielle Vergangenheit? Wie viel hast du gerade mal auf deinem Konto? Ich mache das ja schon ein paar Jahre für die Juden, für den Mossad und für den CIA, also schon genug Geld drauf. Ich habe eine Frage, ich komme jetzt Spaß beiseite und so warte, wir sind erwachsene Menschen. Wunderbar. Stimmt das, wenn man sich zu Illuminati bindet, dass man unnormal krassen erfolgreich hat und eigentlich Illuminati oder Juden, sag ich mal, gehört auch zu Illuminatis. Man wird ja richtig krass erfolgreich, man wird Kohle haben, bis zum Geld nicht mehr und so fort und das ist glaube ich auch derselbe Fall bei dir. Stimmt das? Achso, jetzt vom Mossad zu den Illuminati. Ja, ich so Sichel und Zirkel und so und Löwe und so das habe ich jetzt alles hinter meiner grünen Leinwand hier, aber normalerweise sieht mein Zimmer, mein Wohnzimmer tatsächlich aus wie so ein Illuminati-Tempel. Ja, gut. Weißt du, was du noch im Zimmer haben solltest? Vielen Dank. Das wäre echt schön. Abdullah, vielen Dank, aber ich sehe, du kannst gegen Zionisten und Mossad Agenten und Illuminati Vertretern hast du nicht wirklich viel vorzutragen. Ich danke dir, dass du da gewesen bist. Ich dachte, du hättest was Produktives zu sagen, aber ich erlaube dir nicht, meine Mossad und Illuminati und alle konspirativen Freimaurer Gruppen anzugreifen. Also meine Loge wird mir später dann richtig einer auf den Kopf hauen, wenn ich dann wieder in den Tempel zurückkomme und die mich fragen, hast du den erlaubt, die Illuminati anzugreifen, dann fliege ich vielleicht aus den Illuminati raus und ich darf dann vielleicht nicht mehr erfolgreich sein. Du hast doch gerade mal gesagt, du kannst doch einfach V-Fugel ein Zimmer haben, der sieht unnormal schön aus und das wird auch dazustehen. Nochmal, nochmal, ich habe das akustische Vogel. Welcher Vogel? V-Fugel, hast du den zu Hause? Ne, aber wenn du willst, kaufe ich einen morgen für mich. Ich schwöre, das wird richtig gut aussehen. Gut, alles klar, mach ich. Was du noch machen musst? Du kriegst ja auf jeden Fall über 10.000 Euro pro Monat. Es gibt eine stabile schwarze Fange mit La Ilaha Ilaha Muhammad Rasulullah Das würde auch, wenn du vor der israelischen Flagge dranhängst, du kriegst mehr Zuschauer, mehr Likes und mehr Money, Money. Ich habe die palästinensische Flagge hinter mir und da steht Hamas gleich ISIS, gleich Al-Qaida, Jihad Terror und ich Nebendran so eine schwarze Flagge, das wird richtig krass aussehen. Vielen Dank, ich danke dir für deine Kreativität, aber ich muss jetzt weiter. Danke dir, dass du da gewesen bist, mein live gehe. Ich stelle mich mal vor, hallo, mein Name ist Astrid und ich habe dich schon mal verfolgt jetzt, ich werde dir auch mal folgen. Ich will dir nur eins sagen, ich finde, wenn man Kritik übt, dann du machst das so, ich finde, du bist so streng irgendwie, so, so, und so, und so. Ich finde, ich verfolge, also, erst mal zu meiner Person. Also, habe auch ein Kind bekommen, bin allerdings geschieden und bin dann zum Buddhismus konvertiert, sozusagen. bin also Buddhistin und ich habe diesen Krieg schon sehr lange mitbekommen, also, ich glaube, da war ich 18, das war also 88, 89 und ich habe sehr, sehr viele muslimische Freunde. Ich habe meine aller, allerbeste Freundin ist auch Muslimin und meine besten Freunde kommen aus Saudi-Arabien und mit meinem besten Freund aus Saudi-Arabien habe ich mich oft über diesen Krieg unterhalten, weil ich das nicht verstanden habe. Also, ich verstehe einfach diesen Krieg nicht und ich finde, es ist, also, mir ist total scheißegal, wem gehört das Land, wer war zuerst, war der, war Hun oder Henne zuerst, sondern ich finde, Mensch ist Mensch und weißt du, mein bester Freund aus Saudi-Arabien hat mir mal ein Panzerjunge, der lag auf dem Boden und wurde gerade von Israelis erschossen und der lag jetzt auf dem Boden, vier Israelis bewaffnete standen um ihn herum, der Junge war am sterben und hat dann noch in seiner letzten Kraft gesagt, also auf Englisch helf mir, helf mir und vier Männer standen um diesen Jungen, der war 15 herum und haben gelacht und dieses Video, ich habe dann meinen Freund angerufen, habe gesagt, hast du noch alle mir sowas zu schicken, das ist mir sehr nah gegangen, weil ich denke einfach, also ich finde, diese Menschlichkeit, egal von welcher Seite, aber Israelis sind auch nicht immer menschlich und es ist, ich bin auf keiner Seite, mich bitte nicht falsch verstehen. Du hast mich bereits auf eine Seite geschlagen. Nein, 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 bist protestantische Junge, schreit in Englisch, sehr ungewöhnlich, wenn die da alle nur Arabisch sprechen, auch wieder filmgerecht für die Kameras, help me, help me, in Englisch geschehen, alles klar. Das ist Palli. Okay, vielleicht kann das möglich sein, vielleicht ist das richtig, was du sagst, aber guck mal, ist das nicht so unmenschlich irgendwie, kann, also für mich ist schon, also seit 88 sage ich immer, kann dieser Krieg nicht enden, kann nicht einer von denen sagen, kommt Leute, jetzt ist gut, lasst uns zusammen einen Staat gründen oder ihr rechte Seite, wir linke Seite oder so. Ich finde das so schlimm, dass ich singen, also na, aber es ist, das ist jetzt egal, das spielt gar nicht zur Sache, ich finde einfach, weißt du, kann man nicht sagen, dieser Krieg soll einfach aufhören und egal, wem das gehört, egal, ob es bis 2000 vor Christi zurückverfolgt, scheißegal, jetzt ist jetzt und weißt du, und das finde ich so schlimm irgendwie und ich will auch nicht, dass du so herrschig darüber oder so und so sondern kann man nicht ganz normal und nett miteinander sprechen, weißt du, das meine ich, ne? Ich verstehe dein Anliegen, erstens, ich weiß nicht, warum die Dinge immer so aufgefasst werden, wenn ich faktenbasiert über bestimmte Landsleute oder den orientalischen Kulturkreis, deswegen rede ich so, wie ich rede, aber ich sitze hier und ich lasse Menschen zu Bord kommen und ich lasse Menschen auch erklären, was sie über den Palästina-Israel-Konflikt beobachtet haben. Völlig in Ordnung. Was ich aber nicht erlaube, ist, wenn jemand mit Hamas-Propaganda kommt oder Free Palestine oder die Juden ab ins Wasser und so weiter und so fort. Ich will damit sagen, ich will damit sagen, sicherlich braucht man nicht 3000 Jahre zurück zu gehen, um den Israelis das Recht auf diesen Boden dazu zu gestehen. Brauchen wir nicht. Wir gehen einfach in die 1930er und 40er zurück und 1948 und dann sehen wir, dass die Vereinten Nationen damals der Gründung eines Staates Israel zugestimmt haben. In einer Region, in der es noch überhaupt keine Nationalstaaten gegeben hat. Jordanien hat nicht existiert, Irak hat nicht existiert, Syrien hat nicht existiert, das waren alles im Hoheitsgebiet der Osmanen, das waren alles Großsyrien, Transjordanien und so weiter und so fort. In dieser Zeit haben die Juden gesagt, nutzen wir die Chance und bauen wir uns einen Nationalstaat an einem Ort auf, mit dem wir auch eine Verbindung haben. Und 1947 kam der sogenannte UN-Teilungsplan ein arabischer Staat, ein jüdischer Staat. Die Araber haben nein gesagt, weil sie alles haben wollten. Dann kam als nächstes das Oslo-Ankommen von 1993 und 1995, da wurde ihnen wieder eine Zwei-Staaten-Lösung vorgeschlagen. Dann kam das Camp David-Abkommen 2000 und 2005 haben die Juden wieder Land abgegeben, nämlich Gaza, an die Menschen in Gaza, damals an diese verbrecherische Hammers. Dann gab es dieses sogenannte Annapolis, die Annapolis-Konferenz 2007, da haben die Juden wieder sich mit den Palästinensern an einen Tisch gesetzt und gesagt, komm, wir verhandeln über eine Zwei-Staaten-Lösung. Es waren die Araber, die keinen Frieden mit den Israelis haben wollten und nicht umgekehrt. Und deswegen, es ist kein Problem der Juden. Die Juden haben sich fünfmal in der Geschichte mit den palästinensischen Befreiungsorganisationen an den Tisch gesetzt und haben versucht, eine Zwei-Staaten-Lösung herbeizuführen. Und jetzt, was hat es ihnen gebracht, dass sie 2005 aus Gaza rausgegangen sind, 7000 Siedler mit Gewalt rausgeholt haben, 1200 Tote an einem Tag. Das war ein Massaker, das war ein 9-11 für die Juden. Und selbstverständlich reagiert Israel denn dementsprechend mit Militär. Sorry, so ist es. die Juden wollen längst, das ist ein kleines Volk und sie wollen in Frieden da leben, aber ihre Nachbarn sind durchgeknallt und lassen sie nicht im Frieden leben. Das ist der Unterschied. Ja, nur, ich meine immer, was können wir denn machen, was können wir denn tun, also wie kann das denn ein Ende haben? Ich glaube, wenn wir sterben, wird es immer noch weitergehen, also unsere Kinder und Kindeskinder, die werden das auch noch erleben. Ich finde mal, das muss doch irgendwann mal zum Ende kommen und ja, also wie gesagt, mir tun einfach die Menschen leid und egal, wie gesagt, ob Moslem oder Israel, beide, also beide finde ich einfach, die beide haben doch die Möglichkeit zu leben und dann denke ich, okay, was kann man denn machen, was kann man denn Produktives machen? Wie soll man mit einem Feind der Zivilisation Frieden schließen, wenn dieser Feind sagt, lasst uns die Juden ins Wasser treiben, ins Meer treiben, so wie die PLO das jahrzehntelang gesagt hat oder wie soll man mit einem Feind wie der Hamas in Frieden leben, wenn die Hamas in ihrer Charta in Artikel 1, 7 und 13 gesagt hat, wir werden den jüdischen Staat auslöschen, bis alles uns gehört. Wie soll man mit solchen Leuten in Frieden leben? Deswegen begrüße ich die Initiative, deswegen begrüße ich die Initiative der Israelis, jetzt in Gaza reinzugehen und die Hamas für ein und für allemal auszulöschen. 4, 5 oder 6 oder 7 Hamasköpfe haben sie schon erwischt und ich hoffe, dass sie jeden Einzelnen dort hochnehmen können, die Leute vertreiben, die sollen verschwinden und dann haben vielleicht die Gazianer noch einmal eine Chance von vorne zu beginnen mit einer anständigen Regierung, mit der Israel auch sprechen kann. Okay, dann würde ich sagen, dein Wort in Gottes Ohr in Anführungszeichen. Danke, dass du hochgekommen bist. Wie gesagt, es war mein erstes Mal, also es ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, mit TikTok und mit dir so zu telefonieren, also es wird ganz gerne mal anders, aber es ist in Ordnung. Ich danke dir, dass du mich drangenommen hast und ich werde dich verfolgen und vielleicht komme ich noch mal rein und wir sprechen uns in ein oder zwei Jahren und sehen, was passiert ist. Absolut, herzlich willkommen, alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst. Und bitte streite ein bisschen ruhiger. Aber ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Vielen Dank, aber trotzdem danke, dass du hochgekommen bist. Ja, ciao. Ciao. Gut. Gut, 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 dann schauen wir uns mal an. Ja, müssen wir mal hier gucken. Gut, der wollte, Moment, so, Sebastian. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass ich mich gemeldet habe, dass ich mit dir sprechen möchte. Ah, okay. Aber wir können uns gerne unterhalten, das ist doch super. Naja, also ich bin ja wegen einer bestimmten Sache hier und einfach nur so unterhalten mache ich nicht, aber wenn du was zu dem Thema sagen möchtest, Palästina, Israel und ganz besonders über das Existenzrecht der Palästinenser, dann begrüße ich das sehr. Also ich kann dir erzählen, dass ich auch nicht gläubig bin, also ich bin mit 14 aus der Kirche ausgetreten und bin seitdem, sage ich mal, Atheist und ich hatte das Riesenglück, dass ich damals in meiner Wehrdienstzeit mit dem Segelschulschiff Gorch Fock nach Israel fahren durfte, zu dem 40-jährigen Bestehen der deutsch-israelischen Beziehungen. Ah ja. Und ich habe da das Land kennengelernt, ich habe einen Großteil des Landes kennengelernt, ich war am Toten Meer, ich war in Jerusalem, ich war am See Genezareth, wir waren selbst mit dem Schiff in Haifa und ich habe also Israel kennengelernt als ein sehr offenes Land. Ich habe ja auch gesehen, dort gibt es Araber, die dort ganz normal miteinander leben, der Jude kauft beim Araber, der Araber kauft beim Juden. Kamelmarkt ist zwar ein bisschen getrennt, wenn man das so sieht, aber letztendlich leben die alle miteinander und es ist wirklich schade zu sehen, dass irgendwo dann eine Mauer gebaut werden muss, weil man sich sonst die Köpfe einschlägt. Das ist total verrückt. Und ich muss sagen, ich habe das so als herzliches Land kennengelernt, dass ich jedes Jahr einmal dorthin fahre, einfach mit dem Rucksack und dort durchs Land reise und versuche einfach verschiedene Regionen kennenzulernen. Die größte arabische Stadt in Israel war ja Akku eigentlich gewesen und ich fand das total schön und das war so herzlich. Ich war da bei Uriburi essen und habe mit den Kindern gesprochen, habe mit den Leuten gesprochen dort. Das war einfach eine super Zeit. Und ich finde das schade, ich finde das absolut schade, weil Krieg ist keine Lösung. Und ich finde das absolut schade, was an diesem Feiertag passiert ist. Ich habe auch eine Bekannte, die Cousine von meiner Frau wohnt in Israel. Die hat vor sieben Jahren konvertiert und sie hat dort jetzt geheiratet. Und sie muss weinen. Sie weint die ganze Zeit. Ihr Mann wurde eingezogen. Der wurde in die Reserve geholt. Mittlerweile ist sie zum Glück schon wieder da. Er lebt noch. Alles ist gut. Und man sagt ihr, oder viele Deutsche sagen ihr, ja, wenn das zu gefährlich ist, komm doch wieder nach Deutschland, komm doch nach Hause. Und dann sagt sie, sie will nicht nach Hause. Das ist ihr Zuhause. Israel ist mein Zuhause. Und das ist das, wo viele Juden einfach wissen, das ist mein Zuhause. Und wenn man die Geschichte, ich meine, ich habe vorhin schon mal geschrieben, du hast jetzt wenig mit der Bibel oder so am Hut. Wir mussten das ja damals in Religion noch alles lernen, wie das alles entstanden ist. Und das ist dort ja alles passiert. Das war ja früher dort so. Und das kommt ja alles von da. Und dann zu sagen, nee, das ist ein arabisches Land und das holen wir uns jetzt auch noch, das geht nicht. Und ich muss sagen, was die israelische Armee jetzt tut, wenn sie sich an Völkerrecht halten, ist das völlig in Ordnung, da reinzugehen. Sie werden sicherlich Zivilisten nicht absichtlich töten. Aber man sieht es halt und man hat die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass gerade in Palästina, oder ich weiß nicht, ob es jetzt Palästina vielleicht, wäre es im Iran dasselbe. Die nutzen gern ihre Kinder, ihre Frauen, ihre Kranken, ihre Alten als Schutzschild, um gleich mit dem Handy und der Kamera draufzuhalten, um ein Video oder eine Werbung zu haben und zu sagen, schau mal die bösen Israelis. Wie du es vorhin gesagt hast, warum spricht der plötzlich Englisch? Und das ist total schade, was da passiert. Und ich bin mir sicher, ich habe jetzt auch mitbekommen, sehr, sehr viele Juden aus der ganzen Welt, die kamen aus Russland, die kamen aus Schweden, die kamen aus Amerika, die sind alle nach Israel geflogen, um in die Armee zu gehen. Freiwillig. Für dieses Land. Für diese Sache. Und da muss ich sagen, das muss jetzt beendet werden. Und es steht auch in der Bibel, was passiert. Aber darüber reden wir nicht, weil das ist ein anderes Thema. Ich will einfach sagen, ich stehe hinter Israel und ich kann nicht mehr nachvollziehen, warum wir als Deutsche oder unsere Polizei, die wir mit unseren Steuern bezahlen, ich gehe jeden Tag acht Stunden arbeiten, nicht nur sechs Tage die Woche, manchmal auch mehr. Und ich kann es nicht mehr nachvollziehen, dass unsere Polizei, diese Ausschreitungen jetzt, die überall sind, in Düsseldorf, in München, in Berlin, in Neukölln. Ich war am Sonntag erst in Neukölln. Ich war auf einem Konzert. Ich habe Angst gehabt dort. Das darf nicht sein. Wenn sie ein Problem damit haben, dann sollen sie doch sich dort melden, dort runtergehen und mitkämpfen. Absolut. Dann können die sie unterstützen. Absolut. Aber nicht in Deutschland, nicht in unserem Land. Genau. Und vor allem, sie vernahöstlichen unsere Gesellschaft mit ihren Problemen. Wann hast du den letzten jüdischen Straßenkampf in Deutschland gesehen? Wann hast du gesehen, dass Juden sich in Gruppen zusammentun und dann groß schnäuzig durch die Innenstädte laufen? Du siehst das nicht. Wir haben eine Intelligenza. Wir haben eine Intelligenza von Leuten da. Wir haben Juden da, die sind aus den Medien, aus der Politik, aus der Kunst, aus der Fanwelt. Aber man muss dazu sagen, ich bin auch auf einer, ich fahre einmal im Jahr oder versuche einmal im Jahr nach Osvenshim zu fahren. Du weißt, was das ist. Und ich mache da eine, wie sagt man, eine Gedenkfahrt, sage ich mal. Okay. Ich gucke mir das an. Ich rede mit Zeitzeugen, solange es die noch gibt. Und ich tue mich absichtlich mal eine Woche mit diesem Thema konfrontieren. Und ich finde das so wichtig, weil ich einfach, das ist Geschichte, das gehört auch zur Geschichte Deutschland, was damals passiert ist. Absolut. Und man muss aber auch sagen, das haben wir auch dort gelernt, der Judenhass kommt ja jetzt nicht unbedingt nur von den Arabern, sondern auch Luther hat damals ja geschrieben, mit den Juden sollst du nicht leben und verbrennt dieses Gesindel. Luther war Antisemit. Es gibt vier oder fünf verschiedene Epochen, wo Juden bereits gehasst worden sind. Und es lässt sich ja auch aus der Geschichte so ein bisschen nachvollziehen, warum viele auch immer neidisch auf Juden waren, weil Juden hatten immer sehr viel Geld oder konnten gut mit Geld umgehen, konnten gut mit Geld handeln. Das lag aber daran, weil man den Juden ja verboten hat, in gewisse Gilden zu gehen. Die dürften kein Mauerer sein, die dürften kein Handwerker sein, Schuhmacher oder Brillenmacher. Die mussten sich was anderes aussuchen und dann haben die sich halt, sag ich mal, mit dem Handel, mit Geld, mit Krediten und so weiter ausgeholfen, dass sie da eben ihr Geld verdient haben. Und da waren sie gut drin. Und ich muss sagen, ich stehe hinter diesem Volk und ich finde es gut, dass die ein eigenes Land haben, wo sie zurückkehren können. Und wie sie auch zu diesem Land gekommen sind, ich sage, das ist geschichtlich gesehen genau das Land. Das ist ihr heiliges Land, das gehört ihnen. Und das sollte man nicht strittig machen. Und das, was jetzt passiert, ist einfach unter aller Gürtellinie. Das darf nicht sein. Und das muss innerhalb der nächsten Monate beendet werden. Und ich muss auch sagen, in Deutschland muss jetzt auch ein Wechsel stattfinden. Wir haben uns über Jahre, ja, wie soll ich sagen, die Gefährdung eigentlich ins Land geholt. Wir haben jetzt echt Probleme. Und ich hoffe, dass das gut ausgeht, aber das ist jetzt außerhalb von diesem Thema. Ja, recht herzlichen Dank, Sebastian. War ein kluge Einwurf. Und ich danke dir für deine, ja, für deine Gedanken und Vorstellungen, die ihr unterbreitet hast. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Nächsten zu sagen haben. Ich warte ja immer noch auf Palästinenser und Araber und devote, praktizierende Muslime, Dschihadis, Hamas-Anhänger, dass sie hochkommen und mir einfach erklären, was passiert denn da jetzt eigentlich. Ja, recht herzlichen Dank, mein Lieber, dass du da warst. Shalom. Ciao. Ja, shalom. Gut, dann schauen wir uns mal an. Gut, nächster bitte. Ja, hallo. Ja, bitteschön. Also, du sagst ja, Entschuldigung, wie alt bist du? Darf ich dich duzen? Du kannst mich theoretisch duzen, ist überhaupt kein Problem, aber wie alt bist du? Das ist doch auch gar nicht jetzt wichtig. Wir wollen ja diskutieren. Du klingst sehr jung und TikTok kann mir meinen Kanal zumachen. Ja, aber ich habe ja ein paar Fragen, die du mir beantworten kannst. Nein, tut mir leid, aber junge Leute, das steht so in der TikTok-Community-Anleitung. Wenn ich junge Leute habe, die hier reinkommen und TikTok erkennt an der Stimme, dass es sich wahrscheinlich um einen Minderjährigen handelt, dann kann eben mir der ganze Kanal um die Ohren fliegen. Und du klingst nicht wie 18. Tut mir leid. Deine Fragen hätte ich unter normalen Bedingungen hätte ich angenommen, aber nicht so. Okay? Der Nächste. Hallo. Danke dir erst mal benannt. Und zwar, du hast mit Sebastian mit einem Typ geredet. Wir haben in den letzten Jahren eine Gefährdung in unser Land reingeholt. Ich bin seit sieben Jahren hier. Bin ich eine Gefahr für euch? Das hängt davon ab, ob du dich in den sieben Jahren rechtsstaatlich benommen hast. Selbstverständlich, natürlich. Wenn ich hier bin, dann bist du keine Gefahr. Ach so. Aber da hat alles über den Kram... Ich kann dir das erklären. Ich kann dir das erklären. Ich kann dir das erklären. Das Bundeskriminalamt, sagt dir doch was, oder? Ja, habe ich schon. Gut, das Bundeskriminalamt hat 2022 eine Untersuchung herausgebracht. Die nennt sich Kriminalität im Kontext der Zuwanderung. Darin hat die, das Bundeskriminalamt festgemacht, dass die, dass es in Deutschland alleine im letzten Jahr 20.000 Messerattacken gegeben hat. Von diesen Messerattacken in Deutschland war die überwältigende Zahl von Messerträger und solche, die mit Messern Straftaten begangen haben, Menschen aus dem muslimischen Kulturraum. Sprich, Syrien, Afghan, Afghanistan, Irak und Libanon. Dann hat diese Untersuchung ergeben... Lass mich mal das kurz vortragen und behalte einfach, was du sagen möchtest. Dann hat diese Untersuchung auch festgestellt und es wird auch von diversen Tageszeitungen auch berichtet, 700 Gruppenvergewaltigung. Gruppenvergewaltigung ist ein Phänomen in Deutschland, das es so nicht gegeben hat. Es gibt keine Statistik zur Gruppenvergewaltigung in Deutschland, weil die Deutschen in Gruppen nicht vergewaltigen. Aber seit einigen Jahren haben wir über 700, allein im letzten Jahr waren es 704 Gruppenvergewaltigungen und die Mehrheit der Vergewaltiger kamen aus drei spezifischen Ländern. Afghanistan, Syrien und Irak. Und die seit ein paar Jahren hier sind oder hier geboren sind? Seit 2015, zwischen 2015 und 2023 eingewandert sind. Okay, das heißt seit 2015 sind über eine Million Flüchtlinge hergekommen und das sind nur 20.000. Also 20.000 in vielleicht zu einem Millionen, wie viel Prozent ist es? Das spielt überhaupt keine Rolle, wie viel Prozent ist. Aber wir erkennen ein Muster hier. Wenn mehrere Afghanen eine Frau vergewaltigen, dann ist es passiert. So es nicht die Sache ist. Aber wenn erkannt wird, dass innerhalb der kleinen afghanischen Community in Deutschland überproportional viele Vergewaltigungen durch diese Volksgruppe stattfindet, dann entsteht ein Muster und dann müssen wir darüber reden, warum so viele Afghanen an sexuellen Übergriffen gegenüber einheimischen Frauen beteiligt sind. Von den 20.000 Messerattacken müssen wir uns auffragen, wie viele Deutsche begehen Messerüberfälle? Sehr wenig. Schau dir die Statistik an. Aber wenn 20.000 Messerattacken pro Jahr stattfinden und ein überwältigender Prozentanteil davon kommt aus dem muslimischen Kulturraum, auch aus spezifischen Kulturräumen, dann müssen wir uns fragen, warum so übermäßig viel Gewalt aus diesen Communities gegenüber anderen Menschen stattfindet. Und sagst du Leute, das Erkennen Also ich finde, wenn jemand hierherkommt, Straftat begleitet, dann musst du fortweg gehen. Ich bin dafür absolut, man kann nicht sagen, weil du Bart trägst, weil du Söhne nicht bist, du bist auch genauso wie alle anderen. Erstens und zweitens in letzteren Zeit, wir haben auch über iranischen Volk hier gehört, dass sie auch hier Straftat beginnt haben. Letztens ein älterer Herr im Schwimmbad, der hat drei Kinder belästigt, nicht nur Afghanen, aber auch über Iran. So, du hast gesagt, Araber, 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 woher weißt du, dass du keine arabische Ethnie hast? Die Araber waren bei uns im persischen Gebiet, die Mongolen waren bei uns, die haben Frauen getüchtet, vergewaltigt, woher weißt du, dass ich keine arabische Ethnie habe, oder du doch selbst, wer warst du, du die perser bist? Man weiß es alles nicht. Ich bin kein perser. Was bist du? Für mich spielt es auch eine rolle, welche ich bin Iraner aus Kurdistan. Und was sind die Iraner? Also keine Araber meinst oder? Iraner sind keine Araber richtig. Doch die Araber waren doch in Iran. Halt falsch, du hast recht. hast recht. Die Leute, die auf iranischem Staatsgebiet leben, nennt man Iraner, auch wenn sie zum Beispiel Araber aus dem Süden von Iran sind. Aber Tatsache ist, sie sind Araber im Iran. Und der Überbegriff Iraner, der ging mal auf einen völlig anderen Begriff zurück. Weil Iran jetzt ein Vielvölkerstaat ist, werden alle Iraner genannt, die in den iranischen Grenzen leben. Aber im Grunde genommen sind die Araber ethnisch gesehen keine Iraner. Sie sind Semiten. Sie haben mit der iranischen Identität oder mit der iranischen Ethnologie haben sie überhaupt nichts zu tun. Ich habe gesagt, die Araber waren vor 1000 Jahren in Iran, also perlische Gebiete, in Afghanistan, in Pakistan. Wir waren am Anfang keine Muslime. Oder Ich bin Afghaner, waren am Anfang keine Muslime. Dann sind Muslime gewonnen. Genau so deine Eltern, deine Europa, Oma. So sieht es aus. Genau, wir waren am Anfang an keine Muslime. Die Araber waren bei uns, die Mongolen waren bei uns. Das heißt, wir haben auch arabische oder mongolische Wurzeln. Das kann sein, die Deutschen auch verschiedene andere europäische Wurzeln haben. Das spielt für mich keine Rolle. Tatsache ist, ich identifiziere mich nicht als Araber heute. Genau, okay, aber dann meine Frage, du hast gesagt, die Israelis wehren sich, sehr gut, sollen sie machen, aber die Russen haben erst mal mein Land angegriffen. Die Leute haben auch genauso wie Israelis gewehrt, die wollten die Russen nicht haben. Da kamen die USA und NATO zu uns. Die wollten im Kampf gegen Terrorismus angeblich, aber auf der anderen Seite haben die diesen Terroristen Wer ist schlimmer, die Amerikaner oder die Russen? Ich bin in dieser Auseinandersetzung. Wegen dieser Amerikaner und Russen habe ich kein Land. Bin ich jetzt hier. Schau mal, der Unterschied ist, egal wer sich in Afghanistan eingemischt hat, alles was in Afghanistan geherrscht hat, waren pure Terrorgruppe. Ob es Najibullah, der afghanische Präsident damals, der sich stark an Russland, an die Sowjetunion angelehnt hat, oder oder danach Hikmetjah, der zum Beispiel die ersten Mujahedin Gruppen gebildet hat in Afghanistan. Afghanistan war immer ein schwieriges Feld. Was hast du dagegen, dass die Europäer kommen und eventuell ein Zivilleben in Afghanistan aufbauen? Was ist jetzt an Afghanistan oder früher in Afghanistan so viel besser gewesen als das, was die Amerikaner oder der Westen in Afghanistan vorhatten? Ich sage es dir, bevor die Russen bei uns waren, ich habe Bilder und Videos gesehen, dass die Frauen Freiheit genießen dürfen. Jeder könnte sich anziehen, wie er möchte. Wir waren auch damals Muslime. Afghanistan ist nicht seit 100 Jahren in muslimischen Land. Davor waren auch Muslime, wo die Leute Freiheit genießen dürfen. Und dann kamen die Russen. Die haben alles zerstört. das nicht Mohammed. Ich weiß nicht, ob Mohammed steht. Ich bin Mila, kein Mohammed. Die Tatsache, dass die Russen haben das den Status quo der Frauen und der Gesellschaft in Afghanistan nicht geändert. Es waren die Mujahideen Gruppen aus diesem durchgeknallten Pakistan, wo diese ganze Madrasse sind, wo die Taliban grundsätzlich ausgebildet worden sind. Wo sind denn die Schulen gewesen in Afghanistan? Es gab keine islamischen Schulen in Afghanistan, aber es gab eine gute Infrastruktur in Pakistan. Das kommt aus Pakistan wird von Saudi-Arabien unterschüttet und Saudi-Arabien wird von Nordos und Europa und Amerika unterschütet. ganz oben. Dann kommen wir ganz oben da. Und Beurteilung ist schlecht. M ist nicht unbedingt für Mohammed weil ich ein Ausländer bin weil ich ein Muslim bin heißt es nicht M für Mohammed bist du praktizierender Muslim? Wir wurden alle als Muslim geboren. Nein ich frage ob du ein praktizierender machst du Ibadah gottesdienstliche Handlung betest du machst du Halal und Haram und so weiter und so fort Ich jetzt kein Schwein Fleisch weil ist nicht gesund Ist okay ich esse auch kein Schweine Fleisch Aber wenn ich raus und sage ist es Fleisch oder nicht viele schütteln den Kopf wieder so ein Muslim schütteln 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 geht um beurteilung wenn ich da draußen frage ob dieses brötchen mit Schweinfleisch ist oder ohne schütteln die den Kopf und sagen ach wieder so ein Muslim aber wenn ein deutscher so was fragt die antworten ganz normal ist alles wahrscheinlich keine religiöse wie war noch mal dein name milad milan milan milad 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 die leute in diesem land kennen nicht solche gedanken dass man sich von bestimmten dingen aus religiösen gründen fernhält ja das ist mit den muslimischen migranten ins land gekommen und natürlich wundern sich einige leute warum sich menschen selber begrenzen bei der nahrung oder bei dem was sie trinken das ist eine neugierige frage manchmal aber natürlich auch eine verstörende feststellung die deutsche gegenüber den eingewanderten machen das ist nicht schlimm da kann man einfach sagen hey ich bin nicht mal praktizierender muslim ich bin halt kulturell so nicht aufgewachsen und schon ist das alles runter vom tisch du bist nun mal in einen kulturkreis religiösen prinzipien von bestimmten lebensmitteln oder anderen dingen fernhält das ist nun mal so das ist nun mal so ich gebe den deutschen keine schuld dafür dass sie damit nicht warm geworden sind dass wir mit unserer religiöse spinnerei hierher kommen und sagen das ist Haram das ist Haram und das ist Fasek und der ist Kaffer das kennen die menschen in diesem land nicht das interessiert die nicht aber mein Thema heute ist Palästina Israel und ich würde gerne wissen wie siehst du denn die ganze Geschichte mit Palästina Israel aber guck mal du auf einem plakat auf palästinischer flagge gleich Terror wichtig bitte hast du auf palästinischer flagge genau Islam gleich Terror sehe ich genauso hast du mit Christum und Judentum sind die nicht kein Terror nein ok sehr gut die amerikaner die taliban seit jahrelang bevor du weitermachst nenne mir nenne mir den letzten christlichen anschlag wo ein christ in eine moschee gelaufen ist und jesus al akbar geschrien hat und hat sich in die luft gejagt jahrelang hat in hanau ist es passiert kein christ gewesen kein christ gewesen christ church kein christ gewesen was war das dann das waren durchgeknallte menschen ach so jetzt ist ein durchgeknallte menschen der in hanau war nicht gesund im kopf derjenige hat die muslime auf neuseeland umgebracht weil er rache nehmen wollte für madrid für paris und in hanschläge genommen haben und in der kirche was war auch ein ungesunder mensch in hamburg in der kirche ja das ist auch schon mal passiert der typ mit 1000 magaziner ist hingegangen und hat auf menschen geschossen in der kirche verifizieren aber tatsache ist du wirst kaum du wirst keine du wirst keine attentate von christen die letzten 100 jahre sehen wo sich irgendwo die luft weiß die christliche milize auf dieser welt die einfach grundlos andere religionsgemeinschaften abschlagt die einzige religion auf dieser erde die überproportional viele menschen ermordet ist der islam und ich nenne die jetzt daten und fakten im durchschnitt 350 menschen sterben in der woche durch den realo islam im durchschnitt sind 12 länder in dem so etwas stattfindet 1000 menschen sterben jeden monat durch den realo islam seit dem 11 september gab es 37.000 islamische angriffe auf von djihadi gruppen auf der ganzen welt mit djihadi gruppe werden von westlichen menschen umgebracht worden djihadi gruppe religion bringt so viel gewalt hervor wie der islam und djihadi gruppe werden von westlichen unterstützt die taliban werden von westlichen woher haben sie bomben und waffen woher jahre waren amis bei uns 21 jahre waren us aber die hatten die taliban die hatten immer bomben woher die taliban ihre waffen bekommen ja woher kommt woher bekommen die aus pakistan in pakistan werden sie an der grenze gebaut das wird grenze gebraucht glaube ich die nicht ich glaube ehrlich nicht warte warte mir musst du nicht glauben ich verlange von niemandem der hier ist dass pakistan wappen industrie ok entschuldigung auf youtube pakistan wappen industrie ok pakistan wappen factory wenn du dir das anschaust dann kommen hunderte von videos von hunderten kleinen geschäften wo am laufenden band kalaschnikows schusswaffen gebaut werden von einheimischen pakistanis die diese waffen dann an ihre mudjaidin gruppen geben aber ganz besonders auch nach afghanistan liefern mir musst du nicht glauben mir musst du nicht glauben aber schau dir das auf youtube an da siehst du es schwarz auf weiß und guck mal auch da gibt es genug material über die waffenindustrie von privatmenschen in pakistan im panjab gebiet ok man werde ich das machen danke für aber wenn ich jetzt morgen eine waffe nehme und auch menschen schließe bin ich ein terrorist ein muslim oder ein ungesunder menschen das kommt darauf an welche motive du dahinter hast wenn du später sagst ich habe nicht aus islamischen gründen jemand getötet und du sagst das auch dann aber wenn wir dir das zuhören weiß ich nicht wird mich gefragt ob welche motiv dahinter gesteckt hat wird mir gefragt wir fragen uns immer und am ende heißt es immer am ende haben wir immer herausgefunden dass die meisten attentate die geschehen sind besonders in europa 40 terroranschläge durch djihadi und privatpersonen und alle haben sie angefangen mit Allahu Akbar und dann sind sie reingegangen und haben sie menschen ermordet genauso wie jetzt wieder vor kurzem in belgien wo ein nordafrikaner zwei schwedische fußballer ermordet hat und das kann ich auch nachvollziehen alles gut solche leute kann ich überhaupt nicht nachvollziehen aber ich bin muslim und kann ich niemals nachvollziehen jemanden anderen zu bringen umbringen oder jemanden schaden niemals aber der koran gibt grundsätzlich grundsätzlich gutes licht ich glaube das nicht ich will auch nicht gibt es es gibt die sogenannten aufforderungsverse wo der koran zum jihad aufruft auch zu der ermordung von was bedeutet jihad jihad bedeutet sich anstrengen und bemühen auf dem wege allahs nein jihad ist es wenn jemand in deine wohnung reinkommt der kampf mit seinem ego jihad ist das krieg mit seinem ego und das nennt man eigentlich jihad oder der kleine jihad ist der krieg gegen armeen und jihad akbar ist der große jihad mit seinem ego mit seiner persönlichkeit mit seinem schwächen aber jihad bedeutet sich anstrengen und bemühen auf dem wege gottes ok gut zu wissen gut ja milad dann danke ich dir dass du da gewesen bist und ich bringe jetzt den nächsten hoch ok aber nicht jeder südlich aussieht ist ein terrorist das wäre auch ein bisschen absurd dann wäre ich mit dir auf der gleichen ebene aber die kommentare auf deutschem niveau sage ich mal auf deutschen übersicht sagt man nicht jeder der paar jahre hier ist ist schlecht ist ein terrorist bezieht bürgergeld das sagen wir alle 1,5 millionen syrer die 2015 und 16 nach deutschland gekommen sind von den 1,5 millionen syrer sind laut einer untersuchung 900.000 im harz 4 oder in dem sogenannten bürgergeld so das zeigt schon viele sitzen den deutschen steuerzahler auf der tasche dir ist schon klar in welchem land du lebst ja du lebst in einem der groß bürgergeld das beste land der welt um hier im frieden zu leben du hast gesagt die hälfte von 900.000 900.000 ist nicht die hälfte das ist das ist 70% aller syrer hocken nach sieben oder acht jahren immer noch in der bürgergeld richtig gib einen syrer harz 4 und dann wirst du erschreckende zahlen dort sehen ja das regierung ist selbst schön wenn die bürger erhöhen und nicht so viel keinen druck machen auf solche leute die nicht arbeiten wollen sehe ich genauso aber wir sind noch ich finde es geht noch viel weiter wir hätten sie nie nehmen dürfen aber aber es ist so wenn jemand hierherkommt dann Asylrecht hat und nicht arbeitet der darf nicht abgeschoben werden der hat Asylrecht oder und wenn AfD an der Macht kommt die können auch nichts dafür weil der Typ oder die Person der hat Asylrecht oder welchen Asylgrund hast du angegeben welchen Asylgrund habe ich angegeben mein Asyl wurde damals abgelehnt und warum bist du noch in Deutschland wenn er abgelehnt worden ist aber denkst du dass die Leute die das entscheiden entscheidet das Bauchgefühl nicht mit es wäre sehr schade wenn viele Leute entscheiden würden sondern das Bauchgefühl persönlich warte doch ich kenne viele Leute die hatten genau gleiche problem wie ich ok welchen Asylgrund hast du bekommen wir hatten also von der oder von die bekommen weil keiner an die oder der richter gut drauf war an dem tag und bei mir meins wurde abgelehnt also erstens so etwas wie gute gelaunte Richter und schlecht gelaunte Richter gibt es nicht es gibt die grenze gekommen oder hast du asyl ordentlich beantragt ich habe asyl ordentlich beantragt und was war dein asyl grund der grund deiner flucht der grund meiner flucht genau so wie der afghaner er musste mir sagen ich weiß die motive da hat einer geschrieben der kriegt bald besuch von der polizei ich bin kein illegaler mensch ich habe mein aufenthalts hier ok was ist dein asylgrund ich will dich nicht vorführen ich will nur wissen was war dein asylgrund das möchte ich nicht sagen genau ok kein problem respektiere ich gut milad dann danke ich hier geschrieben monika bürgergeld solche dumme leute es gibt leider fehler und die können auch mit entscheiden und wählen ich will über dich nicht urteilen weil ich dich nicht kenne ich habe große skepsis gegenüber der aufnahme von afghanischen es geht inklusive meiner landsleute aus kurdistan nicht so sehr iran weil die iraner hassen islam und deswegen passen sie die iraner sind richtige muslime im iran aber sobald diese hier sind dann wechseln nein das stimmt nicht ich habe die richtige muslime in iran die hierher kommen die die ändern den gesicht und dann die wieder deutschen pass kriegen sie in iran und ich mache öffentlich kundgebung und auf diesen sehr viele iraner ich kenne mein haushalt ist afghaner der ist sechs jahre hier der ist afghaner der ist meine hausart der ist eine art wunderbar wenn jemand sich integriert und seinen beruf hier praktizieren kann und steuern bezahlt und sich an die gesellschaftlichen spielregeln hält dann bin ich der letzte der sagt raus mit dir aber viele afghaner können sich nicht an die spielregeln halten genauso viele flüchtlingsgruppen aus dem islam oder aus den islam genauso auch viele iraner habe ich auch kennengelernt die hier nicht passen leider auch das stimme ich dir komplett zu ich würde sie auch alle rausschmeißen genauso ich bin auch deiner meinung ja aber ich sage dir ich sage dir die ich habe mehr als steuer bezahlt ich habe mehr als euch alle wir wollen auch die freunde die jetzt da schreiben ich will niemanden hier persönlich angreifen ich respektiere das ich kenne dich nicht und deswegen kann ich mir keine abschließende meinung über dich bilden und deswegen greife ich dich auch hier nicht an ich wollte ein normales gespräch haben und das hatte ich ich danke dir auch schnappen mach's gut tschau 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 Ja an dieser Stelle will ich auch noch mal meine Freunde im Chat erinnern Leute wir wir versuchen möglichst ich will mein Chat frei haben von Beleidigungen egal in welche Richtung das geht ich will nicht dass Muslime beleidigt werden ja dass man sagt du Parasit oder dass man bestimmte Dinge hier sagt Freunde die einzige Chance die wir hier haben herauszufinden ob wir auf der richtigen oder auf der falschen Seite sind ist dass wir alle unsere Nerven zusammenreißen ja dass wir wirklich mal ähm dass wir uns ein bisschen zusammenreißen und dass wir die Argumente sprechen lassen ich bin nicht hier für Krawall machen ich bin hier weil ich argumentativ mit den Leuten ähm diskutieren möchte und ich will gute Argumente vorbringen ich will mir gute Argumente auch anhören aber das geht nicht ihr müsst den Chat ein bisschen respektieren und ich bitte euch respektiert den ähm respektiert den Chat okay vielen Dank gut dann schauen wir mal an es sind immer noch hier acht Meldungen jetzt gucken wir mal ähm was hier noch so drin ist äh ach mein Gott okay gucken wir mal so Melo hi Kian wie geht's dir ja wunderbar wie geht's dir auch gut ich war noch nie live erstes Mal dann herzlich willkommen mein Lieber ja gut ich bin auch auf der Israelseite okay schieß los nee ich wollte mir einfach nur so mal hallo sagen ah okay gut okay so du hast ähm nichts für Israel vorzutragen oder warum du pro-israelisch bist ich bin für Israel weil äh viele Moslems die halten sich nicht an die Regeln wie man so sagt äh die tun viele Kinder vergewaltigen und äh die passen sich einfach nicht an das ist nicht nur hier in Deutschland so das ist weltweit ich komme selber aus Italien und ich sehe das auch dort genauso ja Italien 2021 in Milano äh gleiche Geschichte Silvester ähm 2021 äh 22 ähm hunderte von Belästigung gegenüber einheimischen italienischen Frauen durch Nordafrikaner das gleiche genau ich weiß in Köln skandalös ja das hört öfters so das ist nicht nur das hört man tagtäglich absolut das werden halt ja absolut ja wunderbar Melo dann äh wenn du nicht weiter dazu was zu sagen hast dann ziehe ich mal den nächsten hoch weil ich suche ja die kritische Auseinandersetzung und ähm ähm danke dir dass du zumindestens dir deine Gedanken gemacht hast und äh vielen Dank mein Lieber wie gesagt ich folge dir jetzt gell einen schönen Abend wünsche ich dir noch vielen Dank dir auch mein Freund ja ciao ciao Bonanotte Bonanotte so okay so dann gucken wir mal hier wer ist hier Akram Jur na kommt nicht hoch klappt nicht gut dann hole ich den nächsten hoch goodbye äh so na die laden nicht richtig sieht so aus als wenn da keine Verbindung besteht gut dann mache ich das auch mal weg dann gehe ich mal weiter hier ich glaube dich hatte ich schon mal eben oben irgendwie geht es nicht durch recht herzlichen Dank na wieso geht das nicht durch gut aus irgendeinem Grund schaffen es die Leute nicht nach oben das lädt und lädt und lädt ja vielen Dank auch für die 77.000 Likes schon ja recht herzlichen Dank und ähm ja warte ich mal ein bisschen so der eine ist auch rausgesprungen alles klar dann gucke ich mal deutsch heidnisch hat auch nicht geklappt Mike ist glaube ich auch schon verschwunden ja Mike Servus und guten Abend wünsche ich dir äh äh oder an dich äh du bist doch äh also äh lass mich nicht lügen aber du bist doch der der beim Stürzenberger mal dabei ist ne ich bin immer bei Stürzenberger dabei yes man yes mein Respekt Junge super ja mir leistet auf jeden Fall klasse Arbeit gut ähm kommen wir zum Thema und zwar ich wurde sehr ich wurde sehr neutral erzogen für mich äh wurde gesagt von Anfang an Mensch ist Mensch ich kann mir meine Religion selber aussuchen wenn ich das möchte nein ich hab's gelassen weil ich der Meinung bin dass die dass Religion ein bisschen äh Probleme verursacht also nicht alle aber ein paar so und ähm das heißt ich hab schon mehrfach aufgrund dieser ganzen Spannungen Probleme das Gespräch zu Moslemen gesucht man kann super mit Moslemen reden kein Problem du darfst dir nur nicht erlauben den äh ja den Islam zu kritisieren wenn du die kleinste Kritik am Islam aussuchst bist du ein HS du wirst bedroht du wirst angespuckt du wirst beworfen oder sonst irgendwas und ähm ja ich meine auch dass das das Hauptproblem sein wird sie beschweren sich quasi also für mich ich würde eine Mauer hochziehen und sagen hier eine Seite Israel andere Seite Palästina wo ist aber das ist jetzt meine gedankliche Lösung weil Mensch ist Mensch wir haben genug Platz irgendwie muss es ja gehen so und äh das Hauptproblem ist im Prinzip ähm dass die beschweren sich dass die äh äh angeblich also so wie wenn man wenn man einen Moslem reden hört dann sind die Israelis wohl mal als 1,5 Millionen Leute ins Land gekommen angeblich so jetzt haben sie sich vermehrt und jetzt verbreiten sie sich und verdrängen die ähm ähm Palästina Palästinenser so hat mir ein Moslem das erklärt und dann habe ich halt versucht nur gegen ich habe nur gesagt naja das stimmt doch jetzt nicht ganz also wie du das gesagt hast habe ich das nämlich auch im Kopf so ein bisschen und und schon war ich ein HS ich war ich wurde bespuckt ist aufgestanden und gegangen und diese ganzen Aufeinandertreffen von mir als Ungläubiger nennt man das glaube ich äh auf einem Moslem weil ich einfach auf den Mensch zugegangen bin hat mir gezeigt dass der Moslem einfach so ein bisschen auf äh auf 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 aggro gepolt ist irgendwie so ein bisschen wir haben ja 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 zwei Millionen äh Muslime und davon sind wirklich es sind wirklich 18-19% Hardliner also so eine so eine so eine ganz äh wie sagt man so eine äh äh Graviaten wie heißt das andere Wort ähm egal äh Leute die halt wirklich den Koran eins zu eins übertragen auch eins zu eins gelernt bekommen haben Mohammed hat halt gesagt naja wenn der nicht passt muss er umgebracht werden oder Kopf abgeschlagen oder Hand abgeschlagen und die machen das dann standard genau wie du wie der andere schon sagte im Christentum dasselbe du hast im Christentum auch Leute die sehr stark christlich sind und ihren Glauben vertreten und äh du hast auch Tötungsbefehle im 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 in in der Bibel so jetzt ist das lustige der Christ ein richtig fester Christ ja nimmt die Bibel als Leitwerk und nicht Wort für Wort wenn du von einem ähm ähm rabiaten Christen ja hast du zu gefürchten dass er dir Messwein ins Gesicht spuckt und dich mit Oplatten bewirft aber nicht mit Bomben das ist immer meine Aussage da dazu also für mich die letzten zehn na zwölf Jahre die Erfahrung die ich gesammelt habe mit Muslimen mit auch Leuten vielen Leuten die hierher kamen also die betragen so auf ihre auf ihre Scharia oder wie das heißt die wollen hier in Deutschland ihre Scharia haben und ähm warte mal eine Sekunde bitte Mike ähm Edis Edis oder Edis komm mal hoch komm mal hoch du brauchst mich nicht ich brauch dich auch nicht aber wir können darüber sprechen wen die Gesellschaft mehr braucht braucht die Gesellschaft Leute wie mich oder braucht die Leute wie dich mit einem weiß ich nicht türkisch bosnischen Wappen in deinem Bild komm mal hoch melde dich und dann unterhalten wir uns mal okay nicht einfach nur hier was schreiben komm mal argumentativ mit irgendetwas ich bin offen für Gespräche auch für Kritik mir gegenüber herzlich willkommen mein Lieber ganz besonders wenn du was zum Thema Israel oder dem Fake Volk Palästinenser zu sagen hast Merci ja das ist es ja Michael Entschuldigung dass ich dich unterbrochen habe was hast du denn zu dem Palästina Israel Konflikt zu sagen naja also wenn wir davon ausgehen dass Mensch ist Mensch ähm meine ich ja es wäre sicherlich Platz für beide da ne und für mich ist der Aggressor auch eindeutig ähm äh der Palästina Palästinenser oder wie sich das nennt würde ich sagen weil äh das sind überwiegend Muslime und Muslime wie du schon sagst die sind wirklich aufs Krawal gebürstet und weil man ihnen schon mehrfach angeboten hat eine äh wie dieses geteilte also dass man gemeinsam leben kann dort und das sind die Muslime die halten da komplett Abstand die sind voll die wollen eigentlich wollen die die Israelis komplett loswerben so und das ist definitiv nicht umgekehrt also der Israeli hat ja schon seit jeher immer wieder mal probiert ähm das Gespräch zu suchen eine gemeinschaftliche Lösung zu finden ja und so weiter und so fort und äh ich sag ja wie du schon gesagt hast die warten nur drauf dass er irgendwie ein Foto oder ein Video machen kann wo in diesem Video völlig aus dem Zusammenhang gerissen irgendwas gezeigt wird dass man sagen kann der böse böse Israeli und dann finde ich was ich auch noch extrem wichtig finde das habe ich auch erst in den letzten vier Jahren gelernt ähm Jude ist nicht gleich Jude denn es gibt auch Leute die diesen die Glaubensrichtung oder diese Religion oder wie 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 diese Ethnie sag ich jetzt mal vielleicht äh das auch negativ ausnutzen oder diesen Namen beschmutzen aber tatsächlich gibt es auch bei den Muslimen irgendwelche solche und es gibt auch welche von Christen gibt Leute die schimpeln sich Christen machen komische Sachen ich denke man muss da auf jeden Fall differenzieren ich weiß nur eins und das kann ich jedem der hier in dem Chat ist jedem der hier zuhört kann ich das nur sagen wenn ein Deutscher hat ein ganz großes Problem mit seiner Ausdrucksweise wenn ein Deutscher sagt die Muslime dann meint er damit definitiv nicht alle sondern immer nur diesen Teil der negativ aufgefallen ist das ist so das wir haben jetzt hier den wir haben jetzt hier den Edis der kommentiert jetzt Juden und Zionisten sind Zionisten hat er falsch geschrieben das wird nicht mit C geschrieben sondern mit Z er schreibt Juden und Zionisten sind zwei Welten das ist eine antisemitische Aussage und ich erkläre euch auch warum Zionismus ist für die also die Juden als Zionisten anzuprangern ist ein Synonym oder ein Versteckspiel um nicht Juden sagen zu müssen wenn sie Zionisten sagen meinen sie Juden weil jeder nicht alle Zionisten sind Juden aber die meisten Juden sind Zionisten und deswegen ist das klar ich bin auch Zionist ich sage das ganz offen ich bin ein Zionist ich wünsche mir dass die Juden dort ihre Heimat dort finden geplagt von antijüdischer Propaganda seit über 2000 3000 Jahren das zurückgeht bis in die römische Geschichte dann kommt das Christentum dann kommt der Islam und alle haben sie ihre Konzepte um die Juden aufgebaut und dann begann die Hetzjagd durch die Zeiten durch die Jahrhunderte und mehr und mehr Lügen wurden gegenüber den Juden erfunden und das war das Ergebnis dass Hitler dann die Ermordung von 6 Millionen Juden angeordnet hat weil diese antisemitische Propaganda so gesessen hat erstaunlich ist auch dass Leute dass Edis auf der Arbeit ist und er nicht in der Lage ist hier hochzukommen aber er kann hier die ganze Zeit scrollen und kann hier mitkommentieren was ist für eine komische Arbeit wenn ich auf der Arbeit bin dann kann ich mir nicht mal in der Nase puppeln deswegen finde ich das schon ziemlich beeindruckend dass jetzt ja dass er nicht hochkommen kann ich weiß etwas später werden viele Muslime dazustoßen wir hatten teilweise tausend aus irgendeinem Grund wahrscheinlich haben sie sich gegenseitig in den Fohlen gesagt geht nicht auf den der macht euch fertig und so weiter und so fort das ist ja immer so ist ja immer 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 üblich ja ähm dass die Leute dann ähm andere Muslime wegziehen und möglichst ähm nicht in meinen Chat kommen weil wenn man mit jemandem wie mir diskutiert dann sollte man sich vorher ein bisschen vorbereitet haben oder man sollte vorweg schon mal ähm du bist mediengesteuert wer ist das Peter Jung du bist mediengesteuert wenn du mich damit meinst dann komm bitte hoch mein Lieber und dann unterhalten wir uns über die angebliche Brainwash Industry die ähm mich dazu gebracht hat Positionen für Israel einzunehmen ja dann kommt doch mal einfach melden und hochkommen ich bin immer froh wenn jemand sagt ey du bist Kopf gewaschen du hast keine Ahnung von Israel und Palästina komm und ich zeig's dir dann bin ich hier keine 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 Frage hier ja Mike ich danke dir erstmal recht herzlich dass du da gewesen bist mein Lieber danke für deine Einlagen und deine Kommentare ich bedanke mich recht herzlich mein Lieber und ähm ja ich hatte jetzt auch dich stumm geschaltet weil es war so ein starkes Rauschen ähm und ähm ja würde sagen grauer Wolf sagt ich will nur deinen Kopf haben aha okay alles gleich danke dir dass du mich hochgenommen hast und äh wünsche euch einen schönen Abend vielen Dank mein Lieber mach's gut grauer Wolf also ich hoffe ihr habt ihn noch nicht geblockt wurde er geblockt liebe Moderation wenn er wenn er nicht geblockt ist dann lass doch den grauen Wolf hochkommen mal sehen ob er meinen Kopf bekommt immerhin ist das wertvollste in meinen Kopf ja und wie heißen die äh wie heißen die grauen Wölfe Moment was hat er gesagt hier äh schade dass die Hamas dich nicht als Geisel genommen hat Kean schreibt ein anderer ja dafür nehmen die Israelis jetzt augenblicklich hunderte von Hamas Kämpfer äh gefangen und ich will gar nicht wissen was sie mit denen anstellen ähm ähm graue Wölfe auf Türkisch heißt Boskurt ja und ich nenne sie immer Bos Eschek ja graue Esel ja statt graue Wölfe Bos Eschek das seid ihr und ähm schade ich hätte gerne grauer Wolf gehabt dann hätte er auch mit mir reden können ein anderer möchte dass sie ich von der Hamas als Geisel genommen werde schaut euch mal an was das bedeutet da drehe ich doch mal gleich wieder um zu meiner Lieblingsfahne die ich so verächtlich diese hässliche Fahne ähm äh interessant ist dass ähm diese Leute mir eine Geiselhaft durch die Hamas wünschen nur weil ich den Palästina Israel Konflikt aus meiner persönlichen Perspektive beleuchte mit mir muss doch keiner einverstanden sein aber das genügt schon dass man mir wünscht dass ich eine Geisel von Hamas werde primitives Gesinde so sieht es aus 74 ja ähm ähm was ist denn die Konsequenz daraus wenn man ähm Hamas Geisel wird man wird gefoltert wahrscheinlich gequält und am Ende wird man wahrscheinlich getötet vielen Dank das ist die Realität das heißt derjenige der jetzt Seymour vielen Dank derjenige der es jetzt von mir gewünscht hat der ist auch mit den Verbrechen einverstanden die die Hamas begeht ich möchte den Moderatoren auch sagen wenn jemand so ausfallen wird lasst ihn mal bitte drin und informiert mich mal bitte liebe Freunde damit ich den auch hoch holen kann ich finde es immer sehr feige wenn sich jemand hinter eine Usernummer mit tausenden von Nummern versteckt ja 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 also da möchte ich ganz gerne solche Leute auch hier haben und mal hören äh für was was los ist ja also komm komm ganz besonders ähm ganz besonders meine Kritiker und die die mir den Tod durch die Hamas oder die Folter oder Verschleppung durch die Hamas wünschen das sind die Leute mit denen ich reden möchte ja die sehr sehr gerne kommt und unterhaltet euch doch irgendwie ja nur weil ich mich für Israel ähm positioniere wollt ihr gleich dass ich von einer Terrororganisation verschleppt werde schaut euch mal an wie aggressiv diese Träger dieser sogenannten Friedensreligion sind schaut euch das mal an was die Leuten wünschen Hamas ich einer schreibt der graue Wolf ich will nur deinen Kopf haben kehren und macht dann so fünf sechs Ausrufezeichen ja schaut euch das mal an ja also islamische Kopfabschneider Kultur und der andere möchte dass eine Terrororganisation mich verschleppt diese Leute leben nicht in Palästina die leben auch nicht in der arabischen Welt die leben unter uns Leute das sind eure Nachbarn wie kann man so solchen Menschen wie dieser dieser Trollnummer da und dem grauen Wolf wie kann man solchen Leuten überhaupt vertrauen Hi Slavi, grüß dich wie kann man solchen Leuten überhaupt vertrauen als Nachbarn ja die dir den Kopf abschneiden wollen wenn du mit ihnen ähm eine Differenz in verschiedenen Ansichten hast ja und die islamische Kultur stimuliert dieses Denken ja ich sage immer eine gute Idee macht gute Menschen und eine schlechte Idee schafft schlechte Menschen ja die Ideologie ist immer die auslösende Kraft wie sich Menschen dann benehmen und die Tatsache ist dass der Islam Menschen sehr aggressiv macht Kier wenn du Eier hast schalte Yaralo frei und hol mich hoch ich bin Deutscher und kritisiere deine Motz deine Motz zurecht ne du kannst hochkommen ja sprich nicht immer für andere ähm lass nicht immer andere für dich sprechen verteidige dich selber das letzte was ich mag ist wenn jemand kommt und sagt rede mal mit anders Islam du würdest verlieren ja diese Sprachlosen die ihre Sprachlosigkeit auf andere immer schieben müssen ja ja du bist freigeschaltet lieber Zoti du kannst hochkommen wenn du keine Position hast ruf nicht deine Möchtegern Gebildeten deine Möchtegern Bieter ja die alle argumentativ zerschlagen können sondern stell dich selber den Fakten und wenn deine Sprachlosigkeit dich dazu zwingt andere Leute zu rufen dann bist du dann bist du hier einfach nur verloren so weiter der nächste so beton oder hallo 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 ja grüß dich ja ich würde mich mal fragen wieso du warst hier mal muslim wieso bist du christ geworden das wollte ich mal fragen wo steht in meinem profil das ich christ bin weiß ich nicht gleich bist du auch atheist also das sind zwei verschiedene Fragen wie Himmel und Erde was willst du jetzt wissen ob ich atheist bin oder ob ich christ bin das weiß ich ja das frage ich dich hier richtig ich bin ein waschechter atheist ich glaube an keinen Gott ok und warum die frage stellt sich für mich nicht es interessiert mich überhaupt nicht ob du an einen Gott glaubst deswegen führe ich überhaupt keine theologischen äh ähm Debatten über die Existenz Gottes weil ich fühle völlig unwichtig ist ob du an einen Gott glaubst mir ist eher wichtig was was macht der Glaube aus dir ob du an einen Gott glaubst ist mir völlig unwichtig ich weigere mich solche Debatten zu führen es interessiert mich nicht ob du ob meine Belegungen dich falsch oder richtig sind deswegen interessiert mich auch nicht ob deine Glaubenssünde richtig ich interessiere mich nur dafür was löst zum Beispiel die Anzieherschaft zum Islam in deinem in deiner Welt aus in deinem Gedanken darüber reden wir aber ich rede nicht über die Existenz eines Gottes wir können uns 4000 Jahre wenn wir so lange leben über die darüber unterhalten würden nie zu einem Punkt kommen die Gläubigen sind diesbezüglich nie aufeinander zugerückt die Juden streiten sich seit der Existenz des Juden streiten sich alle drei Religionen über die im Alter von 4000 Jahre welcher Gott der richtig ist und die sind in dieser Frage nicht ein Zentimeter mehr und deswegen ist es völlig egal ob jemand an den Gott der Welt ja was ist deine Philosophie nein deine Philosophie warum du mit Stürzenberg ja dann immer unterwegs bist wenn du eh Atheist bist ja aber trotzdem redest du ja als über die Religion über den Islam über den Christentum über das Judentum ja deswegen Atheist red doch einfach mal über das über den Atheist Atheismus ich ich unsere Bürgerbewegung Pax Europa die ich auch angehöre genauso wie Michael Stürzenleiner wir unterhalten uns über den Islam unsere Bewegung ist überpartei und überkongestional das heißt wir ähm wir geben keiner Religion um den Vorrang und auch keiner politischen Ausrichtung um den Vorrang ok? ok noch eine Frage bezüglich Palästina Israel zum Beispiel oder eine Anmerkung ja was hältst du davon zu dem aktuellen Konflikt pro Israel anti Hamas zwei Staatenlösung wenn überhaupt wobei ich zwischen zwei Staatenlösung und einem Israel in dem alle Menschen leben die jetzt augenblicklich in dieser Region leben zusammenkommen aber ähm anti Hamas anti Jihad und für das ist meine Meinung ja was hältst du davon eigentlich dass eigentlich Israel besetzt worden ist gut wenn ich jetzt rede bitte mach deinen Ton aus ja weil die Leute beschweren sich über den Ton ok ja danke dann mach mal den Ton jetzt weg ein Land ein Land ein Land ein Land kann man nur besetzen wenn dieses Land davor existiert hat ähm vor 1948 wo gab es da einen palästinensischen Staat mit einer politischen mit einem politischen Parlament und mit einem Volk das sich so genannt hat man kann nur ein Staat besetzen wenn dieser Staat auch existiert hat das Land hieß damals britisches Mandatsgebiet Palästina und das Wort Palästina leitet sich nicht von den Palästinensern ab sondern ist lateinisch von Palästin und heißt die durchziehenden weil diese Regionen von so vielen Völkern besucht worden sind und ähm das Land war unter osmanischer Herrschaft da haben die sogenannten Palästinenser auch nicht gegen die Osmanen rebelliert und in frühester Zeit war dieses Land Judäa Judäa das Land der Juden hieß es und das war Judäa war mindestens 2900 Jahre als solches bekannt ja das weiß ich ja das heißt niemand hat irgendetwas besetzt die Juden sind an einem Ort zurückgekehrt der ihnen gehört nein die Juden die wurden vertrieben und die die Juden wurden nicht vertrieben teilweise es gab drei Momente die wurden eigentlich aus Judäa die wurden damals vertrieben aus dem Land mehr waren als die Araber die dort gelebt haben die Juden wurden nicht vertrieben es gab die Juden haben kontinuierlich durch die ganze Zeit selbstverständlich haben die Römer sie zum Beispiel vertrieben ja gab es auch es gab zum Beispiel auch die also wurden sie vertrieben dann wurden sie vertrieben aber die Juden haben immer durchweg in dieser Region gelebt und deswegen gibt es ja auch so viele Beweise für die jüdische Existenz im Nahen Osten aber nenne mir einen Beweis nur einen einzigen Beweis dass es so etwas wie ein palästinensisches Volk in diesem Gebiet gegeben hat gibt es nicht du wirst keinen Beweis finden im Ramallah also im Westjordanland gibt es ein palästinensisches Museum guess what das Museum steht seit 20 Jahren und das Museum ist leer warum weil keine archäologische Ausgrabung in den sogenannten palästinensischen Gebieten hat irgendeinen Beweis hervorgebracht dass es so etwas wie ein palästinensisches Volk gibt das sich unterscheidet von den Jordanier, Syrer oder Ägypter es gibt es nicht die palästinenser sind fake dieses Volk gibt es nicht es gibt Araber die dort gelebt haben und es gibt Juden die auf dem britischen Mandatsgebiet Palästina gelebt haben aber es gibt keine palästinenser und keine palästinenser die da gelebt haben die da mit Juden zusammen gelebt haben die waren Araber mit Juden und die waren zumeist aus Jordanien, Syrien oder aus Ägypten wie siehst du jetzt den Konzept momentan? das Museum Daniel ist leer das Museum ist leer da ist nichts drin ja bitte stehst du stehst du zu den Israelern oder zu den Araben palästinensern das ist die israelische Flagge und das ist die palästinensische Flagge hier siehst du für mich ist die Hamas gleich der IS Al-Qaida ist für mich Dschihadi ist für mich Terror und ich stehe selbstverständlich mit der Zivilisation und das ist Israel ja das sind auch Menschen das sind doch alles Menschen das sind doch alles Menschen ja das ist der andere Aspekt in diesem Konflikt ich bin natürlich nicht dafür dass palästinensische Kinder also Kinder die dort in diesem Gebiet leben das hier behaupten heißt Palästina ich bin nicht dafür dass Kinder getötet werden dass Menschen verletzt werden dass Menschen vertrieben werden und so weiter und so fort aber was soll ein Land wie Israel tun dass es mit einem Feind zu tun hat das aus Wohngebiete unter Krankenhäusern in Supermärkte und in zivilen Einrichtungen ihre Raketen abschießt wie soll man so jemanden bekämpfen das einzige was Israel tun kann ist es gibt das sogenannte Prinzip Knocking on the Roof das heißt die Israelis schießen sehr kleine Raketen auf das Dach eines Hauses so dass nicht mal das Haus einbricht sondern dass es nur eine kleine Explosion gibt und damit sagen sie den Leuten dieses Haus wurde markiert raus aus dem Haus Israel wirft Flyer ab mehrere Tage bevor sie bestimmte Wohngebiete attackiert und sagt zieht von da aus wir wissen dass die Hamas sich dort ihre Militärquartiere eingerichtet hat zieht weg von dort denn in drei Tagen werden wir dieses Gebiet bombardieren die Hamas hat das nicht gemacht am 7. Oktober die hat einfach die Grenze aufgebrochen mit Paragleiter sind sie über die Grenze geflogen und haben 400 tanzende junge Menschen ermordet und sind dann in die anliegenden Kibbutzer also in die anliegenden Wohngebiete gegangen und haben dort nochmal 800 Menschen an einem Tag abgeschlachtet das ist der Unterschied zwischen der Methode wie Israel gegen Terroristen kämpft und wie Terroristen auf die Zivilbevölkerung in Israel losgehen das ist der ganze Problem die Hamas kann ihre Attacken gegen Israel nicht sein lassen also muss Israel darauf gebührend antworten ja du bist ja Iraner wie stehst du eigentlich zu Iran dann? weil die ja auch weil die ja eigentlich ja auch positiv genau zu der eigentlich zu der Hamas stehen genau zur Hölle mit dem Iran nieder mit der islamischen Republik Iran nieder mit der Islamischen Republik Iran nieder mit dem Islam nieder mit dem Islam nieder mit dem Islam nieder mit dem Islam extreme change ich möchte einen Wechsel des Regimes ich möchte dass diese dass diese wilden nicht dort dass diese wilden nicht dort regieren ich möchte einem Iran in dem der Islam keine Rolle spielt es sind ja nicht alle wilden alle in der Regierung sind wilde ok alles religiöse Fanatiker ok gut Kian dann wünsche ich noch einen schönen Abend recht herzlichen Dank dass du da gewesen bist mein Lieber und danke dass du gefragt hast Dankeschön mach's gut tschau 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 ok der Nächste so Asad oder Asad Entschuldigung Asad bitteschön alter Freund alles klar ja vielen Dank du musst etwas lauter sprechen man hört dich nicht so gut hörst du mich besser jetzt? jetzt hört man dich besser ähm du hast ich habe auch eine Frage du hast vorhin erwähnt dass es die Palästinenser gar nicht gibt die gibt es nicht ja äh ich kenne mich da nicht so aus in der Materie aber ist das nicht schon Richtung Volksverhetzung? nein ist es nicht weil dazu gehört ja meines Wissens nach dass man äh zum Beispiel den öffentlichen Frieden stört und das machst du ja damit verstehst du? ich meine das ist ja das ist ja erlaubst du mir ein ein Zitat damit ich das beweisen kann? aber natürlich ok Soher Mohsen ist Sekunde Soher Mohsen war ähm ein palästinensischer Politiker der von 1971 bis 1979 die syrisch kontrollierte PLO Gruppierung aus Saika anführte und 1979 einem Attentat zum Opfer fiel er war ein hoher PLO Funktionär also der Palästinenser oder Palestinian Liberation Organization ok er war ein hoher Funktionär innerhalb der PLO die PLO sagt dir was? sagt dir die PLO etwas? aber natürlich das war äh 1984 die Partei die ich jetzt nicht nennen darf mitgekämpft die kurdische Partei gut und die PLO war wer war der Kopf der PLO? äh Yasser ich weiß nicht ganz Arafat genau ok Soher Mohsen sagt hat in einem hat in einem Interview in der niederländischen Zeitung truf folgendes gesagt das Interview war 1977 und ich habe das Sekunde hier ist die Zeitung der Ausschnitt wo er auf diese Punkte eingeht die ich jetzt vorlese so und in diesem sagt er hör genau zu und dann fragst du dich bin ich der Volksverhetzer oder ist dieser hohe PLO funktioniert der Volksverhetzer warte mal was du jetzt sagen willst ist von diesem Arafat? nein nicht von dem Arafat sondern von diesem Mohsen ähm Soher Mohsen Mohsen der ein hoher PLO funktioniert ok alles klar er sagt ein palästinensisches Volk existiert nicht die Schaffung eines Palästinenser Staates ist nur ein Mittel um unseren Kampf gegen den Staat Israel zugunsten unserer arabischen Einheit vorzusetzen in Wirklichkeit gibt es heute keinen Unterschied zwischen Jordaniern Palästinensern Syrern und Libanesen was anderes sage ich nicht nur aus politischen und taktischen Gründen sprechen wir heute über die Existenz eines palästinensischen Volkes weil arabische nationale Interessen verlangen dass wir die Existenz eines bestehenden palästinensischen Volkes setzen um dem Zionismus entgegen zu stehen aus taktischen Gründen kann Jordanien was ein souveräner Staat mit definierten Grenzen ist nicht Ansprüche auf Haifa und Jaffa stellen während ich als ein Palästinenser zweifelsfrei Haifa, Jaffa, Beersheba und Jerusalem beanspruchen kann allerdings in dem Moment jetzt kommt ein sehr wichtiger Satz in dem Moment in welchem wir unser Recht auf ganz Palästina reklamieren werden wir mit der Wiedervereinigung von Palästina und Jordanien nicht eine Minute warten so ich sage nur was Palästinenser sagen dieser Funktionär sagt es gibt keine Palästinenser also stützt du deine also stützt du deine also ich bin für niemanden sozusagen ich kenne mich also ich halte zu keiner Seite ich bin neutral ich will nur eben anmerken dass du deine dein Argument auf auf ein auf ein Zitat eines PLO eines hochrangigen PLO Funktionärs stützt nicht nur auf das nicht nur auf das erstens erstens es gibt keine historischen Beweise keine historischen Beweise dass es je ein Volk der Palästinenser gegeben hat sie tauchen keinen Geschichtsbüchern auf es gibt keine Ausgrabung in dem Gebiet in dem sie leben der es darauf hinweist dass da ein Volk gelebt hat das eine politische Einheit war die man heute Palästinenser oder Palästiner nennen kann es gibt keine äh chronistischen Überlieferungen keine historischen Überlieferungen es gibt keinen Palästiner als Königreich oder als Republik der zu irgendeiner Zeit existiert hat aber es gab in der in der 3700 Jahre Geschichte der Juden gab es hunderte von Hinweise dass die Juden in diesem Gebiet nicht nur gelebt haben sondern dass sie dort auch ihr Königreich hatten und dass es Epochen gegeben hat wo die Juden dort geherrscht haben und deswegen gibt es durchweg durchweg in der Geschichte des jüdischen Volkes Beweise dafür dass dieser Boden der heute Israel heißt zu den Juden gehört mal abgesehen davon dass auch der Koran die Besiedlung die Besiedlung dieses Gebietes durch die Juden unterstützt ja das habe ich schon gefragt warum in der Bibel und so weiter nur Israel steht aber meine andere Sache man kann dasselbe ja dann auch zu den Türken sagen zum Beispiel als Atatürk der Türkei gegründet hatte davor gab es die Türken an sich die Türken wie sie heute sind ja auch nicht so sieht es aus und das waren die Osmanen die Syrer und die Iraker haben nicht existiert das sind ein Fake-Volk das waren eigentlich Großsyrien oder Scham Syrien Großsyrien Jordanien und Palästina haben nicht existiert das war Transjordanien es sind die ganze arabische Halbinsel hat nicht existiert es gibt kein Katar und kein Kuwait kein Bahrain und kein wie sie arabische Emiratungen und so weiter und so fort das ist alles Fake die wurden alle geschaffen zwischen den 30er und 40er Jahren und die Tatsache dass in dieser Zeit die Juden gekommen sind haben gesagt hey da wo wir 3700 Jahre Geschichte haben da lassen wir uns nieder und das ist der Grund warum die Juden diesen Ort gewählt haben aber die Palästinenser haben keine Beziehung zu diesem Ort keine die Araber haben eine Beziehung zu diesem Ort aber Palästinenser gibt es nicht ja da kannst du ja also nach dem ersten Weltkrieg wurden die Länder ja komplett durchgewürfe durchgemischt neue erfunden und so weiter das kannst du ja dann zu fast jedem Land sagen Nationalstaaten gibt es seit 200 Jahren die frühesten Nationalstaaten aber dann also Nationalbildung ungefähr 150 vielleicht 200 Jahre aber die wirkliche Nationalbildung hat alles 1900 bis 1940 stattgefunden dann wurden langsam Nationalstaaten gegründet wie die Türkei das meine ich ja das meine ich ja das heißt warum werfen wir den Israelis vor dass sie dort einen Staat gegründet haben was können sie da wegnehmen wenn es ihnen gehört Juden haben immer dort gelebt und sie haben die die Chance genutzt in einer Zeit sich dort einen Staat aufzubauen in dem es keine klaren nationalen Verhältnisse in dieser Region gegeben hat und da haben sie sich nur geholt was ihnen auch zusteht aber es gibt keine Palästinenser das Wort Palästinenser ist ein Fake erfunden von Yasser Arafat Yasser Arafat hat irgendwann mal in den 70er Jahren in den 60er Jahren 1967 das erste Mal das Wort Palästinenser in den Mund genommen ansonsten hat er immer gesagt das ist ein arabischer Freiheitskampf aber dann ab Ende der 60er Jahre hat er dann angefangen zu sagen das ist ein Kampf der Palästinenser für einen Palästiner und 1974 hat die UN zum ersten Mal das Wort Palästinenser in den Mund genommen bis 1974 haben sie nur gesprochen von Araber die in Palästina leben also ist keine Hetze ja wie gesagt das kannst du ja eigentlich dann bei da im Westen ich rede jetzt über Palästina Israel ich rede jetzt nicht über die Türkei über die Existenz anderer Staaten ich bin heute nur hier über Palästina Israel das ist ja genau dasselbe wenn man das beieinander stellt ist es ja eigentlich dasselbe im Prinzip mag sein mag sein aber ich und ein Teil von Afghanistan und sogar einige kaukasische Republiken wo heute noch Persisch gesprochen wird aber darum geht es nicht es geht heute ich verteidige heute das Existenzrecht Israels ok noch eine andere Frage du hast vorhin gesagt dass du Iraner bist aber du bist ja nicht Kurde ich bin kurdischer Iraner aus Kirmanschau aus Kirmanschau Kirmanschau du siehst Iran als dein Land an oder es ist das Zuhause meines Vaters ich sehe Deutschland als mein Zuhause an du hast ja gesagt du siehst du bist Iraner und du siehst Iran als dein Land an also als deine Heimat oder so Kurdistan ist die Heimat meines Vaters das wollte ich hören das Deutschland ist mein Zuhause mein geistiges und mein physisches Zuhause ok ich wollte nur das Wort Kurdistan kein Problem kein Problem schönen Abend dann vielen Dank Azad vielen Dank dass du gefragt hast alles Gute Ciao ok gehen wir mal weiter hier Hallo bitteschön Hallo ich grüße dich Kian ja grüß dich ich habe ein paar Fragen ja ich habe unabhängig jetzt zum Konflikt letztens eine Dokumentation gesehen und zwar über Afghanistan ja und zwar ging es darum die Taliban haben dort vielleicht kannst du mir das erklären haben dort kriegerische Auseinandersetzungen gehabt mit der IS wie kann das sein obwohl sie beide so gesehen selbe Ziele verfolgen irgendwo ja also die Taliban sind die ähm offiziellen sind die offiziellen ähm Machthaber in Afghanistan und der IS stellt eine nicht nur eine religiöse Gegenbewegung dar zu den Taliban sondern ist auch eine politische Bedrohung ähm ähm warte mal 39 Jahre glaube ich hingeschmissen veranlasst durch eine Biologie oh mein Gott ähm ja zieh dich warm an Kian ist auch wieder so ein User der kommt aber dann komm doch hoch sag doch was du zu sagen hast warum mal so lustige Lachsmilies so so völlig apathische Lachsmilies komm doch einfach hoch auch so gar nicht ist doch schön ist doch warm ja zieh dich warm an Kian ja ich bin mit einem T-Shirt bekleidet also es wird nicht warm nicht mal solche Leute nicht die Leute die sich die meinen Namen in ihr Profil reinstecken müssen da kommt meistens auch nichts kluges dabei heraus das sind meistens genau ja aber das sind diese typischen Muslime die sind so unreif dass man ja die sind so unreif dass man auch sie auch nicht einfach ähm aber bitte Moderator nicht rausschmeißen ich würde mich freuen wenn er sich meldet und einfach mal zeigt ob er sich warm anziehen kann gegenüber meinen Argumenten ja also die die der IS ist sowohl politisch als auch religiös eine eine Gegenkraft zu den zu den Taliban und deswegen bekämpfen die Taliban den IS damit sie ihre damit sie ihre hoheit hoheit nicht über Afghanistan verlieren das ist der einzige Grund die Taliban sehen sich als die rechtmäßigen ähm Herrscher von Afghanistan und deswegen können sie keine politische religiöse oder militärische Macht ähm äh hier hier ähm ja können sie ja können sie nicht zulassen Entschuldigung ich bin wieder zieh dich warm ansackieren mach dich auf meinem Besuch bereit in deinem Büro in London ja Kaffee oder Kuchen welche Kekse willst du haben die Engländer haben sehr gute Cookies komm mal droh nicht bitte droh nicht es ist so lächerlich es ist so aufgepusteter orientalischer Macho Scheiß es ist so es ist die billigste Art jemanden äh zu versuchen einzuschüchtern ja ein richtiger Mann der zeigt sich mit seinem Gesicht der schaltet sich hier auf bei mir zeigt sein Gesicht und sagt mir all diese Dinge ins Gesicht ich verabscheue solche Waschlappen und lächerlichen Figuren wie dich lächerlich lächerlich du bist nicht mal ein Mann du 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 machst ein Fake Profil auf null Follower niemanden folgst du ja und wirklich billig mein Freund billig billig du hast dich eben zum Idiot gemacht vor 230 Leuten wirklich Gratulation du bist der voll idiot des Abends ja der voll idiot des Abends eine Frage noch jetzt könnt ihr ihn sperren jetzt könnt ihr ihn sperren jetzt ist er unwichtig ähm im ähm im Nahen Osten gab es ja so zwei Strömungen gab es ja so eine ähm ähm den politischen Islam halt eben ne und halt eben den politischen ja äh so wie damals in Saddam Hussein war ja diese Baas Partei ja die hat ja eigentlich mit diesem islamischen Ziel ja eigentlich nicht so viel zu tun gehabt jetzt frage ich mich es gibt ja auch in ähm im sogenannten Palästina Palästina gibt es ja so offiziell gar nicht als ist ja nicht anerkannt als äh so genannter Staat ja als ähm so genanntes Palästina gibt es ja ein politisches Ziel wie die PLO oder Fattach habe ich überhaupt keine Ahnung von ich habe nur gehört Fattach gibt noch nicht also eine dritte Strömung wie Fattach und halt eben Hamas ist halt eben eine an der politische Islam ja ähm ähm sag nicht politischer Islam sag Islam das sind die Vertreter des realo Islam stimmt weil alles was drin steht wird ja auch ausgeführt ne da hast du recht ja ähm ähm okay Islam ähm und somit auch ähm würdest du sagen es ist eher ein religiöser Konflikt oder würdest du sagen es ist eher ein politischer Konflikt oder sowohl ein politischer Konflikt Sascha die Hamas Charta sagt es ganz deutlich sie wollen die Vernichtung Israels das ist ein eine Abrechnung Islam gegen das Judentum es ist keine nationale Frage die Hamas schreibt in ihrer Charta selbst wenn die Juden aus dem gesamten Palästina also auch aus den Regionen wo heute Israel ist vertrieben sind geht der Kampf gegen die Juden weiter das ist eine Verpflichtung und deswegen haben sie auch diesen Hadith diesen Überlieferungen vom Prophet Mohammed zitiert also das von Abu Huraira überliefert worden ist nachdem gesagt wird der jüngste Tag wird nicht kommen bis wir die Juden nicht bekämpfen und nicht töten bis die Bäume und die Steine und so weiter reden und sagen hinter mir versteckt sich ein Jude das ist das was sie tun es ist kein nationaler Konflikt auch die PLO hat keinen nationalen Konflikt hier damals geführt sondern die PLO wollte die arabische Einheit und deswegen war die PLO auch so gegenüber positiv gegen Jordanien aufgestellt weil Jordanien ein Teil Palästinas war unter jordanischer Herrschaft aber Jordanien gab es damals noch gar nicht als es diese sogenannte jordanische Herrschaft gab sondern die Osmanen hatten die Osmanen hatten diese Kontrolle gehabt über dieses Gebiet und dann kamen die Araber und dann wurde 1948 Jordanien gegründet und dann haben die Jordanien angefangen diesen Teil dazu zu verwalten deswegen sage ich ja es gibt keine Palästinenser es gibt die Existenz von Palästinenser gibt es nicht ich finde auch immer lustig wenn ich sehe auch immer so Kommentare ich schaue mir das nochmal so an dann gibt es ja sehr viele Türken die halt eben Free Palästin, Free Palästin sind aber von der Regierung bei der NATO und eigentlich pro USA also von der Logik her müssten die wenn die schon pro USA sind auch pro Israel sein schreiben aber Free Palästina deswegen checke ich das nicht so richtig es gibt einen verbindenden Faktor Sascha und der verbindende Faktor ist dieser verbindende Faktor ist der Islam sie rufen Free Palästin weil sie Palästina zur Chefsache gemacht haben warum? weil der Prophet angeblich dort seine Himmelfahrt gemacht haben soll ja von dort aus ist er in den Himmel gestiegen und zwar da wo angeblich der Felsendom ist wo die goldene Kuppel ist da soll er angeblich in den Himmel gestiegen sein und da soll Gott ihm sozusagen die Himmel und die Hölle gezeigt haben und da soll ihm auch aufgetragen worden sein wie viel die Muslime zu beten haben und so weiter und so fort und sie erachten diesen Ort als heiligen Ort und sie sehen es als ein Sakrileg als Heresi Heresi dass die Juden diesen Ort übernommen haben obwohl die Juden da schon weitaus früher da waren ja und das ist der einzige Grund es ist ein Kampf der islamischen Umma der islamischen Weltgemeinschaft gegen das Judentum ja ich habe gestern auch eine Aufnahme gesehen von orthodoxen Juden die sich für Palästine einsetzen das habe ich auch nicht so richtig verstanden warte mal eine Sekunde Sascha aggressiver grauer Wolf nicht bellen mit deinen Boss Eschek mit deinen grauen Esel Parolen komm hoch und unterhalte dich mit mir dein Kopf gehört bald uns Kian komm hoch komm hoch nicht bellen er beeindruckt mich nicht das ist orientalische Aufpusterei ich lache innerlich und alle deutschen Zuschauer die jetzt hier drin sind aggressiver grauer Wolf lachen über Leute wie dich du denkst dass du wie ein Mann rüber kommst aber du kommst wie ein Trottel rüber bei den Leuten die Leute lachen über Araber, Türken und Kurden die eine große Fresse haben ihr kommt als Wilde rüber ihr versteht das nur nicht man schaut nicht und sagt was für Männer man denkt guck mal was für primitive Leute ihr seid primitiv sei doch nicht so ein Neandertaler ja sei doch nicht so ein Neandertaler ja Entschuldigung du gehörst ja zu einer neuen Spezies von Menschen ja homo islamicus idioticus ja das ist die neue Spezies von dir ja also wie gesagt diese orthodoxen Juden die halt eben auf der Seite von Palästina sind das hat mich ein bisschen so irritiert und was würdest du sagen also würdest du dazu nicht weiter ja ja auch würdest du also was sollte eigentlich mit dem Gaza Streifen jetzt passieren wird der Gaza Streifen ein Teil Israels werden also wird ja sag ich mal jetzt Israel sag ich mal auf die Idee kommen jetzt die Gaza jetzt einzuverleiben oder es vielleicht den Ägyptern zu geben ja ähm ich weiß ja nicht wie ja nein nein die Ägypter kriegen das gar nicht die sind die die können nicht mal ihre Hose festhalten die können nicht mal zwei Büros verwalten weil die so hoffen hoffen wir es nicht hoffen wir dass die Ägypter sie aufnehmen und dann gibt es ähm möglicherweise eine Chance für die Leute wieder zurück nach Gaza zu kommen wenn die ganze Hammersbrot ausgelöscht ist und ähm die Israelis haben keine andere Wahl als Gaza zu übernehmen und ein Haus nach dem anderen auszuröchern das wird wahrscheinlich der schlimmste Konflikt Israels in der Geschichte der Entstehung Israels der wird Monate wenn nicht sogar Jahre dauern äh würdest du auch sagen dass äh Westbank davon betroffen sein wird also überhaupt das dieses ganze sogenannte Palästinenser Gebiet oder das kommt darauf an wie sich die Menschen im Westbank verhalten wenn die aus Westbank die nächsten Raketenangriffe kommen und die nächsten Milizen aus der Westbank kommen um Israel anzugreifen dann wird Israel auch in den Westbank ähm einmarschieren du darfst eine Sache nicht vergessen Israel hat eine 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 Staatsphilosophie und diese ähm Staatsphilosophie ist nie wieder die Juden haben natürlich gesagt wir werden es mit keinem Volk der Erde noch einmal erlauben uns in so einem großen Kollektiv zu ermorden und deswegen werden sie mit Hände und Füßen wehren dass das noch einmal passiert und wenn sie dafür den großen Knopf drücken müssen aber sie werden es ihnen nicht erlauben den Arabern dass sie noch einmal in dieser Form Israel angreifen würdest du sagen dass es ein Flächen nur noch diese Sache äh ein Flächenbrand geben könnte wie zum Beispiel mit dem Iran wir stehen kurz davor wir stehen kurz davor jetzt jetzt kommt es wirklich auch auf die Israelis an es kommt darauf an wie wie der Konflikt in den nächsten Wochen weitergetragen wird aber wir sind kurz davor dass die Hezbollah involviert wird wir sind kurz davor dass der Iran involviert wird wir stehen kurz davor dass aus dem Irak tausende Milizen bereit sind sich dem Kampf anzuschließen Israel steht am Rande seiner Existenz aber somit auch aber somit auch denke ich mal auch der Vereinigten Staaten Amerikaner die Russen die Chinesen alle sind sie Global Player und alle wollen sie in dieser Region mitmischen und die Russen ja sie sind pro-iranisch sie sind pro-palästinensisch sie werden sich sicherlich einmischen wenn die Amerikaner sich einmischen und so kommt dann der Stein ins Rollen Wundert mich ehrlich gesagt weil ich letztens einen russischen Artikel gesehen habe über eine russischstämmige Jüdin die auch von Hamas sag ich mal entführt wurde ja und ja da ist das hier bitteschön ist das ein türkischstämmiger ja ja er wie ein Fuchs aus der Idiot hat nicht mal hat nicht mal einen richtigen Wolf gefunden er hat einen Fuchs genommen und hat den grauen Fuchs da reingestellt diese arme Würstchen Hammersanhänger sind weit verbreitet und Großbritern denk nicht dass wir deinen Kopf nicht kriegen zum Kopfkriegen braucht es immer zwei jemand der meinen Kopf haben will und jemand der den Kopf geben möchte also ich weiß ja nicht wieviel Drogen du schon bekommen hast mein Postfach ist in den Social Media voll ist voll ne ist voll überall Instagram, Facebook, Twitter überall kriege ich Morddrohungen Androhungen von Hausbesuche und so weiter und so fort ja passt auf jeden Fall auf dich auf ne wer an mich herankommt der wird in einem schwarzen Sack nach Hause getragen ich lasse nicht so dass ein Dscheradi mir nahe kommt ja deswegen pass auf dich auf da und ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg auch und ich werde auch auf jeden Fall der Pax Europa auch beitreten und ich bin selber Christ aber trotzdem für uns Christen sieht es ja auch irgendwann mal schlecht aus so wenn es so weiter geht und tja was soll ich sagen absolut mein Freund absolut ich danke dir natürlich recht herzlich für deine produktiven Fragen auch für deine interessanten Fragen auch deine Statements die du gemacht hast ja sobald jemand kein Muslim ist dann funktioniert der Kopf wo ist der Kopf genau vielen Dank ne gerne einen schönen Abend danke Sascha dass du da gewesen bist mein Lieber danke auch danke schön tschüss tschau so dann gucken wir mal die nächsten hier so ich kann den Namen nicht lesen tut mir leid das ist wahrscheinlich kirillisch bitte du bist live ok gut wenn du spielen willst dann spiel mit Mama gut alles klar russisch alles klar ah ok russisch ja russisch ist doch kirillisch glaube ich ist doch kirillische Schrift diese ist doch glaube ich so oder ähm ok kein Problem alles klar kein Problem kein Problem kein Problem liebe Leute ist alles gut ähm gut also ihr seht ähm die typischen Beleidigungen aus ähm aus der aus der Neandertaler Gruppe der ähm Arschhochstrecker ja ich sag's mal so ja die Leute die ihren Hintern nach oben drücken und mit ihrer Stirn auf dem Boden rumrutschen immer das gleiche ja wir kriegen dich wir finden dich in deinem Büro oh mein Gott ja komm mal in mein Büro ja es sind diese Leute sind sind verrückt ja was mach ich denn ich unterhalte mich über die Existenz von Palästina oder Israel und ich argumentiere hier mit Zeitzeugen mit Quellen und ich versuche die Leute dazu zu bewegen mir zu beweisen dass es so etwas wie ein palästinensisches Volk nicht gibt ja recht herzlichen Dank San Mario aber dann kommt dann so etwas Drohungen als wenn mich das einschüchtert seit sechs Jahren höre ich diesen Müll seit sechs Jahren äh wollen sie von meiner Haustür kommen und wollen sie mich schlagen und meinen Kopf abschneiden und mich erstechen und mir in die Luft jagen und entführen und vergewaltigen und so weiter ja sie das beeindruckt mich nicht Leute ja ihr 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 beeindruckt mich nicht glaubt mir ihr werdet mich nicht damit beeindrucken jedes Mal jedes Mal wenn ihr sagt Kieran wir kriegen dich ihr ihr ahnt gar nicht was ihr damit tut ihr tut Öl in meinen Benzintank ja ihr seid es die mich am Leben haltet mit euren Drohungen es ist genau das Gegenteil ihr pusht mich nach vorne ja ihr pusht mich nach vorne weiter zu arbeiten Baklava Bernd fragt was hast du denn getan ja was habe ich getan ich bin Ex-Muslim und stehe nicht zu dieser Drecksflagge da hinter mir sondern zu dieser hier das habe ich getan das stört sie dass ich diese jordanische Flagge die sie jetzt als palästinensische Flagge ausgeben ähm mir hier verkaufen als eine eigenständige politische Flagge ist doch lächerlich ja ist lächerlich Leute es der ganze Konflikt ist nicht nationaler Natur der Konflikt ist islamischer Natur Islam gegen den Rest der Welt ich habe immer gesagt ich habe immer gesagt ähm wieso jordanische deutscher warte ich zeig's dir warum jordanische ja dann könnt ihr sehen wie fake dieses Palästina ist Moment so schaut euch das an das ist die jordanische Flagge alles klar Freunde das ist die jordanische Flagge Moment ich halte das mal so so bitteschön und jetzt kommt die Palästina Flagge ups 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 na was fällt euch auf es ist nur ein kleiner Stern ein kleiner Stern der die ganze Unterscheidung macht zwischen Palästinenser und Jordanier oh Wunder ähm warum die Jordanier warum dieses ganze Gebiet das ganze Gebiet das heutige Palästina alles früher Transjordanien hieß hihihi die Palästinenser sind so nicht existent nicht existent dass sie sogar nicht mal kreativ waren bei der Fahne ja wenigstens diese Blödköpfe hätten sie doch irgendeine Fantasiefahne machen können aber was machen sie sie nehmen sich die jordanische Flagge und machen den machen den den Stern aus der Mitte von dem Dreieck daraus und das alles ja das ist das was sie können ja also mit der Kreativität eines des palästinensischen Volkes waren sie nicht besonders besonders kreativ ja und so haben sie das auch mit allen gemacht was ist der Unterschied zwischen einem Jordanier einem Syrer einem Ägypter und einem sogenannten Palästinenser keine es gibt keine die Araber die dort damals gelebt haben haben sich alle entweder als Transjordanier gefühlt als Jordanier oder Syrer oder Ägypter deswegen schaut schaut euch einfach mal die Dokumentation an schaut euch mal Dokumentation aus den 50er und 60er an als dieser Konflikt so langsam in die west in die westliche Welt kam da hieß es immer die Araber kämpfen dort die Araber es ist ein arabisch-jüdischer Konflikt ein arabisch-israelischer Konflikt die Palästinenser sind erfunden ja sind erfunden und sie sind sogar zu doof sich eine eigene Flagge zu machen ja vielen Dank mein Lieber ja es ist wirklich traurig dass sie nicht mal in der Lage sind wenigstens unterscheidet euch mal von denen und nicht nur das Freunde es gibt noch einige andere arabische Flaggen in den arabischen Emiraten die so ähnlich aussehen ja die so ähnlich aussehen das heißt diese Flagge gibt es 4-5 Mal ja und schaut euch das mal wirklich an schaut euch das mal an und ihr werdet sehen es wurde nie von einem Palästinenser Israeli Konflikt gesprochen sondern immer von einem arabisch-jüdischen oder arabisch-israelischen Konflikt ja und das ist die Tatsache Freunde das sind Freunde deswegen kann auch niemand bis jetzt niemand ich habe so viel diskutiert auf Twitter und hier und auf Facebook und auf YouTube wo sind die wo sind die starken Argumente für einen Palästiner Kuwait ja ich glaube Kuwait Kuwait hat auch so ähnliche Fahrern nur dass da kein Dreieck ist sondern das ist so sieht so aus wie so ein Betonding da ja Kuwait zum Beispiel richtig hat auch die die gleichen Farben wie die Palästinenser Flagge auch mit so einem roten Balken Dreieck nein nicht mit so einem roten Symbol aber als nicht als Dreieck ja sondern glaube ich als Viereck oder so und das ist das ist die Wahrheit über diesen Konflikt ja sie spinnen uns irgendetwas vor hier ja und und das ist die das ist das was was ich für die ganze Zeit versuche den Leuten mit den Leuten hier zu diskutieren ich möchte gerne wissen wo nehmt ihr die Behauptung her dass es so etwas wie ein palästinensisches Volk gibt recht herzlichen Dank Thomas ja wo gibt es so etwas wo gibt es so etwas wie ein palästinensisches Volk ist diese Frage Volksverhetzung wie einer der Leute das vorhin gesagt hat nein ist es nicht wie kann dann etwas was dem Fakten entspricht überhaupt Volksverhetzung ich habe es öffentlich auf der Straße gesagt als 30 40 Polizisten vor mir waren ja Kuwait ich glaube Kuwait ist das diese Flagge lass mich mal kurz kurz gucken ähm genau ich hatte das mal abgespeichert aber ich bin immer so zerstreut dass ich es manchmal Kuwait ja ja so ein bisschen ein bisschen anders so ja ja hier könnt ihr mal gucken hier so ein bisschen anders da ist ein schwarzer Balken statt ein roter Balken also die Farben sind so ein bisschen vertauscht aber im Grunde genommen waren die auch nicht besonders kreativ warum auch Leute schaut euch das mal an schaut euch das mal an erstens erstens ja Vereinigte Emirate genau die haben diese Flagge gut gemacht Nemesis bravo ja recht herzlichen Dank Banji ähm schaut euch das mal an Kuwait ist ein Fake Staat worauf gründet sich der Staat Kuwait auf die Familie der Kuwaitis Saudi Arabien gründet sich auf die Familie Su'ud ja den Saudis einer Familie danach wurde das Land benannt Bahrain ähm wurde gegründet nach der Familie der Al Bahrainis ja und Katar wurde gegründet nach der Familie der Kataris es ist ja es sind Familien die ihren Namen die die ihren Familiennamen zum Staatsnamen Landnamen gemacht haben ja und in dieser Zeit gab es auch kein Syrien und kein Irak in den 1930er bis 1945 48 50 wurden die meisten arabischen Staaten gegründet ja und dann soll Israel ähm äh da irgendwelche Probleme haben deswegen soll Israel ähm äh unrechtmäßig sein weil es in eine Region geplatzt ist in dem es überhaupt nicht solche Staaten gegeben hat Israel hat die beste Zeit genutzt um sich einen Staat zu gründen nämlich als es noch keine Nationalstaaten gab ja das ist das die Wahrheit auch die Türkei ja hier schaut euch mal an was vom Osmanischen Reich weggebrochen ist ja bringt mir Kieren in Scheiben der macht schon wieder einen Account auf unglaublich was ein Biologiestudium mit deinem Hirn macht schade kleines Würstchen schade dass du schade 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 dass du wie ein nur ein Kind wirklich nur ein Kind man merkt dass du dass du doof bist ja man merkt dass du doof bist nur Kinder können sich verwalten ich bin ein erwachsener Mann deswegen würde ich solche lächerlichen Sachen nie machen ich würde nie drei vier fünf Fake Accounts aufbauen um um dann jemanden besonderen auf die Nerven zu geben du bist wirklich du hast wirklich also wenn heute du dein echtes Gesicht gezeigt hättest mein Freund wenn du dein echtes Gesicht gezeigt hast du wärst der Volltrottel von heute Abend geworden ja wirklich der Volltrottel von heute Abend tut mir wirklich leid wirklich dass du dass du dass du so doof bist ja wirklich ja er soll zurück er soll gehen das sind die Leute die wir abschieben müssen ja auch vielen Dank wir haben jetzt 100.000 Likes erreicht recht herzlichen Dank sehr nett von euch Freunde auch für die ganzen Geschenke hier Rosen Hüte Baseballmützen und so weiter und so fort recht herzlichen Dank Freunde ja ihr seht ich stelle mich den Diskussionen hier ich bin relativ entspannt ich bin wirklich cool ich erhebe nicht mal laut meine Stimme ähm und fragt die Leute einfach nur und sage ihnen immer Leute nennt mir euer bestes Argument und so wie sie auch über diese diese Dinge nicht sprechen können so können sie auch nicht über Religion sprechen ja ich bin jetzt so oft hier auf TikTok und sehr oft haben sind sie nicht in der Lage ähm auch ihre Religion angemessen zu repräsentieren ja das sind die Menschen die jetzt in unserem Breitengrad leben unsere Nachbarn sind unsere Studienkollegen unsere Schulkollegen unsere Arbeitskollegen ja stellt euch mal vor wir leben ihr lebt in einem Haus mit jemandem der äh anderen Leute E-Mails schreibt und sagt wir werden dir deinen Kopf abschneiden ich stelle mir vor der ist euer Nachbar da würde ich doch die Tür 10 Schlöcher das Schlösser da dran machen was da kannst du doch dich nicht ähm 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 was Name sagt was früher war war scheiße so wie mit der Vergasung der Juden in Deutschland so sieht's aus deswegen Leute betet betet zu Odin zu Jesus Christus zu Krishna und Buddha und zu all den Göttern die da draußen angeblich existieren und ähm betet dass wir 2025 unsere Wahl dass die AfD Regierungspartei wird und dann hoffentlich schließen wir unsere Grenzen und schüffen sie alle millionenfach aus diesem Land betet dafür Freunde betet dafür sonst werden Kopfabschneider neben uns wohnen Kieren kennst du die Hellseherin Vanga na kenn ich nicht leider nicht ja mal gucken wer jetzt hochkommen möchte seh ich nichts okay ich bin für Frieden und Gerechtigkeit ich liebe alle Menschen na zur Hölle mit allen Menschen 77% der Menschen den Gas haben die Hammers gewählt 77% die ich wie die Pest hasse dass sie solche Kopfabschneider und Menschen Killer gewählt haben diese ganze Gequatsche mit ich liebe alle Menschen ja liebst du auch Antisemiten liebst du auch Armenier als Türkin oder liebst du auch Juden liebst du die Feinde der Türkei und so weiter und so hört doch auf mit dem ganzen Gequatsche ich liebe alle Menschen ja ich liebe meine Familie ich liebe vielleicht die liebsten Menschen um mich herum und der Rest kann mir alle den Buckel runterrutschen ganz einfach ja gut du liebst nur liebe Menschen das ist schon ein Argument jetzt ja bravo ah spawn Iranian hypocrite iranischer Heuchler und trotzdem bin ich klüger als du my friend ja nur weil ich die Wahrheit sage bin ich ein Heuchler Iranian hypocrite oh yes I know truth hurts I know that I know that you feel hurt right yeah that's what it is yeah sorry this guy is writing in English so Entschuldigung aber er schreibt das in Englisch vermutlich kann er kein Deutsch ja stating facts can never hurt someone truth can never hurt someone just lies ja lönischer Jung 77 haben die Hamas in 2021 gewählt oh I'm not even a Muslim yeah so oh my goodness oh my god Iranian hypocrite but mention especially my ethnicity that means you are Muslim you're just in Taqia mode yeah you're just playing around with me I'm not dumb I'm not stupid I know exactly you are a Muslim yeah you are a liar lying lying is allowed in Islam forgotten so sieht's aus San Marielo die Wahrheit ist eine bittere Medizin die man einnehmen muss bumm die Palis opfern ihre Kinder ja sie lieben ihre Kinder nicht die Palästinenser lieben ihre Kinder nicht sonst würden sie nicht so viel in die Schusslinie tun das ist eine islamische Sache ja der Enkelsohn des Propheten Mohammed Imam Hussein ja der hat seine Babys der hat seine Babys seine zwei Kleinkinder Ali Aska und Ali Akbar hat er mit auf das Schlachtfeld von Kalbala genommen und hat diese Kinder der Gefahr ausgesetzt dass sie ermordet werden und ein Kind das kleine Kind sein Baby wurde durch einen Pfeil in den Hals durchbohrt welcher Psychopath bringt sein Kind auf ein Schlachtfeld ja das ist die Natur des Islam ja der Islam lehrt dass das Leben keine Bedeutung hat überhaupt nicht ja gucken wir mal mal gucken hier Spawn I'm just wondering what your motivation is ja excuse me Mr. Spawn first before you open your mouth okay why you say Iranian hypocrite and then asking the question what my motivation is ja you can approach me by saying hey mister what is the topic about what are you talking so what 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 is the the idea behind that so what why is the Palestinian flag why you write these things on the flag yeah but don't know come with this stupid comment um Iranian hypocrite and then approach me like a little stupid child and asking me I'm just wondering what your motivation is my motivation is to shut you up that's my motivation goodbye boy was ich studiert habe spielt überhaupt keine Rolle hier geht es nicht um mein Privatleben hier geht es um Palästina und Israel so thank you very much Mr. Spawn for uh regularly respect people um in my chat even if they are ruthless and disrespectful yeah but I'm open-minded yes which are most Muslims are not so and um er hat beim Mossad studiert richtig was glaubst du denn was es bei Mossad gibt glaubst du die sind da alle nur sitzen da mit einer riesigen Lupe und verfolgen irgendwelche Leute bei Mossad sind studierte ITler das sind Juristen das sind kluge Leute bei Mossad ja das sind die nur einfach ähm äh die sehen aus wie Inspector Gadget oder oder wie James Bond ja das sind kluge Leute da kommst du ohne Studium kommst du gar nicht rein hahaha ja natürlich habe ich was von der Demo in London mitbekommen wie kann man diese wilden diese palästinensischen wilden denn nicht mitbekommen seit wann bist du Ex-Muslim 2017 die Frage kann ich dir ruhig beantworten ja vielen Dank mein lieber recht herzlichen Dank äh ja ähm im Moment meldet sich tatsächlich niemand ja es ist wirklich niemand da ich schade ich warte aber trotzdem noch ein bisschen ich weiß dass die immer ein bisschen später kommen aber ich challenge ich fordere die Leute heraus kommt redet mit mir und bringt mir die besten Argumente davor warum diese lächerliche Fahne hinter mir das Symbol für ein freies Palästiner sein soll ist alles okay mein Freund gut ja vielen Dank Nina ja ich würde schon ganz gerne mit jemandem sprechen aber dann müsst ihr euch auch melden ja bei Default okay ähm findest du das nicht komisch dass der beste Geheimnis der Welt nicht Wind von den Angriff bekommen hat ja ja finde ich sehr komisch ähm ich habe Erklärungen dazu gehört mit denen ich nicht zufrieden bin aber ich habe die das Endergebnis davon gesehen und das reicht nicht ja und ihr könnt nicht allen Ernstes glauben ihr könnt nicht alle Ernstes allen Ernstes glauben dass der israelische Geheimnis gesagt hat toll lassen wir die Hamas einfach mal 1200 Israelis abschlachten damit wir Gaza zurückholen können niemand will diesen Shit hole ja niemand will diese Shit hole Gaza zurückhaben kein Mensch kein Mensch also zu denken dass Israel 1200 Menschen geopfert hat damit sie ihr Traum von einem Groß Israel verwirklichen können ist so etwas von perfide genauso wie geglaubt wird dass die Amerikaner zwei Türme sprengen und drei viertausend Menschen ermorden nur damit sie in den Irak einfallen können ja ja echt äh Daniel sagt bin froh dass ich hier gelandet bin anstatt den pro Palästinas absolut mein lieber sei froh also mit dieser Halunken und gewalttätigen Migranten Gruppen nicht zu tun hat ja ähm deine letzte Grundgebung war deine letzte du lebender Märtyrer skrupellos und kampfbereit ach so wieder einer na kann man mal wieder ein Screenshot machen schon wieder auch immer der gleiche skrupellos und kampfbereit Freundchen ich habe keine Angst wie oft soll ich das noch sagen wie viele Accounts willst du denn noch aufmachen Bianca fragt was sagst du zu dem Anschlag im Krankenhaus in Gaza widerlegt die Massenmedien haben sofort gesagt 500 Tote 600 800 Tote es wurde alles zurückgestuft jetzt hat man festgestellt dass die Bombe nicht von den Israelis kam sondern vom islamischen Dschihad es gibt eine Aufnahme wo sich zwei Dschihadis unterhalten und der eine berichtet hey das war nicht die Israelis das war eine Bombe von uns die fehlgezündet war und die ist auch nicht im Krankenhaus eingeschlagen sondern auf dem Parkplatz und die Opfer waren wahrscheinlich nur bis zu 20 Menschen die Geschichte dass im Krankenhaus 500 Menschen gestorben sind war eine nette Propagandageschichte von Palliwut und die Leute haben das geschluckt und die Massenmedien auf der Welt haben das auch geschluckt und haben dadurch den Judenhass auf die Israelis nur angekurbelt und die Israelis haben aber zu genügend bewiesen durch Aufnahmen dass in der Nähe des Krankenhauses auf Israel gefeuert wurde und eine Rakete ist fehlgeschlagen und ist auf dem Parkplatz des Krankenhauses hochgegangen recht herzlichen Dank für die Kohle ja alles Propaganda ja Pierre Vogel und Sheikh Ibrahim sind gemeinsam live die zwei Dämonen ja vollkommen richtig das sind wirklich das sind keine Menschen abschieben auch wenn der Pierre Vogel Deutscher ist gleich hinterher der würde auch sehr lieber in Saudi-Arabien leben ja auch das mit der Kirche ist genauso auch wieder böse Propaganda schaut euch mal an wenn die Palästinenser von ihren Opfern berichten die gehen in die Krankenhäuser die fassen auch die Kinder grob an das die Mutter liegt da halbtot auf dem Boden und dann sitzt das Baby daneben und dann drücken sie das Baby auf die Mutter oder drehen das Baby um in die Kamera die sind auch so grob ja das muss man mal angucken wie unsensibel sie mit ihren eigenen Opfern umgehen ja wirklich also was haben wir für wilde und dann diese Leute kommen zu 100.000 unser Land das muss man sich mal überhaupt vorstellen Gasvorkommen in Gaza glaube ich nicht Kian du warst jahrelang Muslim und du bist muslimisch aufgewachsen wieso bist du ATS geworden Betonkopf das habe ich wie gesagt gibt beim nächsten mal ich habe mindestens sechs mal bei TikTok Livestreams gemacht wo ich darüber geredet habe heute ist es nicht mein Thema heute möchte ich die besten Argumente für die Existenz Palästinas hören ja das das will ich heute heute geht es nicht um mich das Ex muslim triggert nur bestimmte Leute deswegen trage ich das ja weil sie können sich nicht vorstellen dass Leute den Islam verlassen und deswegen hat der Islam nicht enttäuscht nein überhaupt nicht ich habe gemerkt dass der Islam schrott ist nicht enttäuscht ich war nicht enttäuscht darüber dass der Islam statt fünf Frauen nur vier Frauen mir zum heiraten erlaubt ich habe ich habe gesehen dass die koranische Lehre ist eine Katastrophe das Leben des Propheten Mohammed ist eine moralische Katastrophe die Hadith Literatur ist eine intellektuelle Katastrophe der ganze Islam ist ein einziger Schrott also ein einziger Schrott Religion ja und so benehmen sich auch ihre Anhänger irrational nicht intellektuell rückständig und primitiv warum weil diese Weltanschauung sie primitiv macht bei Muslime hat man nie das Gefühl dass sie im 21. Jahrhundert angekommen sind als Mann in Islam ist himmlisch ja Nemesis da gebe ich dir vollkommen recht der Islam ist eine von Männern gemachte Religion für Männer genau San Marello also jordanische Flagge und palästinensische Flagge sind genau die gleiche nur diese süße kleine siebenzackige Stern existiert nicht bumm ja und und wundert ihr euch dass ausgerechnet die palästinensische Flagge der jordanischen Flagge so ähnelt ja weil Jordanien hatte die Herrschaft über Palästina ja also dieses dieses Gebiet wo die die Jordanier die es ja auch von 1948 nicht gegeben haben die haben ja das nach dem Osmanischen Reich verwaltet ja und das waren Araber und deswegen fühlen sich die Palästinenser den Jordanien auch so hingezogen weil sie genau wissen das sind ihre Brüder schaut euch mal an es gibt kulturell keinen Unterschied zwischen Palästinenser und Jordanier gibt es nicht es gibt nicht nicht einen Brauch nicht eine Tradition nicht eine Folklore die sich unterscheidet sprachlich unterscheidet sich keiner von denen weder die Syrer noch die Palästinenser noch die Jordanier deswegen bitte wenn ihr von Palästinenser redet sagt immer fake Palästinenser sagt immer fake palästinensisches Volk sagt nicht Palästinenser ja ihr legitimiert ein Volk das es gar nicht gibt ja aber Israel Israel ist die biblischen Schichten die biblischen Geschichten bestätigen dass die historischen Quellen bestätigen dass ja die Römer berichten darüber die Perser die Hellenisten berichten darüber sorry aber das ist nun mal Fakt so liebe Freunde Oliver mal gucken hast du mich ich höre dich Oliver du bist doch derjenige der angeblich muslim ist ja genau also wo ich wir hatten das erste mal vor fünf Monaten glaube ich gesprochen oder sechs erinnere mich an dich ja ja warte kurz warte kurz 20 Sekunden sofort vielen Dank an der Stelle jetzt noch mal hier recht herzlichen Dank wirklich nur fällt das oft nicht auf es tut mir wirklich leid wenn ich mich nicht wirklich bei jedem bedanke aber wenn ich so mache dann nehme ich zum Beispiel zur Kenntnis dass jemand mir da eine Rose oder so was geschickt hat ja also recht herzlichen Dank wie Leila zum Beispiel also wie gesagt Kieran wenn ich das sagen darf ich war ja schon mal bei Michael Stürzenberger einmal ihn habe ich mal live gesehen ansonsten viele Videos schon von ihm gesehen von dir auch Videos gesehen live habe ich dich glaube ich noch nie gesehen aber trotzdem kann ich das verstehen was du sagst weil zum Beispiel was ich sagen wollte im Islam du kennst dich ja aus im Islam kannst du mir beantworten ob man im Islam verpflichtet ist oder ist zu glauben dass Mohammed der beste Mensch ist natürlich okay weil dann muss ich sagen würde ich mich einerseits schwer daran tun wenn ich nur den Koran nehme hätte ich wahrscheinlich kein Problem damit das zu glauben aber wenn ich diese Hadith oder Sunna nehme wenn die wirklich alle authentisch sind was da drin steht dann kann ich das nicht glauben von meinem Gewissen her dass er der beste Mensch ist wenn alles wahr ist was da drin steht okay Moment mal eine Sekunde ja eine Sekunde mein Lieber ja also in der Hadith Literatur ist Mohammed auf jeden Fall der beste Mensch ja er ist soweit ich sogar weiß im Koran ich muss mal kurz suchen aber ich glaube dass sogar im Koran steht mit das Siegel der Propheten schafft und Rahmatan lil Alamin ja der beste unter den Menschen ich muss mal ganz kurz gucken ich muss mal ganz kurz gucken also zumindestens erlobt der Koran bei Surah 33 Vers 21 sagt Tatsache ist ihr habt im Gesandten Gottes ein schönes Beispiel dieser Koran Vers wird allerdings unterschiedlich übersetzt Moment ich zeige dir mal dass gut dass ich hier meine Datenbank habe so dass ich immer wieder meine Daten abrufen kann Vers 21 und da heißt es ja okay da wird es auch erwähnt ihr habt ihr ja im Gesandten Gottes im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild und zwar für einen jeden der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt dieser Vers hier der beschreibt die Vorzüglichkeit von Mohammed okay und deswegen dieser Vers ist faktisch eine Anspielung darauf dass er halt eben ein vorzügliches Geschöpf ist okay und diese Hadise zum Beispiel da hat ja zum Beispiel war bei Ex-Muslim schon öfter im live gewesen also Ami Arabur wird dir wahrscheinlich was sagen und er hat halt manches aus Sunna und Hadisen vorgelesen und wenn das wirklich authentisch und wahr sein sollte dann tue ich mich schwer daran weil angeblich soll da Mohammed Sklavinnen genommen haben mit Aisha geheiratet haben oder die Ehe vollzogen wo sie sechs oder neun Jahre alt war und da tue ich mich schwer ich bin jetzt in einer islamistischen Islamgruppe drin die nennen sich Koran Muslime wenn ich das richtig behalten habe also die nehmen nur den Koran weil der vollständig ist das müsste wohl reichen haben die gesagt oder vielleicht noch die Hadise oder Sunna Texte die nicht mit dem Koran in Widerspruch stehen aber mir wurde schon gesagt dass diese Sunna Texte die im Widerspruch zum Koran stehen dass man die nicht nehmen kann weil ohnehin die Sunna und diese Hadise wohl nicht Gottes Wort wären das wäre von Menschen so wie weitergeleitet worden kannst du auch dazu was sagen oder weißt darüber nix die Gruppe diese nur Koraniten die nennen sich auf Arabisch Al-Koraniya also das sind die Leute die nur auf dem sich auf den Koran verlassen und nicht auf die Hadith Literatur und die sind der absolute Müll im Islam erst einmal ist es ziemlich arrogant anzunehmen dass eine 0,001% Muslim Bewegung irgendwie Einfluss hätte auf die islamische Welt niemand sieht den Islam so wie sie sie können recht haben auch bei 0,001 können sie recht haben dass die Hadith Literatur intellektuell eine Katastrophe für die Muslime sind Tatsache ist warum sollte ich mich mit einer 0,001 Bewegung auseinandersetzen wenn 99% aller Muslime sagen die Hadith Literatur ist die zweite wichtige Quellen Literatur im Islam und deswegen sind sie unbedeutend welchen welche Macht haben sie überhaupt dass ich diesen unbedeutenden Gruppe die keine Millionen zusammen bekommt auf der Erde ihnen Aufmerksamkeit schenken ja ich bin ihre auf ihrer Seite ich bin der Meinung wenn sie den Koran wenn die Muslime nur den Koran folgen würden dann hätten sie wahrscheinlich nicht so viele intellektuelle Probleme diese ganze Idiotie im Islam kommt aus der Hadith Literatur ja und leider Gottes braucht man auch die Hadith Literatur ohne diese Hadith Literatur könnte man viele Dinge nicht im Koran haben erklären zum Beispiel diese zwei Wesens Typen die angeblich am Ende der Zeit kommen sollen ja viele Dinge könnten sich im Koran nicht erklären wenn es diese Hadith Literatur nicht geben würde und das bedeutet das bedeutet ja in diesem Fall finde ich haben sie recht sie lehnen die Hadith Literatur ab weil die das voller Bullshit ist aber auf der anderen Seite sind sie genauso intellektuell unehrlich sie lesen den Koran komplett anders jeder einzelne Vers jedes einzige arabische Wort in ihrer Koran Deutung entspricht nicht der Koran Deutung von 99% aller islamischen Gelehrten auf dieser Welt wie sehr kann man diesen Leuten vertrauen überhaupt nicht Tatsache ist die Mehrheit glaubt dass die Hadith Literatur vertrauenswürdig ist und deswegen arbeite ich mit der Mehrheit und nicht mit so einer winzig kleinen Minderheit wie den Koraniten die können nett reden aber ich halte sie für Bullshit ja gut so so jetzt mal entschuldige ich mir mein Handy das hängt manchmal und manchmal wirft mich das raus deswegen lasse ich auch die Kamera aus weil das letzte mal das erste mal wo ich bei dir drin war war ich mit Kamera drin da ist die Gefahr dann noch größer ganz kurz bevor ich mich hat jemand gefragt warum ich konvertiert bin das habe ich auch glaube ich beim ersten mal gesagt gut da war er wahrscheinlich nicht da weil ich halt mit dem Verstand und mit der Gerechtigkeit davon ausgehe dass der Glaube richtig ist zumindest jetzt nur mal die Punkte gesehen dass es wirklich nur einen einzigen Gott gibt er keine Teilhabe hat jede und jede Person für seine Schuld selber gerade stehen müssen alle Propheten mit derselben Botschaft gekommen sind das ist das was mir am logischsten am gerechtesten klingt aber ich sage nochmal ich sage nicht dass ich deswegen sicher beweisen kann der Islam ist richtig absolut gesehen kann ich gar nichts beweisen theoretisch kann alles stimmen vielleicht hat auch der Kian recht dass es auch gar keinen Gott gibt was er glaubt ich hoffe dass es gibt also wenn du nur dich auf das auf die Existenz Gottes stützt und denkst oh das ist ein besseres Argument ob ein Gott aus drei besteht oder ein Gott nur aus einer Wesensart besteht und urewiglich ist und dass niemand die Sünden eines anderen trägt dann vergleichst du Christentum mit Islam warum vergleichst du nicht Islam mit Islam Sude 65 Vers 4 warum liest du nicht Sude 65 Vers 4 wo praktisch die die Heirat mit kleinen Babys mit zweijährigen dreijährigen vierjährigen fünfjährigen sechsjährigen Mädchen kann ich verstehen ja kann ich voll ich habe den Koran zweimal ganz durchgelesen auf Deutsch habe mir aber bei weitem nicht alles behalten aber auch im Koran habe ich ein paar Dinge gelesen wenn die wenn man die wirklich wortwörtlich alles so verstehen soll wo ich da auch manchmal Bedenken bekommen habe wenn das wirklich wortwörtlich alles ein Befehl sein soll wie soll ich das dann mit meinem gewissen feinbar wie zum Beispiel Sure 9 Vers 111 zum Beispiel ist der ja sicher sehr bekannt deswegen sollen ja glaube ich auch diese wenn das wirklich diese Terroristen waren dieser Mohammed Atta dass die in die am 11. September in diese Türme in New York rein geflogen sind Ja also ich kann dir mal ich kann dir mal folgendes sagen bist du besser als Mohammed fühlst du dich besser als dem Prophet Mohammed Tja das weiß ich nicht also ich sag mal so wenn es wirklich stimmt was da vorgeworfen wird laut Suna und Dings dann würde ich sagen ja wobei ich mich nicht als besser auch von meiner Sicht gesehen sehe weil ich finde kein Mensch oder ich bin ich will mich niemals als besser darstellen als ein anderer weil ich finde ich habe das nicht verdient weil ich habe auch Fehler in meinem Leben gemacht auch wenn es richtig ist solche nicht gemacht haben Tja dann bin ich ja dann bin ich ja mal gespannt ob deine Fehler die gleichen sind wie der Prophet Mohammed Ne wahrscheinlich nicht wenn das stimmt Ich habe ich nenne dir jetzt mal 11 Gründe warum so ziemlich alle Menschen auf dieser Erde besser sind inklusive dir als der Prophet Mohammed Erstens Aus deinem Maßstab werde ich dich wahrscheinlich verstehen können aber sag bitte Entschuldigung Also wenn du das nicht nachvollziehen kannst dann würde ich sagen dann ist auch dein Moralkompass im Eimer Also erst einmal erster Punkt Ich habe nie ein kleines Kind geheiratet du hast nie ein kleines Kind geheiratet das unterscheidet dich zwischen Mohammed dir und mir Mohammed hat ein sechsjähriges Mädchen geheiratet und hat sie mit neun vergewaltigt als er 54 war Ich habe noch nie ich habe keine zehn Frauen geheiratet Mohammed hat elf Frauen geheiratet Du hast auch keine elf Frauen geheiratet ich habe mir kein Harem gehalten du hast dir kein Harem gehalten Was ist Harem was ist das? Ein Harem ist ein Bündel von Frauen die dir gehören Ah ok Wie ein Bordell Ein Bordell aber diese Frauen sind nur für dich da Ja Ich bin mir absolut sicher dass weder du noch ich jemanden enthauptet haben oder deine Kritiker verfolgen hast lassen Mohammed hat seine Kritiker verfolgen lassen Er hat den Menschen in Mekka und Medina Frieden angeboten als er Mekka erobert hat Er hat gesagt niemand wird in Mekka verfolgt in der Kabah nicht außerhalb der Kabah nicht in ihren Häusern nicht Wir tun niemandem etwas aber eine Gruppe ist davon ausgeschlossen Diejenigen die sich über mich lustig gemacht haben oder mich kritisiert haben die lasse ich nicht am Leben Deswegen lieben Muslime auch keine Kritik weil ihr Prophet schon vorgemacht hat Deswegen hat der Prophet nachweislich mindestens acht Leute bei der Eroberung von Mekka verfolgen lassen Er hat sie gejagt bis er sie gefunden hat und dann hat er sie umgebracht Ja also du hast niemanden enthauptet und du hast auch deine Kritiker nicht umbringen lassen Das macht uns schon besser als den Propheten Mohammed Du hast auch nie deine Nachbarstämme oder Nachbarstaaten angegriffen Mohammed hat es sehr wohl gemacht Ja Innerhalb von 23 Jahren hat er die jüdischen und christlichen Stämme auf der arabischen Halbinsel ausgelöscht Dann waren sie weg Ich weiß nicht ich hasse keine homosexuellen Menschen und ich will sie auch nicht von höchsten Gebäude schmeißen Wenn ich sie dabei erwische wie sie miteinander Liebe haben Und ich glaube dass du das auch nicht möchtest Nee das kann ich nicht von meinem Gewissen So sieht es auch Mohammed hat aber Menschen auf hohe Berge gebracht und hat gesagt So ich habe euch der Sodomie überführt Der Homosexualität und er hat Leute von hohen Bergen schmeißen lassen Das macht dich schon besser als ihn Ich bin auch nicht der Prophet Ich glaube auch nicht dass du glaubst dass der Prophet Mohammed Ich glaube auch nicht dass du dem Schlagen von Frauen zustimmst Richtig? Nee kann ich von meinem Gewissen her auch nicht Genau Sura 34 Vers 4 Er mahnt sie Meidet dieses Ehebett mit ihnen und schlagt sie Der Koran gibt in Sura 34 Vers 4 die Anleitung dazu Frauen zu schlagen Wenn die Männer nur befürchten Ungehorsam zu sein Wenn die Männer befürchten dass die Frauen ungehorsam sind Oder wenn sie Rebellion befürchten Sura 4 Vers 34 Oh dieser Zahlendreher ist echt unglaublich Danke Britsche Sura 4 Vers 34 Ich kriege es nicht in meinen Kopf Da wird Anleitung gegeben Wie man eine Frau zu schlagen hat Tatsache wird von Aisha überliefert Dass sie einmal vom Propheten so geschlagen worden ist Nein Entschuldigung Es wird überliefert dass eine Frau so geschlagen worden ist Dass sie überall grüne Flecken auf dem Körper hatte Dann kam sie zum Propheten und hat gesagt Mein Mann hat mich geschlagen Und dann ist der Mann gekommen Und dann hat der Prophet gesagt Vergeltung, Vergeltung Für das was man der Frau angetan hat Dann kam plötzlich die Sura Dann kam plötzlich die Sura 4 Vers 34 Und Allah korrigiert und sagt Nichts Vergeltung Ja Wenn ihr befürchtet dass eine Frau widerspenstig wird Ermahnt sie Trennt die Betten und schlagt sie Und diese Frau konnte dann sich nicht weiter beim Propheten Mit beschweren Sie musste mit grünen Flecken wieder in das Haus ihres tyrannischen Ehemannes zurückgehen Das ist die Wahrheit Jetzt nenne ich dir weitere Gründe dafür So in diesem Punkt mein Lieber In diesem Punkt sind wir uns schon einig Also ich glaube bis Punkt Also ich habe sechs Punkte aufgezählt glaube ich In diesen sechs Punkten sind wir uns einig Dass wir keine Frauen schlagen Dass wir keine homosexuellen Menschen ermorden Dass wir niemanden enthaupten oder die Kritiker nicht umbringen Dass wir keine massenweise Frauen heiraten Keine Harems halten Keine Bordelle halten Und dass man auch keine kleinen Mädchen heiratet Ich gehe jetzt aber weiter Gerne Ich bin mir sicher Du bist auch besser in diesem Punkt Du zerstörst nicht die religiösen Kultstätten anderer Menschen Ne So wie Mohammed das gemacht hat Er hat das Juden und Christentum von der arabischen Halbinsel vertrieben Er hat die Kirchen und die Synagogen zerstört Und er hat die vorislamische Religion der toleranten Araber vernichtet Ich glaube auch das würdest du nicht machen Richtig? Ne Genau Dann glaube ich Dann glaube ich nicht, dass du lügst bezüglich deiner Fähigkeit Auf einem Halbmensch, Halbtier in den Himmel zu fliegen Um dort durch die sieben Himmel zu gehen und da mit Gott zu sprechen Mohammed hat gelogen Er hat gesagt, ich habe mich auf ein Himmelswesen gesetzt Mit dem Namen Burak Und bin dann in den Himmel geflogen Und dieses Wesen hatte einen Pferdekörper Und ein Menschenkopf Lächerlich Das ist hier Prometheus und nette römische Geschichte Totale Bullshit So Ich bin sicher auch Der nächste Punkt wird wieder so ähnlich sein Ich bin mir sicher, du bist gegen Sklaverei Der Prophet hat aber erstens 40 Sklaven gehabt Die sich Tag und Nacht um ihn gekümmert haben Er hat diverse freie Frauen aus den jüdischen und christlichen Stämmen versklavt Hat ihre Ehemänner getötet und hat sie ein paar Tage später Hat er sich mit ihnen ins Bett gelegt Und hat dann mit den eigenen Koranvers gebrochen Nämlich der Sura Al-Talak Dass die Wartezeit Sura 65 Vers 4 Dass die Wartezeit für geschiedene Leute drei Monate ist Mohammed hat nicht damit gewartet Warum? Weil Sklaven waren Eigentum Und deswegen musste man Sklaven nicht heiraten Die durfte man einfach so vergewaltigen Die durften nicht Nein zur Vergewaltigung sagen Die mussten immer nur Ja sagen Sonst hätten sie Strafen bekommen Wären sie sanktioniert worden Auch da glaube ich bist du wieder Besser als Mohammed Du hast keine Sklaven Und erst recht nicht hast du keine Sexsklaven Und das ist der Unterschied Im Islam darfst du Sexkonkubinen haben Wenn du eine Frau eroberst Brauchst du diese Frau nicht zu heiraten Das sagt auch der Koranvers Ich glaube irgendwas mit Sura 33 Aber ich könnte es raussuchen Wo Allah im Koran sagt Verboten sind euch die verheirateten Frauen Und mit denen ihr glaube ich Keinen rechtmäßigen Vertrag eingegangen seid Außer denjenigen Deren rechte Hand ihr besitzt Mit rechter Hand besitzen Heißt die ihr versklavt habt Das heißt du bist verheiratet Aber du darfst eine Frau aus einem fremden Stamm entführen Und darfst diese Frau dann faktisch versklaven Und darfst ohne Ehevertrag mit ihr schlafen Und das Schlimme ist Dass Mohammed die Ehemänner hat umbringen lassen Und die Hadith-Propaganda erzählt Dass diese Frauen sich wahnsinnig darüber gefreut haben Dass ihre Söhne in die Sklaverei gekommen sind Und sie die Frau des Propheten wurde Wie die jüdische Frau Safir Ihr Ehemann und ihre Kinder wurden versklavt Ihr Ehemann wurde getötet Und der Prophet hat dann sie genommen Und angeblich sagt die Hadith-Literatur Dass diese Frau sich gefreut hat Dass sie die Ehefrau des Propheten Mohammed wird So ein Bullshit So ein Blödsinn kann man wirklich nur Idioten erzählen Ja So Dann würde ich sagen Letzter Punkt Ich glaube nicht, dass du Wenn du einen Adoptivsohn hättest Die Frau deines Adoptivsohns ausspannen würdest Mohammed hat das getan Sein Ziehsohn war War Angenommen worden Die Araber nahmen das sehr Seid Genau, sein Name war Seid Er wurde von den Propheten angenommen Die Araber haben das Tod ernst genommen Wenn jemand adoptiert wurde Dann war er der leibliche Sohn eines Mannes Ja Der Prophet hat nicht nur Seid als seinen Sohn angenommen Er hat auch später Bei einem Besuch Im Hause von Seid War Seid Sein eigener Adoptivsohn Nicht zu Hause Und er hat seine Ehefrau von Seid gesehen Und er hat festgestellt Dass sie leicht bekleidet war Und er ist geil auf sie geworden Ich sag's mal so Und dann kam der Befehl von Gott Mohammed verstecke nicht Was in deinem Herzen ist Was du begehrst Dann hol's dir Und so hat er zu seinem Schwiegersohn Gegangen und hat gesagt Du Gott hat mir gesagt Du musst mir deine Frau geben Und dann hat er diese Frau geheiratet Und diese Verse sind im Koran Also ich habe dir genug Argumente aufgeklärt Warum jeder Mensch auf dieser Welt Noch im Durchschnitt moralischer ist Als der Prophet Mohammed Ja Das kann ich so gesehen auf jeden Fall voll verstehen Das kann ich voll Was ich nochmal ganz kurz wegen Palästina und Israel sagen darf Wenn ich das darf Ich hoffe einfach nur Dass das ein interner Krieg bleibt Auch wenn das auch schon sehr egoistisch klingen mag Weil Dass ich jetzt Hauptsache Ich will keinen Krieg haben Es ist schlimm genug Wenn unschuldige Leute egal wo sterben Und auch wenn es nur einer ist Ob das von Palästinensern oder von Israelis ist Nur ich hoffe Dass ich mir jetzt möglichst militärisch gesehen Keine andere Nation von den Großen Ob Iran, China, Russland Vereinigte Staaten oder Europa Weil dann sehe ich die Gefahr Dass das wirklich vielleicht zu einem Dritten Weltkrieg kommt Geschweige denn Dass da irgendjemand auf den Knopf drückt Und dass vielleicht im schlimmsten Fall Die halbe Welt oder mehr verseucht ist Diese Angst habe ich nur Ich hoffe, dass es maximal jetzt so bleibt Wie es jetzt dort ist Was ja auch schon schlimm genug wahrscheinlich ist Ja, es kann ein großer Flächenbrand entstehen Und die Gefahr ist sehr groß Israel befindet sich in einer echten Existenzkrise Diese Krise ist wirklich kein Spaß Die israelische Armee ist übrigens auch nicht besonders gut Die haben 360.000 Reservisten Die haben teilweise Leute Die haben zwei Jahre eine Ausbildung gemacht Die haben vielleicht ihre Spezialkommandos Das ist was anderes Aber die israelische Armee ist nicht besonders gut ausgebildet Und ich befürchte, dass sie enorm verbraten werden Und ohne fremde Hilfe kommen sie da nicht durch Ich habe den Bashtürk Oder Bashtürk glaube ich Roko und bitte Ja, hallo Hallo, grüß ich sagen Washtürk Hallo Washtürk, bitteschön Vielleicht hat er keine gute Verbindung gerade Vielleicht hört er uns aber wie ihn nicht Okay, dann kann er das noch mal probieren Ich habe es ja versucht Und Was ich sagen wollte Wenn Leute dir zum Beispiel vorwerfen Du ver... Warte mal, warte mal, warte mal Wer redet denn jetzt hier? Vielleicht hängt das gerade Bei mir ist das nicht Manchmal Vielleicht hängt das gerade irgendwie Bei mir ist keiner Okay, Bashtürk Geh mal bitte noch mal kurz raus Und komm wieder rein Ich wollte kurz sagen Also wenn Leute sagen Du verdrehst die Wahrheit Also es kann vielleicht sein Aber dann höchstens unbewusst Ich glaube nicht Dass du mich bewusst anlügst Wenn du was Falsches sagst Dann vielleicht irrtümlich Aber ich glaube dir Dass du mit bestem Wissen und Gewissen Mir die Sachen sagst Die du mir sagst Warum Warum sollte ich Warum sollte ich dich täuschen Alles was ich hier sage Erst einmal Es gibt Leute Die Filmen das was ich hier sage Also die nehmen das aus Und Jeder kann mich der Lüge Überführen Weil ich das hier öffentlich Und live sage Wenn ich irgendetwas sage Das nicht stimmt Dann können Leute kommen Diese Sequenz nehmen Und rauskommen Und sagen Kian ist ein Lügner Deswegen achte ich sehr darauf Was ich sage Ich kann versehentlich mal Dinge verwechseln Wir sind Menschen Aber ich passe schon sehr gut auf Was ich sage Ich habe meine Hausaufgaben gemacht Jeder kann nachlesen Was ich sage Deswegen sitze ich hier auch entspannt Als jemand und sage Palästinenser gibt es nicht Es gibt keine Palästinenser Und ich Und ich Ich beweise das Indem ich die Quellen Oft drehe ich mein Handy um Und zeige die Quelle Und wenn Leute das nicht glauben Ja dann Pustekuchen Ja Und bei mir ist es ja so Ich glaube zwar an den Islam Habe ich ja gesagt Aber das heißt nicht Dass ich andere Deswegen Du hast Unrecht Oder diffamieren will Und irgendwie mit anderen Dann nichts mehr zu tun haben will Und wenn ich dann eben In diesen Punkten Ungehorsam gegenüber Allah Dann so sein sollte Dann würde ich mich damit abfinden Dann soll er mich eben Dafür zur Rechenschaft ziehen Oder bestrafen Wenn es wirklich erfordert wäre Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Wo du den Terror eines Gottes hinnimmst Dann soll Allah mich strafen Dieser Widerspruch zwischen Rahman und Rahim Barmherzig und allgütig Und dann regt sich dieser Kleinische Gott über alles mögliche auf Was du tust Ist doch lächerlich ist das Lächerlich Weißt du woran du eine gute Religion erkennst? Wenn sie gute Eigenschaften in dir produziert Und nicht Selbstverachtung und Selbsthass Ich merke bei vielen religiösen Gruppen Dass ein Element dieser Religion ist immer Selbstverachtung Das Kleinmachen von sich selbst Ich bin klein Ich bin ein Hund Gottes Ich bin ein kleiner Wicht in der großen In der Barmherzigkeit des großen allmächtigen Gottes Das ist Unsinn Unsinn Wenn ein Gott von dir verlangt Dass du deine Würde auflösen sollst Dann schmeiß diese Religion in den Müll Was glaubst du warum ich den Islam in den Mülleimer geschmissen habe? Weil es eine Religion ist Die mich gedemütigt hat Mir Schuld eingeredet hat Weil diese islamische Dogmalehre Einfach nur was für Kinder ist Diese Religion ist etwas für Leute Die keinen Schritt im Leben Ohne einen religiösen Krückstock gehen können Lerne die Realität zu akzeptieren Darf ich dir was sagen? Dankeschön für deine Worte Ja, bitteschön Bitteschön Vielleicht hängt das schon wieder gerade bei ihm Aber ich warte mal Vielleicht Wir hören dich Wir hören dich Bashtürk Bitte Hoffentlich Okay Gut Wir hören dich Wir können dich nicht hören Deswegen muss ich dich leider nicht hören Vielleicht geht es wir Er kann es ja noch einmal Wenn es bei dem nichts nicht funktioniert Dann müssen wir mal gucken was los ist Okay Gut Bei ihm waren ja diese Zeichen Dieses Das ist schwache Verbindung Wahrscheinlich Aber ich weiß es nicht Ich vermute mal deswegen Wunderbar Wünsche ich euch Hallo Daniel Bitte Hallo Kian Ich wollte dir mal sagen Du machst hier echt super Arbeit Machst du weiter Lass dich nicht unterkriegen Vielen Dank Also Mehr kann man da eigentlich auch nicht zu sagen Man kann Wenn man wirklich Wenn man wirklich moralisch richtig ist Und auch mal reflektiert auf die Welt schaut Und auch auf die Geschichte Allgemein Auch auf die Moral Dann sieht man ganz klar Wer im Recht ist Und auch wer nicht Da brauchen wir kein religiöses Buch Da brauchen wir nichts Und super Arbeit Lass dich nicht unterkriegen Auch als Ex-Muslim Damit ihr alle wisst Er setzt sein Leben aufs Spiel Das ist hier keine Spielerei Das macht kein Mensch umsonst Er lässt sich nicht gerne beleidigen Er lässt sich nicht gerne hetzen Sonst irgendwas Er macht das durch Liebe Und Leute wacht auf Hört seinen Worten zu Und ich wünsche euch einen schönen Abend Vielen, vielen Dank Danielu Das war eine nette Ansage von dir Recht herzlichen Dank, mein Freund Gerne Gerne Danke, mein Lieber Schönen Abend Vielen Dank Das wollte ich eigentlich nur losreden Danke dir Okay Vielen nette Kommentar Ciao Danke dir Ja, ich denke mal den Ich denke mal Was? Ich denke mal Bashtürk werde ich auf jeden Fall nicht hochholen Wenn ich mir sein Profil ansehe Scheint ein Rapper zu sein Von der ganz vulgären Sorte Also Bashtürk Bleib mal da, wo du bist Also wenn ich mir seine Raps hier ansehe Das geht an die GS An die Refugees An die kriminellen Wichser Die dich FFF Wirst du weiter frech Unerzogen Hier auf Beatsmann Dis, dis, dis Geht die GGs an Die Refugees an Die kriminellen W Die deine Mutter FFF Du F Du guckst sie besser nicht schief an Oder was du lernst Das ist Skifahren Doch nicht so wie beim Wintersport Du fängst dir einen Shot von der Seite Auch wieder so ein Migrant Der unsere Gesellschaft Mit diesem Müllbereich hat Ja Gleich Zusammen Im Koffer Und seine Raps Mit ihm zusammen Auch gleich nach Hause schicken Was ich dich fragen wollte Kieran Wenn ich das auch darf Wie lange warst du Muslim Wirklich total überzeugt Wie viele Jahre 30 Jahre Und hast du wirklich gedacht Du kannst derzeit Jeden widerlegen Jeden Kritiker Oder irgendwie so Oder wie Wie hast du da gedacht Oder wie war da dein Level Wie du da argumentieren konntest Nein Ich habe in meiner Bubble gelebt In meiner Bubble habe ich mich wohlgefühlt Ich habe nie nach draußen geschaut Ich habe in meiner islamischen Community gelebt Das war gut Wir haben uns gegenseitig beweihräuchert Und deswegen haben wir uns gegenseitig bestärkt Wir haben uns wohlgefühlt Wenn wir uns den Schrott gegenseitig bestätigt haben Und so hat das alles funktioniert Und erst als ich den Mut hatte Meine Skepsis auch zu benutzen Als ein Arbeitswerkzeug Habe ich gemerkt Was für ein Vollidiot ich bin Und was für idiotische Sachen ich überhaupt glaube Und auf diesem Weg Auf diesem Weg habe ich mich verabschiedet vom Islam Ich habe einfach Ich habe einfach Meine Untersuchung gemacht Ich war ehrlich zu mir Und ich habe gesehen Das was ich glaube Kann kein Mensch auf dieser Welt rechtfertigen Und dann habe ich gemerkt Ich bin in einem Disney Club Ich bin in einem Herr der Ringe Filme Ich bin in so einem Harry Potter Film Wo Hokus Pokus und Zauberei Und all dieser Blödsinn existiert Das kannst du alles vergessen Wenn du dich ernsthaft mit dem Islam auseinandersetzt Dann ist das ein Märchenbuch Das sich auch noch lange Andauernd auch wiederholt Wenn nicht wiederholt sich der Koran Und immer kommt der Koran Mohammed zu Hilfe Wenn Mohammed Scheiße baut Für dich selber Würdest du irgendwas Positives Auch aus dem Islam Koran mitnehmen Gibt es irgendwelche positiven Dinge Die da auch drinstehen Die du für deine Werte übernehmen könntest Kein Also im Koran stehen Sachen Die gut sind Ja, natürlich Es gibt keine Weltanschauung Selbst Hitler war ein netter Kerl Ab und zu Und hat nette Sachen gesagt Ja, er hat seine Eva Braun gemocht Er hat seinen Schäferhund gemocht War vielleicht zu einigen Angestellten sehr nett Und hat nette Gespräche gehalten Und hat auch mal ein Bierchen Oder mal ein Glas Wein ausgegeben Ja, das macht aber nicht Das Gesamtbild von Hitler nett Tatsache ist Egal was im Koran steht Egal was da drin steht Es ist nie so einzigartig Als dass du selber Auf die Idee kommen kannst Zum Beispiel Was ist gut im Koran? Ja Im Koran heißt es Und sagt nicht zu euren Eltern Ach und Och Ja, also widersprecht euren Eltern Ich seid gut zu euren Eltern Aufmerksam und so weiter und so fort Oder Waisenkinder Gibt ihnen nur das Beste zum Anziehen Und füttert sie mit dem Besten Was ihr habt Tolle Sache Aber Wenn ich dazu ein Buch Aus einer Kriegerischen Stammesgesellschaft brauche Des 6. Jahrhunderts Ja Wo die Stämme sich gegenseitig den Kopf eingeschlagen haben Und sich gegenseitig die Frauen geklaut habe Wenn ich ein Buch aus einer kriegerischen Wilden Stammesgesellschaft brauche Um dahinter zu kommen Dass ich nett sein soll Zu Kindern die keine Eltern mehr haben Und dass ich nett zu meinen Eltern sein soll Die mich liebevoll aufgezogen haben Dann bin ich ein intellektuell armer Mensch Dazu brauche ich keine Religion Ich habe immer gesagt Oliver Zeig mir Zeig mir im Islam irgendetwas Das so einzigartig ist Dass es nur der Islam gebracht haben kann Und du wirst es nicht finden Alles was du im Islam findest Das kannst du auch hier oben selber kreieren Dazu brauchst du keine Rückstockanleitung Von so einer barbarischen Religion Brauchst du nicht Okay Dann Das hatte ich auch mal jemand anders gefragt Was kannst du dazu sagen Mal sehen ob du das selber antworten kannst Mir ist schon Ich habe schon oft gehört Du kannst die deutsche Übersetzung Vom Koran nicht nehmen Weil die arabische Sprache anders ist Das ist viel ganz anders Oder schwieriger zu verstehen Kannst du dazu was sagen Oder ist das so ein Strohmann Das ist ein Strohmann Argument Damit versuchen die Muslime Jede Diskussion über dieses Buch zu beenden Die arabische Sprache ist genauso einfach und schwer zu erlernen Wie jede andere Sprache auf dieser Welt Und wäre arabisch nicht übersetzbar Dann würde es ständig diplomatische Konflikte geben Zwischen Diplomaten und arabischen Diplomaten Weil die Diplomaten die Araber ständig falsch verstehen würden Ja Arabisch ist übersetzbar Wir haben 370 Millionen Araber Muttersprachler Araber auf der Welt Der Rest ist angewiesen auf Übersetzung Und so lebt es sich auch Und so lebt sich das auch Ja Und es ist ein Mythos Deswegen es gibt ja diese Koran Herausforderung Ja bringt herbei ein Vers wie diesen Wenn ihr könnt und ihr werdet es niemals können Behauptet der Koran Aber wer setzt die Regeln für diesen Wettkampf fest Die Muslime sagen Wenn ich was vorbringe Wenn ich sage guck mal Das ist ein Koranvers Den jemand kreiert hat Ein Fake Koranvers Haben viele Muslime übrigens gemacht Ich habe mal ein Fake Koranvers Muslime vorgelegt Die den Koran nicht kannten Und die haben sich hingesetzt und gesagt MashaAllah Was für ein Es ist in mein Herz gegangen Als ich diese Koranvers gehört Ich habe gesagt Entschuldigung Das ist ein Koranvers über Corona Das ist die Sura heißt sogar Sura al Corona Ja Das war totaler Fake Und trotzdem haben sie gefühlsmäßig gedacht Das ist der Koran Mhm Und das wie Es ist alles Propaganda Es ist alles Propaganda Bringt herbei ein Vers wie diesen Ihr werdet es nimmer vermögen Sagt der Koran Aber wer setzt die Spielregeln Wer ist der Schiedsrichter hier Ab wann ist etwas gleich dem Koran Oder kommt nicht an den Koranvers heran Es gibt überhaupt keinen Maßstab dafür Muslime können so etwas behaupten In den Raum stellen Und können jederzeit sagen Das akzeptiere ich aber nicht Ja Ich könnte euch die Koranvers jetzt vorspielen Und ihr würdet euch totlachen Das hört sich wie der Koran an Aber es ist einfach nur eine Verarschung Es gibt sogar eine Es gibt zwei Suren Die eine junge Frau in Algerien gemacht hat Und ein Tunesier Der Tunesier hat Sura al Corona gemacht Und eine junge Frau hat Sura al Chicken gemacht Das Huhn Und sie hat das so interessant gemacht Ich habe mich flachgelegt Als ich das gehört habe Also Glaub nicht auf diesen Unsinn Es ist ein Unsinn Ich kann dir nur raten Häng diesen Unsinn an dem Nagel Und leb dein Leben als selbstständiger Freidenker Und wenn du an einen Gott glauben willst Dann kreiere dir deinen eigenen Gott Und Ja Ich kann dich voll verstehen Ich sage mal so Ich würde es auch machen Wenn ich niemals die Androhung von der Hölle gehört hätte Aber weil ich diese Angst habe Dass ich in die Hölle komme Weil ich eventuell falsch geglaubt und oder gelebt hätte Das ist das Weshalb ich das nicht kann Aber ich kann dich voll verstehen Und ich danke dir auch Dass du mir das so gesagt hast Was ich dich fragen wollte Noch mir hat jemand geschrieben Ich soll dich fragen Warum du gar nicht an Gott glaubst Weil ich habe dich glaube ich mal in früheren Lives gehört Und da hättest du glaube ich gesagt Dass du gar nicht an Gott glaubst Wenn du möchtest Kannst du das nochmal erklären Kurze Antwort darauf ist Ich glaube nicht Dass ein Gott existiert Ich habe keine Beweise dafür gefunden Dass da draußen eine Entität existiert Die uns alle geschaffen hat Die diese Welt geschaffen hat Ich sehe so viele widersprüchliche Dinge auf dieser Erde Und ich glaube nicht Dass es einen himmlischen Einfluss gibt Oder dass es einen Gott gibt Der das Universum, das Leben und die Existenz hervorgebracht hat Glaub mir Mehr muss man dazu nicht sagen Ich habe keine Beweise dafür gefunden Und ich habe während meiner islamischen Zeit Nur über die Existenz Gottes debattiert Ja Ja und ich finde Man kann absolut gesehen Wie ich ja am Anfang schon gesagt habe Nichts beweisen Also ich kann nicht beweisen Dass es Gott nicht gibt Also das Gegenteil Was du jetzt sagst Aber ich kann auch nicht beweisen Dass es ihn gibt Also das stimmt Absolut gesehen kann ich nichts beweisen Aber nicht nur im Islam Auch im Christentum Gibt es ja diesen Absolutheitsanspruch Wenn ich Jesus nicht als meinen Erlöser und Erretter annehme Und ich hatte die Möglichkeit dazu gehabt Dann müsste ich auch für alle Ewigkeiten die Hölle gehen Das klingt ja nach dem ersten Gefühl auch nicht gerecht Ich lasse ihn von diesem Terror nicht beeinflussen Entweder ist dieser Gott fair Und er sieht Oh Kian ist Er kann nicht mehr an das Konzept der Hölle glauben Und deswegen glaubt er nicht mehr an mich Oder wenn Jesus Christus existiert Und sagt Niemand kommt zu mir außer durch mich Und ich komme nicht zu ihm Dann hoffe ich Dass er am jüngsten Tag einfach versteht Dass ich einfach nicht daran glauben konnte Und du lässt dich von diesem Höllengeschrei beeinflussen Die Hölle im Islam ist so widersprüchlich Und die Hölle im Islam ist das bescheuertste Konzept überhaupt der Religion Merk dir mal eins Die monotheistischen Religionen gehen alle mit der Schuld hausieren Sie gehen alle mit Zuckerbrot und Peitsche hausieren Glaub an mich oder du verbrennst Glaub an mich oder du bekommst die ewige Pein Das ist ein Spiel der Religion Damit machen sie dich gefügig Dann hängen sie noch ein Konzept dran Dieses Konzept heißt Sünde Sie sind wie Fenstereinschmeißer Die gleichzeitig auf der Ladefläche ihres Autos Fenster haben Sie fahren durch die Nachbarschaft Schmeißen die Fensterscheiben ein Und rufen Ich hab Fenster Ich hab Fenster Sie kommen mit einem Problem Und gleichzeitig mit der Lösung Sünde, Hölle Das sind alles Konzepte von diesen monotheistischen Religionen Erschaffen Um dich in Gefügigkeit zu halten Und wenn du einmal verstanden hast, was Sünde ist Es ist ein Konzept aus ihrer Weltanschauung Dann erlebst du, dass es im Grunde genommen Es ist im Grunde genommen idiotisch Auf meinem Blog, Kierens Ex-Muslim-Blog Habe ich einige Artikel zum Prinzip der Hölle geschrieben Und wenn du das durchliest Hoffentlich wird es dir plausibel Und du kannst sehen, was los ist Ja, weil das würde ich Wenn ich jetzt nur Also klar, nach göttlichem Maßstab will ich nicht urteilen Aber wenn ich jetzt nur nach meinem eigenen menschlichen Maßstab gehen würde Würde ich das auch unverfinden, Kieran Wie dann im Christentum Das wäre, guck mal, im Christentum ist so Jeder, der es hätte annehmen können und nicht angenommen hat Geht in die Hölle Aber wie viele gute Menschen sind das auch Die, die lieb und nett sind Die anderen geholfen haben Die vielleicht gesündigt haben nach Gottes Maßstab Aber mit anderen bewusst geschadet haben Dann würden auch so viele gute Menschen in die Hölle gehen Das würde ich, wenn ich nur deinen Maßstab jetzt nehmen würde Auch nicht fair finden Und meinen soll es auch nicht nehmen Du sollst deine eigenen Untersuchungen machen Nach meinem eigenen Maßstab würde ich es nicht fair finden, sage ich mal Nach meinem eigenen Nur wenn ich natürlich mit Gott das wieder in Verbindung nehme Dann würde ich es eventuell, wie er das sieht Aber nur nach meinem eigenen Gewissenstand würde ich es nicht fair finden Ja, dann schaue ich mal Es gibt ja immer noch einige Leute, die da sind Und ich danke dir da, Oliver Ja, vielen Dank Das hat mich sehr gefreut, dass du mich hochgenommen hast Gerne vielleicht bis zum nächsten Mal Wenn es geht Aber am besten nur, wenn jetzt nicht zu viele Leute hier rein wollen Oder sind Weil ich denke mal, ich kann nicht so viel von meinem Wissen her sagen Weil ich ja immer so vorsichtig bin Und es jedem recht machen will Niemandem auf die Füße treten will Aber das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, Kieran Und wie gesagt, ich glaube dir, dass du im Grunde ein herzenslieber, netter Mensch bist Ich wünsche dir alles Beste, Glückliche, Gesunde weiterhin Und einfach, wie du von deiner Art zu mir bist Das ist das beste Geschenk, was du mir geben kannst Und das freut mich unendlich sehr Sehr gerne, vielen Dank, Oliver Okay, gerne, schönen Abend Bis zum nächsten Mal, gerne vielleicht Ja, danke dir, meine Tschüss Ciao So, dann haben wir jemanden, der sich Ausländer nennt Ja Oh, ich hab den Christian hochgeholt Ja, grüß dich Christian Servus Gut, dann hole ich beide hoch Ja, grüß dich Christian, bitteschön Erstmal, wie geht's dir? Ja Bist du wirklich Christian? Du siehst nicht aus wie Christian Ja, ich bin Christian Bist du sicher? Ja Okay, okay, gut Wie sehe ich denn für dich aus? Wie sehe ich denn für dich aus? Nee, nee, nee Die Art, wie du redest, klingt so Ich will ja nicht zu weit gehen Nee, sag doch, geh, kannst ganz offen reden Alles in Ordnung, rede Nee, ist alles okay Bitte Christian, schieß los Nein, du hast doch gerade auch was gedacht Sag doch bitte Sei offen Nee, du siehst Der Christian, den ich hier sehe Der sieht nicht aus Der hört sich nicht an Der hört sich wie ein typischer Migrant an Typischer Migrant, ich bin Deutscher Okay, völlig in Ordnung Zieh alles zurück Ja Ich hab mal eine Frage Warst du Sunnit oder warst du Schiite? Früher Ja, also die Frage würde mir in Deutschland nicht stellen Okay, aber nein Einfach eine ganz normale Frage Warst du für so viele Unterschiede? Ich hab so viele Kanacken bei mir hoch Die alle immer erzählen, dass sie Dass sie Deutsche sind Mit deutschen Namen Und am Ende ist dann immer Mehmet, Mustafa oder Mohammed dahinter Müsse Schau mal Ich war Sunnitisch, Shafi Sunnitisch Okay Alles in Ordnung Ich wollte nicht mehr wissen Du bist jetzt Christ geworden, ja? Bin ich nicht Ich hab mit dem Christentum nichts zu tun Okay Aber warum zieht man dich dann sehr oft in christlichen YouTube-Kanälen? Also du Du hast einen eigenen Kanal Aber viele Christen benutzen dich praktisch Also Auf ihre YouTube-Kanäle Schon mal gewusst? Ich hab denen grünes Licht gegeben Die dürfen meine Sachen benutzen Was sie damit machen, ist mir völlig egal Aber sie benutzen das als aufklärerische Arbeit Aber ich hab mit denen nichts zu tun Aber kannst du mir erklären, wie du Wie soll ich das erklären? Also wie kam das für dich, dass der Islam für dich Widersprüche hatte? Also wie kam es dazu, dass du die Erkenntnis davon bekommen hast? Also Heute ist mein Thema Palästina Israel Okay Und nicht so sehr meins Ich hab schon in mindestens sechs oder sieben Livestreams Hab ich darüber gesprochen Und heute möchte ich das Nicht mehr thematisieren Heute möchte ich eher darüber sprechen Was hast du zu Palästina oder Israel zu sagen? Also ich bin Ich bin Ex-Muslim War neun Jahre alt in Islam-Sinne Sunnitisch Hab den Islam verlassen Und ich hab Jesus Christus als meinen Herrn angenommen Als meinen König Okay Gut Und Ich sag mal so Es gibt es ja Es gibt ja verschiedene Glaubensrichtungen Und da muss man ja auch genau differenzieren Was ist extrem Und was ist nicht extrem Man muss genau aufpassen Es gibt es auch beim Christentum Gibt es auch sehr extreme Menschen Ja alles was Was sehr extrem ist Ist nicht gesund Davon hätten auch gesunden Menschenverstand Äh tut man davon abhalten Das weiß auch jeder Gesunder Mensch Ähm Der Oliver zum Beispiel Der Oliver Der ist Autist Er hat Autismus Spektrum Ist ja groß Und ich bin da selber auch Autist Ich hab Asperger Ich bin Asperger Autist Und wir sind gut fühlende Menschen Und wir wollen gerne Wir sehen immer das Gute an den Menschen Und das wird sehr gerne oft missbraucht Ja Weil wir so gutmütig sind Ja Ich weiß nicht Ob du dich mit Autistismus auskennst Äh Da gibt es ja Großes Spektrum Man wird impulsiv Aggressiv Auch und solche Sachen Da würde ich gar nicht missbinden Aber halt Ich finde es halt traurig Dass Ähm Dass Menschen Oder Personen Solche Leute benutzen Ausnutzen Für ihre eigene Zwecke Und manipulieren Das finde ich sehr traurig Ja Und das ist halt Sehr sehr schade Dass man Äh Ne Da fehlen mir die Worte Ähm Also Einerseits finde ich das gut Was du machst Aber einerseits Was ich halt nicht verstehe Dass du Äh Wie soll ich das sagen Also ich Mit den Leuten Mit denen ich zusammen Aufgewachsen bin Oder nicht aufgewachsen bin Die ich kennengelernt habe Mit denen ich von einem Teller gegessen habe Über den kann ich nicht schlecht reden Und ich kann auch nicht alles Über den Islam schlecht reden Weil ich auch Weil ich halt Gute Dinge erfahren habe Aber ich hab halt für mich In meinem Herzen Ich hab den Islam Auszutreten Weil es für mich Einige viele Widersprüche gab Und Thema Palästina Und Israel Wie sind denn da Deine Verhältnisse Was sagst du dazu Ja Moment Äh Gib mir mal eine Eine Sekunde mal Ich muss kurz hier was einstellen Darf ich kurz was sagen Ja also genau Wir haben Christian Und wir haben den Ausländer hier Und ähm Okay Also Also Ganz kurz Ich wollte zu dem Oliver nochmal Wenn er noch Zuhört Kurz was sagen Also Dass er sich auch Andere Meinungen Abholen soll Also Von dir zum Beispiel Wenn du zum Beispiel Feindlich gesinnt bist Im Islam Sollte der Oliver Auf jeden Fall Noch Die andere Meinungen Sag ich mal Die Scheinargumente Wieder Legen lassen Sag ich mal Auf Äh Für andere Personen Kann ich nur empfehlen Äh Mal die andere Seite Anzuhören Und Zu Christian In der Bibel Du hast in der Bibel Noch mehr Widersprüche Also ich weiß gar nicht Warum du da Ah bitte fang nicht Jetzt an Mit Christentum gegen Islam Islam gegen Christentum Ich denke Der Koran hat schon genug Ähm Spannungsfelder Die wir hier diskutieren Ich werde hier keine Christentum gegen Islam Islam gegen Christentum Gespräche aufbauen Ich bin als Ex-Muslim Hier nicht als Ex-Christ Ich habe mit dem Christentum Nicht zu tun Aber ich werde auch Diese Diskussion Auf meiner Plattform Nicht wirklich gut heißen Ich möchte nur Über den Islam sprechen Das ist mein Metier Damit bin ich 35 Jahre lang Aufgewachsen Und da weiß ich Bescheid Kannst du mir ansagen Die Fatiha Wenn du Muslim warst Das ist interessant Ähm Meine Zuschauer Die mir schon Folgen Seit dem ersten Mal Ähm Ähm Finde ich sehr sehr spannend Dass in wirklich Jedem meiner Livestreams Die Al-Fatiha Von mir verlangt wird Angenommen Ich sage die Al-Fatiha Was würde das Über mich aussagen Ähm Ich könnte Arabischer Christ sein Der Arabisch kann Und die Al-Fatiha Auswendig gelernt hat Ich könnte ein Kerfer sein Ein Ungläubiger sein Der Ähm An einer deutschen Uni Islamwissenschaft Und Arabistik studiert habe Und könnte deswegen Die Al-Fatiha Aufsagen Ich könnte auch Ein Zionist sein Der den Islam Nach eurer Meinung Ein Zionist sein Der den Islam Zerstören will Und deswegen gelernt hat Islamische Formeln Ähm 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 Zu benutzen Was bringt es dir Wenn ich die Sura Al-Fatiha sage Welchen Beweis habe ich Dass du Muslim bist Nur weil du Die Al-Fatiha Weil du mir Das Boudou erklären kannst Die Hatsch-Rituale Oder ob du mir Erklären kannst Wie man fasten soll Oder wie man weiß Aber darf ich fragen Warum du jetzt nur Gegen Islam hetzt Nicht gegen Christentum Moment Erstmal benutzt du Falsche Schlagwörter Ich hetze nicht Gegen den Islam Ich spreche gegen den Islam Und wenn ich gegen den Islam spreche Dann sage ich nicht Weil ich verdammte Schlechte Laune habe Und über den Islam sprechen möchte Sondern ich habe In meinen vergangenen Mindestens 10 Livestreams Habe ich die Gründe dafür Aufgeführt Und viele Leute Die hier drin sind Kennen meine Gründe auch Genauso wie ich Dem Oliver jetzt Die Gründe davor gezählt habe Warum der Prophet Mohammed Zum Beispiel Ein unmoralischer Mensch ist Oder warum einige Koranverse Sura 65 Vers 4 Sura 4 Vers 35 Zum Beispiel unmoralisch ist Und da kann ich den Menschen nur empfehlen Schaut euch die Scheinargumente Widerlegung an Auf anderen Seiten Zum Beispiel Deine ganzen Argumente werden bestimmt Widerlegt Sag ich schon mal Ausländer Nenn mir Sura Al-Fatihah Vers 6 und 7 Mach du doch War doch mal eine Frage zuerst Ja Wir reden jetzt über Du sagst Wenn ich zum Beispiel Einen Koranvers Beanstande Dann ist das ein Scheinargument Und ich beweise Den Zuschauern da draußen Dass die Sura Al-Fatihah Die besteht aus 7 Verse Dass der Vers 6 und 7 Unmoralisch ist Und ein Angriff Gegen die Juden und die Christen So Und ich damit zeige Ich habe ja gesagt Ich bin ja jetzt Von nirgendwo ab Ich gucke ja auf den Screen Also ich kenne die Sura Al-Fatihah So Und wenn für dich Das ein Beweis ist Nur damit ich die Sura In Arabisch lese Dann bist du sehr einfältig Was die Beweiskraft ist Besser ist es Wir unterhalten uns Über die Sura Al-Fatihah Und dann kannst du Sehen, ob ich etwas Vom Islam weiß Das ist für mich Der größere Beweis Als die jetzt Ich habe ja gesagt Das ist völlig Da kommt nichts Also ich habe ja nicht gesagt Dass ich jetzt hier Zum Deportieren hier bin Ich bin jetzt kein Gelehrter Warte mal Warte mal Lass mich mal ausreden Erstens Du rufst die Leute auf Und sagst Ich verbreite hier Scheinargumente Du bist gleichzeitig Nicht in der Lage Deine Religion selbst Zur Verteidigung Und deswegen sagst du Leute geh zu anderen Die es besser wissen als ich Betrete nicht das Kampffeld Wenn du nicht gut kämpfen kannst Das sage ich immer den Leuten Ich will mit gut ausgebildeten Muslime sprechen Und nicht mit solchen Die aus dem Bauchgefühl den Islam verteidigen müssen Das tust du gerade So ich habe dir gesagt Come on Lass uns über Lass uns über die Sura al-Fatih Diskutieren Bist du bereit Mr. Ausländer Über die Sura al-Fatih Über den Inhalt Der Sura al-Fatih Zu diskutieren Mit dem Dementsprechenden Tafsir Der früheren Koranerläuterer Ebenen-Abbas Ebenen-Kastea Und so weiter Und so fort Bist du bereit Darüber zu reden Und ich beweise dann Dass mein Scheinargument Das du als Scheinargument einsetzt Im Grunde genommen Kein Scheinargument ist Sondern ich argumentiere Auf der Basis Deiner eigenen Quellen Deswegen können mich Muslime Sehr selten schlagen Weil ich immer Auf ihrem Ihrer Spielsache spiele Ich ziehe mir die Sachen Nicht aus der Nase Meine Datenbank ist hier offen Ich rufe meine Studierten Dinge ab Und ich konfrontiere dich Mit den Quellen Ich drehe mein Telefon Ich finde es trotzdem komisch Dass du nicht über andere Religionen redest Das ist der Grund Wenn ich dir auch Quellen nenne Dann sagst du Diese Quellen sind nicht wichtig Ja ich finde es trotzdem komisch Dass du nur über Islam redest Aber ich bin Ex-Jude Nicht Ex-Christ Nicht Ex-Modist Nicht Ex-Hindo Ich bin nicht Ex-Shinto Ich bin nicht Ex-Jaini Ja pass auf Das ist genau so Und der Inder Irgendwie Ich sehe es genau so Wie wenn du über den Islam Das ist genau so Wie wenn du über deine Ex-Freunde lästerst Schau mal Ich sage dir mal eine Ich sage dir mal eine Sache Gut dann nehme ich dir ein anderes Beispiel Ein Doktor Der in der Krebsforschung arbeitet Wird ziemlich oft über Krebs sprechen Und er wird nicht nett über den Krebs sprechen Er wird sagen der Krebs ist gefährlich Der Krebs kann euch zerfressen Leute Habt einen gesunden Lebensstil Du hast doch im Islam Teilen Zwang glaube Der Krebs ernährt sich von all diesen Dingen Also dann kannst du gleichzeitig auch einem Doktor sagen Hey Doktor warum redest du so viel über Krebs Das ist Quatsch was du sagst Es ist ein Dein Argument geht nach hinten los Ich rede über den Islam Erstens weil ich aus dieser Religion ausgestiegen bin Und zweitens weil ich die Menschen über die Probleme Die mit dieser Religion einher kommen Aufklären möchte Wenn der Islam eine nette süße schokoladenüberzogene Religion wäre Dann würde ich hier nicht sitzen Aber es gibt Millionen von Gründen Warum ich hier sitze Und den Islam Nein der Islam Der Islam sagt Dass man die Menschen gerecht und gütig behandeln soll Solange wir nicht Das ist aber nicht mit jemandem Der ist gestern aus dem Islam rausgegangen Ich war 35 Jahre an Bord Ich war wahrscheinlich Muslim Als du noch gar nicht geboren wurdest Solange wir nicht Vertrieben werden Sollen wir den Menschen gerecht und gütig sein Der Islam sagt immer Gut alles klar Du willst gerecht sein Gut Dann wollen wir über eine spezielle Sura reden Dann schlage ich dir Sura Sura 60 Vers 8 bitte Sura 60 Vers 8 Nein wir lesen Sura 5 Vers 60 Nein wir lesen Sura 60 Vers 8 Und dann sagst du mir Nein du sagst mir was du zu Sura 60 Vers 8 sagst Mindstream meine Spielregeln Und dann sagst du willst du hetzen Du weißt ganz genau dass der Islam die Wahrheit ist Gut Also Sura 5 Vers 60 Sura 60 Vers 8 sagt man sollte den Menschen gütig und gerecht sein Lasst euch nicht verarschen von diesem Islam Assau In der Bibel steht auch andere Sachen Diejenigen die Allah verflucht hat und denen erzürnt und aus denen der Affe und Schweine gemacht hat Ja in der Bibel steht auch dass man sterben muss wenn man sich nicht an die Gesetze hält Allah hat die Menschen zu Affen und Schweine gemacht sehr nett von deinem Gott In der Bibel auch oder was steht in der Bibel Ich bin kein Da kannste auch aus den Bibeln zitieren Du willst doch gegen Islam hetzen Du willst doch rumlügen Ich stehe als Ex-Muslimer Ich habe mit der Bibel nichts am Hut Kommen wir nicht mit der Bibel Wenn Ausländer Ausländer schau mal Ausländer schau mal Recht oder warte mal Machen wir etwas was ein bisschen leichter fällt für dich Erfalt du mal Christian Was ja aus den Sachen zu der Bibel sagt In der Bibel steht auch Sachen drin Dass man zum Beispiel sterben muss Wenn man sich nicht an die Gesetze hält und so weiter Christian kannst du mir sagen was du davon hältst Dass er nur gegen Islam schießt Nicht gegen Christentum Christian sagt jetzt gar nichts Weil das ist mein Stream Und ich werde dich jetzt herausfordern Christians Religion ist überhaupt kein Problem Christians Religion ist kein Problem für mich Aus seiner Religion kommen keine Dschihadis Keine Attentäter Und die Kreuzzüge und die ganzen Hexenverbrennungen Und die Kreuzzüge der Hexenverbrennungen Wer hat denn das gemacht Willst du über die Kreuzzüge sprechen Sag mir mal bitte Wann fand der erste Kreuzzug statt Sagst du doch Nein sagst du doch Denn du fängst mit den Kreuzzüge Und dann hast du dich ja angeblich durchgelesen Wann war der erste Kreuzzug? Ist egal wann das war Ne ist nicht Es ist sehr wichtig Wann waren die die Hexenverbrennungen? Vergiss man sie Wer hat die Weltkriege gemacht? Wir Muslime oder ihr Atheisten? Die Weltkriege waren nicht wegen Muslimen So Ausländer Nochmal Nochmal Entweder wir reden Du bringst die Topics auf den Tisch Und ich antworte dir darauf Und dann drückst du dich vor dieser Frage Nochmal Die zwei Weltkriege Habt die Atheisten gemacht Nicht wir Muslime Ihr Lügner Wenn du noch einmal dazwischen gehst Muss ich dich entfernen Du hast die Kreuzzüge angesprochen Und ich antworte dir So gut Er ist von alleine gegangen So Die Kreuzzüge waren 1095 Papst Urban I Hat die Kreuzzüge ausgerufen Warum hat er die Kreuzzüge ausgerufen? Die Kreuzzüge waren nicht Kreuzzüge gegen die islamische Welt Sondern sie waren eine Antwort auf 400 Jahre Attacken der Muslime auf die christliche Welt Und Papst Urban hat gemerkt, dass die heiligen Städte der Christen in Gefahr sind Aber auch die Christenheit in Europa Und deswegen hat er die Kreuzzüge ausgerufen Der einzige Fehler dieser Kreuzzüge Urban II. Vielen Dank Vielen Dank Urban II. Bravo Vielen Dank Ich korrigiere mich Urban II. Der einzige Fehler, den die Christenheit damals zu dieser Zeit gemacht haben Ist, dass sie zu lange gewartet haben Sie haben fast 400 Jahre lang geduldet Dass die muslimische Welt die christliche Welt bedroht Die enorme Probleme in Europa auf den westlichen Straßen verursachen Wir sehen eigentlich kaum andere Migrantengruppen, die diese Schwierigkeiten auf den Markt werfen Es sind immer Menschen aus dem muslimischen Kulturraum Und meistens immer devote Anhänger dieser Religion Ja, aber auch Kulturmuslime, die mit einem sehr aggressiven Potenzial zu uns kommen Und im Grunde genommen Ja, Tommy, recht herzlichen Dank Und unsere Straßen unsicher machen Wir haben kein Migrantenproblem Wir haben ein spezifisches Migrantenproblem Ja, mit Menschen, die einer spezifischen Weltanschauung angehören Der Rest ist nun mal so, wie es ist Ja, so, ich drehe das mal ab und zu Ich will mal so ein bisschen die Muslime reizen Genau, also das ist ja auch schon krass Das sieht man sogar bei den Türken zum Teil Also die erste Generation ganz normale Arbeiter Und ab der zweite Generation fing es schon an mit Kriminalität Banden in Berlin und sonst was Und bis heute konnten sich die Türken gar nicht richtig integrieren Oder überhaupt zu Hause führen Die haben immer noch dieses Heimatbesinnung nach Türkei Und die unterstützen ja auch Palästina Also sie sind ja sogar mehr islamisch als türkisch Stehens im Land Was da natürlich überhaupt nicht der Fall ist Wie ist deine Position jetzt in dem Palästina-Israel-Konflikt? Also ich sage ganz ehrlich Wenn man mein Zuhause einfach mit Raketen voll bombardieren würde Dann würde ich natürlich auch zurückkämpfen wollen Und so sieht das mit Israel dann halt Und natürlich stehe ich dann auch noch mit Israel Vor allem halt als Albaner Und mache das da eh keins in Palästina zu unterstützen Weil nicht nur verhält sich das Volk Komplett Ich sage jetzt mal ekelhaft Hier auf diesen Straßen Nicht dankbar Nicht irgendwas Nein, sie erwarten auch noch viel Sie regieren die Straßen gefüllt Du kannst ja nichts machen Auch hier auf TikTok zum Beispiel Sieht man ja bei dir Du wirst direkt gesperrt Wenn du deine Meinung sagst Und von den ganzen Communities hier ausgescheiden Und sonst was Deswegen also Ja Also hier schreibt zum Beispiel Chiitischer Halbmond Und sagt Europa gehört dem Muslim Es sind nur noch gezählte Tage Chiitischer Halbmond Bereiche uns doch mit deinen Nostradamus Visionen Und komm doch einfach mal hoch Ja Hör doch auf immer so im Chat Ich bitte die an Komm hoch Und dann unterhalten wir uns über die Möglichkeit Über die Übernahme Europas durch den Islam Ali Modayet Ohne uns Muslime Ihr hatte kein Jupp Ja Also mit Sicherheit Kann ich sagen Dass du in der Schule gefehlt hast Sonst hättest du Also aus dir wird sicherlich nicht Derjenige der Jobs schafft Wenn er so Deutsch spricht Gut Chiitischer Halbmond will nicht kommen Und das zeigt, dass er ein Feigling ist Ja Ich mag immer Ich mag nicht, wenn Leute eine große Schnauze im Chat haben Besonders wenn sie sich als Muslime outen Und Aber nicht hochkommen wollen Ist echt schade Freunde Ich bitte euch auch wirklich Liked mein Stream Damit kommen mehr Leute hoch Jetzt sind wir schon Gott sei Dank 124 Ich bitte euch Drückt das ein bisschen nach oben Und Helft mir, dass mein Stream ein bisschen anwächst Das wäre wirklich Warum warst du gerade weg? Wird gefragt Ja Ich war gesperrt Hab aber sofort Appeal gemacht Einen Einspruch erhoben Und Ja Chiitischer Halbmond Wir unterhalten uns über den Erfolg der Muslime Komm bitte hoch Komm Ja und Dings allgemein Es ist ja auch immer einfacher im Chat bedacht Kommentare zu schreiben Wenn du hier hochkommst Du musst ja frei sprechen Du kannst ja nicht nachdenken so lange Und rumtippen und so Das schüchtert viele einfach nur ein Und vor allem diese Internetrammuss hier Ja eben Also ich versuche so frei wie möglich zu reden Aber selbstverständlich Ich habe auch meine Datenbank hier offen Ich habe ja angesammelt Ich habe ja auch meine Informationen Und die rufe ich natürlich ab Ich kann nicht alles im Kopf behalten Und so viel Islam im Kopf will ich auch nicht behalten Das würde nur meiner Gesundheit schaden Ja Deswegen mache ich das auf jeden Fall nicht Aber ich habe immerhin Quellen Und ich drehe ja auch mein Telefon sehr oft um Und ich zeige den Leuten auch Hey Das ist die Quelle Könnt ihr doch selber nachschlagen Ja Ich will möglichst Deswegen nutze ich meine Computer auch Wenn jemand kommt und sagt Nein Das stimmt nicht Dann drehe ich das Telefon um Und sage Bitteschön Das ist meine Quelle Und dann können sie nichts mehr sagen Ja Ich will quellenbasiert sprechen Ja Und heute geht es selbstverständlich um Palästina und Israel Und ich hätte gerne vom schiitischen Halbmond Mal gehört Aus seinem eigenen Mund Live hier in meinem Stream Das sind Schau mal schiitische Halbmond Ich habe das auch schon zu jemand anderem gesagt Es sind nur noch gezählte Tage Du reizst niemanden damit Wenn du sowas sagst Du reizst niemanden Du kommst als Quatschkopf rüber Ja Ich finde Muslime gut Die hochkommen und sagen Hey pass mal auf Das und das und das sehe ich so Aber das ist genau das Gegenteil Du weißt Dass du im Grunde genommen sehr ohnmächtig bist Du siehst Dass die Entwicklung genau in die andere Richtung geht Und deswegen sagst du das Psychologisch gesehen Sind solche Aussagen Immer ein Zeichen von Ohnmacht Ja Weil wir alle wissen Dass es nicht stimmt Ja Das stimmt nicht Glaub mir Es wird bald einen Kipppunkt In der europäischen Gesellschaft geben Und dann wird es euch Muslime nicht gut gehen hier Dann wird es Werden Moscheen geschlossen Eure Prediger werden ausgewiesen Es wird viele Verhaftungen geben Und ihr werdet deportiert Die ganzen radikalen Spinner gehen alle nach Hause Und das wird auch die Realität sein Und Kian Ich bin ja noch ein FOS-Schüler zum Beispiel Schon 19 Jahre alt Ich gehe noch in die FOS Und die Propaganda Die zum Teil auch in den Schulen gesagt wird Also die Lehrer Die sind ja voll auf Palästinas Seite Und sagen Also die sagen zum Beispiel Dieses Massaker Was in diesem Festival passiert ist Das hast du bestimmt auch mitbekommen Das ist ein Musikfestival Wo diese ganzen Jugendlichen Da abgeschlachtet wurden Ja das ist ja verständlich Weil das ja alles geklaut wurde Das Gebiet von denen Und das ist also so viel Linkspropaganda Anti-AfD-Marsch Die da abgeht Vor allem weil Lehrer ja eigentlich Unparteiisch sein sollten Aber auf meiner Schule Ist das kompletter Humbug Die machen da echt Schöne politische Propaganda Okay Ja das ist durch alle Institutionen So der Fall Das wundert mich überhaupt nicht Die sind zumeist links eingestellt Und ja es gibt kein Wunder Warum Muslime und Linke Sich so zusammentun Beide sind sie waschechte Antisemiten TikTok-Sport Bitteschön Ja Also wenn du mir die Möglichkeit gibst Dafür habe ich dich doch hochgeholt Genau Aber nicht um mich jetzt gleich sofort Wieder wegzudrücken Ich drücke niemanden weg Der nicht unhöflich wird Okay Also ich finde das nicht okay Was du machst Legitime Kritik Weiter Und Das ist absolut Weiter Einfach nur draufsticheln In dieses Thema Und gerade vor allem Du Ja Mit dem Thema in Verbindung Und allgemein auch Jeder der hier im Netz Über den Glauben Egal welcher Glauben das ist Sich Publiz macht Und Sich eine Reichweite sucht Und Sich irgendwie Vorher Moslem war Und dann Christe geworden ist Und dann Vorher Christe war Und dann Moslem geworden ist Andersrum genauso Also ich finde das Einfach nicht okay Und diese Sachen die du da Auf die Flagge geschrieben hast Die sind auch nicht okay Meiner Meinung nach Okay Was ist daran problematisch An Sympathisierst du mit der Anders Nein Darum geht es doch gar nicht Das weißt du auch ganz genau Haben wir es gleich Isis Guck mal Was ist wirklich An diesem Kommentar Ja guck mal Du hast mich ja jetzt Irgendwie unterbrochen Du hast mich Entschuldigung Entschuldigung Ich dachte ich Ich durfte was sagen Okay bitte Natürlich Aber Das ist einfach nicht so Wie du es da Darstellst Okay Aber Damit wir eine Diskussion aufbauen können Ich respektiere Dass du höflich bist Dass du nett bist Du klingst auch älter Das heißt man merkt auch Dass du nicht so Einer von diesen Teenagerpöbler bist Und das finde ich schon mal gut Die Art wie du in meinen Stream Reingekommen bist Deswegen respektiere ich Absolut was du jetzt gesagt hast Zunächst einmal Ich teile Als ehemaliger Praktizierender Muslim Meine Meinung Meine Erfahrungen Mit dem Islam Dafür Dass ich jetzt so da sitze Der Grund warum ich hier hinten schreibe Hamas ist gleich Isis Weil es kaum Unterschiede gibt Zwischen der Hamas Und dem islamischen Staat Von Syrien und Irak Deswegen habe ich auch geschrieben Dschihad Weil das der Motor ist Der die islamische Welt Am Leben hält Der Terror ist das Ergebnis Von dem globalen Dschihad Denn zur Zeit Während wir hier sitzen Sterben irgendwo auf der Welt Menschen durch den Realo-Islam Und nicht nur das Sondern bis zu 1000 Tote Pro Monat Durch Dschihadi Gruppen Die andere Menschen ermorden Darüber muss man reden Keine andere Religion Bringt Ex-Potential So viel Oder Ex-Potential Ex-Potential glaube ich heißt das Ex-Potential Recht herzlichen Dank So viel Gewalt Hervor Wie der Leider Gottes Muss ich es sagen Wie der Islam So Das ist der Grund Warum ich hier bin Warum unterhalte ich mich Über Israel und Palästina Weil ich diesem kleinen Land In der Größe von Hessen Einfach meine Solidarität Aussprechen möchte Warum? Es ist ihr zu Hause Das Volk der Palästinenser Existiert nicht Es gibt keine Palästinenser Es gibt nicht Palästinenser sind Fake Das Wort Palästina Existiert nicht im Kontext Von Palästinenser Und die palästinensische Flagge ist Fake Die palästinensische Identität ist Fake Es gibt kein palästinensisches Volk Es gibt nur ein jüdisches Volk Und es gibt Araber die dort leben Aber es gibt keine Palästinenser Und ich bin heute da Um den Um die Leute Die besten Redner Nach oben zu holen Und mir zu beweisen Ob es ein Israel oder ein Palästiner gibt Beziehungsweise ob es überhaupt So etwas wie ein palästinensisches Volk gibt Das ist einfach alles Was ich heute sage Deswegen bin ich hier Okay Dann möchte ich dich mal fragen Ja Seit wann gibt es ein Israel? Seit 1948 Offiziell, ne? Offiziell 1948 gegründet, ja Was war es denn vorher? Da war es ein jüdisches Ein jüdisches Gebiet Mandatsgebiet Britisches Mandatsgebiet Palästina Okay Und was war es vor dem 19. Jahrhundert? Vor dem 19. Jahrhundert War es Teil des Osmanischen Reiches Oder beziehungsweise Es war unter jordanischer Herrschaft Und im 17., also im 18., 17., 16. Jahrhundert War es eindeutig unter osmanischer Herrschaft Sie waren die Verwalter Sie haben es aber 1919 abgegeben Als die moderne Türkei gegründet worden ist Und die Türken haben gesagt Diese Last wollen wir nicht mehr tragen Dann haben sie es dem Völkerbund übergeben Und der Völkerbund hat Nein Quatsch, sie haben es den Ja doch, sie haben es dem Völkerbund übergeben Der Völkerbund war aber neu Der Völkerbund ist das, was wir heute Vereinte Nationen nennen Ja Und der Völkerbund hat gesagt Okay, wir geben das an die Briten ab Und die Briten sollen sich mit der Frage um die Existenz der Araber und Juden in dieser Region auseinandersetzen Und die Briten haben das Mandatsgebiet vom Völkerbund übertragen bekommen Und dann haben sie angefangen, diese Region zu verwalten Und dann haben sie verstanden, da gibt es Araber und da gibt es Juden Und dann haben sie einen sogenannten Teilungsplan gemacht Und haben den Araber und den Juden vorgeschlagen Ihr könnt einen Teil des Landes bekommen Die Juden bekommen einen anderen Teil Und dann werdet glücklich Die Juden haben dem Teilungsplan von 1947 zugestimmt Die Araber nicht Und als dann Israel gesagt hat, dann gründen wir eben unseren Staat Fing sofort danach der Angriff arabischer Staaten auf Israel an Recht herzlichen Dank So, das ist der einzige Grund Fragst du mich, ob es ein palästinensisches Volk gibt? Nein, gibt es nicht Warte, Moment Kennst du Theodor Herzl? Theodor Herzl, ja Der geistige Vater des Zionismus, ja Okay Wusstest du, dass der öfters Im Osmanischen Reich Bei dem zweiten Abdelhamid In seinen Palästen Als Gast war? Weiß ich, ja Und wusstest du, dass er auch den Letzten Sultan Nach Erde, nach Grenzen schließen Für Israel gefragt hat Und er ein eindeutiges Nein bekommen hat? Ja, und er ist auch wieder abgezogen Hat das auch akzeptiert Und dann haben die Juden dann Grundstücke von Palästinensern und von Arabern Damals zu der Zeit Araber aufgekauft Und es gibt historisch keinen Beweis dafür, dass die Juden irgendwann mal Zu dieser Zeit, ich rede nicht von irgendwelchen anderen Zeiten Zu dieser Zeit den Arabern irgendeinen Grund und Boden weggenommen haben Sie haben entweder den Boden gekauft Oder sie haben den Boden übernommen, weil da niemand gelebt hat Es gibt keinen historischen Beweis dafür Ich habe viele Leute herausgefordert und keiner konnte mir das beantworten Es gibt keinen einzigen Beweis dafür Die Juden haben den Boden rechtmäßig erworben Ich habe nicht die Absicht, dich irgendwie anzugreifen Aber jetzt will ich mal ganz, ganz menschlich bleiben Ich beobachte dich ein bisschen Ein paar Videos habe ich von dir gesehen Du magst wohl Leute haben, die dich mögen Aber auch viele Leute haben, die dich nicht mögen Das spielt ja auch keine Rolle für dich Aber du solltest wirklich wissen, dass das ganz einfach Also mit deiner Käppi schon allein Warum fühlt sie sich irgendwie getriggert bei meiner Käppi? Nein, guck mal Nein, 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 bitte beantworte mal die Frage Was ist das Problem, wenn ich da oben schreibe Ex-Muslim? Oder hier auf mein T-Shirt Bitte erklär mir das Wenn du sagst, muss ich dich irgendwie triggern Genau, mich würde es genauso aufregen Wenn einer hinschreiben würde Ex-Christ Warum regt das dich auf, wenn jemand sich bekennt Wenn jemand Position einnimmt Zu einer spezifischen Sache Die ihn sehr bewegt hat in der Vergangenheit Ich schreibe das ja auf, vielen Dank Wenn ich Ex-Muslim hier schreibe Was sagt dir das, wenn ich Ex-Muslim da oben schreibe? Was machst du denn jetzt, wenn du in zwei Jahren Dich doch nochmal für den Islam entscheidest? Ich werde mich niemals mehr für den Islam entscheiden Man sollte zwar nicht sagen, sagt niemals nie Wer weiß, was in Zukunft ist Aber jetzt im Moment Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen Noch einmal Muslim zu werden Ich finde, der Islam ist die schrecklichste Religion Von allen Religionen auf diesem Plan Okay, okay TikTok-Spot TikTok-Spot Du warst doch dieser eine Mann in meinem Stream Der meinte, er sei Albaner Aber danach hast du dich geoutlagt als Afghane Warst du nicht das? Nein Hast du gelogen die ganze Zeit? Nein, war ich nicht Und ich habe mich hier heute auch nicht hier bei Kian im Stream Als irgendeine Nationalität vorgestellt Moment mal Jetzt mal beim Thema bleiben Ich finde Wieder auf Und dann erklärst du mir inwiefern Ja Kann ich dir sagen Moment, ich muss nochmal kurz die Flagge wieder aufhängen So Und Gut Dann schieß mal los Was ist israelischer Terror? Warte mal Nein, nein Du hast jetzt TikTok-Spot Entschuldigung Du schmeißt 100 Sachen in den Raum Und entweder arbeiten wir diese Sachen ab Oder wir springen von einem Thema zum anderen Du hast jetzt ganz explizit gesagt Mit dieser Flagge hier gibt es Probleme Was ist das Problem mit dieser Israel-Flagge? Kann ich dir sagen Ich habe gelesen Und ich bin auch ganz, ganz sicher davon Das, was ich gelesen habe 100% der Wahrheit entspricht Und zwar Dass Außenminister Innenminister Und die Regierung selber Und noch sogar einen 98-jährigen Veteran Den sie da haben Der da auch irgendwelche Geschichten erzählt Ja Selbst geschrieben haben Ganz, ganz blöde Sachen Also die ich hier bei dir im Stream nicht sagen werde Aber du weißt wahrscheinlich auch, wovon ich rede Ja Interessant Entschuldigung Interessant ist Ich will nur mal meinen Moderatoren und Zuschauern kurz informieren TikTok hat mich gerade Hat hier gerade eben etwas auf meinem Display eingeblendet Und hat gesagt Mein Livestream ist eingeschränkt Weil das, was ich eventuell sage Könnte zu Falschinformationen führen Interessant Dass diese Chinesen Plattform Fakten und Daten Die ich hier die ganze Zeit nenne Ich bin seit vier Stunden hier drin Die Daten und Fakten, die ich hier nenne Als Propaganda abgetan werden Ganz einfach Alle Leute heraus Mir das Gegenteil von dem, was ich sage, zu beweisen Und TikTok prangert mich deswegen an Weil ich Daten und Fakten nenne Also unglaublich Ich gehe Die Chinesen nutzen die Plattform auch ihre Kommunistische Propaganda zu pushen Vergleiche mal TikTok von China und von hier Das sind auch gefühlt zwei verschiedene Welten Ich gehe jetzt auch raus Ich gehe jetzt auch raus Ich wollte mich nur verabschieden Ich kann dir nur sagen Das ist, weil du auf dieser Flagge diese Sachen drauf geschrieben hast Und das ist einfach nicht okay Da hast du wahrscheinlich viel Meldungen bekommen Warum ist es nicht okay, wenn ich sage Hamas gleich ISIS? Bist du pro Hamas? Nein, Mann, was erzählst du da? Verstehst du? Es geht doch nicht darum Du machst einfach Publiz Da kümmern sich doch andere Leute gerade darum Was machst du da so Werbung jetzt dafür? Verstehst du? Also, erst einmal, liebe Moderatoren Wir haben jetzt viele, viele, viele Leute hier drin Viele Palästinenser Terroristenunterstützer Und Israel-Hasser und Judenhasser Die meinen Chat hier wieder melden wollen Ich bitte die Moderatoren mal so richtig zu säubern Damit auch wirklich nur die qualitativ guten Leute hier drin sind Und es wäre wirklich nett Wenn ihr mich da unterstützt Und die Feinde der Meinungsfreiheit Sind sehr oft unter diesen Migrantengruppen zu finden Über vier Worten keine freie Diskussion Weil sie kommen aus Diktaturen Und in diesen Diktaturen Haben sie auch nur Unterdrückung gelernt Und das wollen sie jetzt auf uns übertragen Deswegen ich bitte euch Unterstützt mich Und Moderatoren bitte passt gut auf Ich habe hier schon selber viele Leute hier gelöscht Die mich hier Guck mal, jetzt macht TikTok Sport Jetzt zeigt er sein, die Messchits in Axar Was ja auch nicht schlimm ist Ich bin ja dafür, dass du deine Position zeigst Es ist ein wunderschönes Gebäude Aber es ist nicht die Messchits in Axar Das weißt du, ja? TikTok Sport? Auf jeden Fall wollten wir mich verabschieden Ja, Karl? Ja, vielen Dank Ich nenne dich mal Karl Du nennst mich was? Karl Karl Was ist denn das? K-A-R-L Karl Karl? Ja Ich bin Kian, das steht doch da oben dran Kian Ja, ich nenne dich trotzdem Karl Und wünsche dir was Warum nennst du dich Karl? Ich nenne dich Forst Ja, ich nenne dich Ja, ich nenne dich Ja, ich nenne dich Mein Name ist Kian Ja, okay, schön Vielleicht findest du hier deine Reichweite Viel Glück Die habe ich schon Guck mal, ich sag dir was Sag mal Komm lieber wieder zurück in den Islam Okay? Damit du mal rein Dann werde ich lieber Kannibale und ziehe nach Papua Magene und jage andere Stämme Nächstes Jahr schreibst du auch deine Käppi Da ist noch genug Platz Schreibst du das da durch und schreibst Ex-Christ Und dann wieder weiter und wieder weiter Im Moment gefällt mir das mit Iblis und Shetan ganz besonders Ja, okay Alles klar, hau rein Ja, hau rein mein Freund Vielen Dank Gut Himmel Okay, Younes Mal sehen, was Younes zu sagen hat So, Younes, bitteschön Ja, komm Zeig mal deine wahre Natur So in etwa sehe ich euch Muslime Oh Mann, ey Ja Das ist in etwa so, wie ich euch sehe Okay Gut, weiter Der nächste Ja, bitteschön Ist, glaube ich, jemand aus Marokko Ein bisschen Israel zum Stänkern Bitteschön Willst nichts sagen Alles klar Er ist sprachlos Er ist sprachlos Sie haben ja auch meistens nichts zu sagen Zidat Glaube ich Jetzt gucken wir mal Zidat, bitte Freunde Liken, liken, liken Umso mehr ihr liked Desto weniger kann mich Ähm, auch Ähm TikTok rausschmeißen Zidat, bitteschön Jelly B, vielen Dank Zidat, bitte Okay Kann ich auch verstehen Ich würde auch nicht mit mir reden wollen Khalil Ja, hallo, grüß dich Ja, grüß dich, Khalil Bitteschön Ich Meine Position ist, dass ich dir gerne deine Käppi in deinen Arsch stecken würde Okay Ja, das ist auch eine Position, aber es ist nicht die klügste Position Halt mal du Scheiße Geben, ich hoffe Danke Okay Gut, alles klar Dann gucken wir mal ein bisschen weiter So, mal sehen, was der nächste mit mir machen möchte Vielen Dank Ja Du kleiner Petter Wenn ich deine Mutter nicht sch***en werde Du Hund Ja, okay Ja, weiter Du Lutscher Ja, weiter Du Lutscher Okay Du Obst Ja, das ist aber langweilig Das ist eben der gleiche, wenn ich höre Gut Okay Also ich sehe dir Ähm Ihr seht Es Ähm Es kommt nur Es kommt nur die Crème de la Crème hoch Also es kommt die Intelligenza der islamischen Umarkommen hoch Ja Ja, Kian, pass auf Du kannst auch Du kannst Du kannst auch gesperrt werden Aufgrund deiner Gäste Wenn sie beleidigen Das war bei vielen anderen so Genau Wenn du die austreten lässt Mit HS und sonst was Die melden dich dann Und dann wirst du gesperrt Weil das in deiner Sprache Vorkam, diese Wortwahl Alles klar Deswegen musst du aufpassen Ja, ja Alles klar Gut, dann werde ich in Zukunft sofort den Knopf hier halten Und dann mal sehen, was passiert Gut Dann nächste Bitteschön Manuela Ja, hallo, ich bin Manuela und wie gesagt, ich finde es gut, dass du das machst Ich bin, ähm, ich war katholisch, ich bin halbe Iranerin, halbe Deutsche Meine Mutter kommt aus dem Iran und ich bin hier geboren, also hier groß geworden Ja Und jeder Mensch soll so leben, wie er will, ja Äh, und, ja Und lass dich nicht von diesen Idioten da einfach runtergräben Wenn du Ex-Moslem bist, dann bist du Ex-Moslem Wenn du Jude bist, bist du Jude Mensch ist Mensch Bleib einfach, wie du bist Und jetzt nur nicht Und genau Und, ne Bleib einfach so, wie du bist Das ist einfach Und schön, dass du mich angenommen hast Recht, herzlichen Dank, Manuela Ja, vielen Dank Recht, herzlichen Dank Bitteschön Alles Gute dir, Manuela Dankeschön Sie auch, ja Tschüss Ciao Okay, also erst einmal, ich lade die Muslime ein, dass sie mit mir offen reden können, okay Und wenn ihr rumschimpfen wollt, fliegt ihr gleich wieder raus Musa, Berlin Hallo Ja, bitte Ähm, was denn bitte? Ja, bitte, dein Argument, es geht um Palästina, Israel Okay, also meine Meinung Oder was ist deine Position dazu? Äh, meine Position dazu ist, dass du ein B***er bist Okay Und du bist ein Zurensohn Okay Gut, das sind alles Das sind alles die Intelligenten Das sind die Luft- und Raumfahrttechniker für die Zukunft Die Steuerzahler und Rententräger Nicht schlecht Na gut, dann gucken wir uns mal an, was es noch so gibt Gucken wir einfach mal Ob jemand noch, ähm, gutes Argument vorbringen kann oder ob, äh, nur die Höhlenmenschen jetzt hochkommen So, bitteschön Hallo Ja, hallo Ja, grüß dich, bitteschön Ja, ich muss hier sagen, in der Runde, äh, man sieht mal wieder genau wie tolerant und, beziehungsweise tolerant der Islam ist Und, äh, ich bin Deutscher, ich bin sehr tolerant, ich akzeptiere jeglicher Glaube Ob es, ob es Muslime ist, ob, ob es, äh, das Judentum ist, ob es Buddhismus ist Aber es macht sich mal wieder, äh, es zeigt sich total, wie, wie intolerant Muslime sind Ich möchte auch hier nicht alle, äh, über einen Kamm scheren Aber man sieht, auf was für einem Niveau, das hier, äh, kommuniziert wird Das ist das Niveau von diversen Zuwanderungsgruppen Du hast bis jetzt, du hast bis jetzt noch nicht einen, äh, noch nicht einen, äh, Muslimen hier, äh, live genommen Der ganz normal mit dir kommuniziert und ganz normal seinen Standpunkt, äh, da tritt Es wird sofort auf eine Ebene gegangen, die einfach unter der Schublade ist Und genau das toleriere ich als Deutscher nicht, auch nicht hier in meinem Land Das hat auch überhaupt gar nichts Ich bin das eh leid, wenn man als Deutscher seine Meinung sagt, dass ich immer dazu sagen muss Dass ich kein Nazi oder, oder rechtsradikal oder sonst bin Ich bin Deutscher, ich bin, äh, 47 Jahre Ich habe mit dieser ganzen Sache, die im Zweiten Weltkrieg war Überhaupt gar nichts zu tun Ich bin es auch leid, dass meine Generation Und auch meine, meine nächsten Generation, die jetzt noch kommen Jedes Mal dafür, äh, an den Pranger gestellt werden Für, für Dinge, die, äh, vor 100 Jahren mittlerweile passiert sind Wir haben 2023 Ja, bin ich da, dass Deutschland auch die deutsche Regierung Solchen Leuten eine Plattform gibt Die hier in Deutschland auf die Straße gehen Und, äh, eine Terrorgruppe, meiner Meinung nach, wie die Hamas Eine Plattform gibt, in Deutschland auf die Straße zu gehen Und, äh, ihren Standpunkt darzutreten Das ist für mich genauso, wie wenn, äh, Al-Qaida-Versammlungen in Deutschland genehmigt werden Das ist genau das Wenn ich als Deutscher auf die Straße gehe Ja Und, und, und protestiere gegen, gegen eine linksextremistische Gruppe Wie zum Beispiel Antifa oder die ISS oder sonst irgendwas Dann werde ich als Nazi und als Rechtsradikal abgestanden Aufgeschissen Ich bekomme sofort Platzverlust Ich muss als deutscher Steuerzahler, muss, äh, den Platz verlassen Ja Und das ist einfach der unterste Schublad Und überleg dir mal, diese Leute, die jetzt hier reinkommen und du H-Sohn und du F- und ich F- deine Mutter und so weiter Das sind deine Nachbarn, das sind Arbeitskollegen, das sind Studienkollegen, naja, Studienkollegen sind es nicht, so weit kommen die nicht Aber, aber das sind Leute, mit denen du wahrscheinlich vielleicht das Wohnhaus teilst oder so Wenn es, wenn es Arbeitskollegen wären, die Steuern zahlen, das wäre noch, das wäre noch das geringste übel Aber das sind Leute, die von meinen Steuergeldern finanziert werden Ja, absolut Die Bürger kriegen, die mehr Geld bekommen, wie eine, wie eine alte Frau In Deutschland, die, äh, 40, 50 Jahre gearbeitet hat Und jetzt auf die Straße geht und Pfand, Flaschen sammelt, dass sie ihre Rente aufbessert Und das ist Fakt, das ist Fakt, diese Leute, die rüberkommen, die bekommen eine höhere Unterstützung Wie unsere alten Rentner Die an der Armutsgrenze leben Ja, ziemlich, wie die sagen Einfach die unterste Schublade Und das hat überhaupt gar nichts zu tun mit Rechtsradikale oder Nazis oder sonst irgendwas Dass man Leute hilft, die Kriegsverfolgt werden Und, und Arme Kinder, Frauen und alles, alles schön und gut Aber wer kommt denn, wer kommt denn zu uns ins Land? Das sind doch meistens junge Junge Männer Es sind Männer, es sind Männer, es sind Menschen aus aggressiven und diktatorischen, diktatorischen Kulturkreisen Aus zivillosen Gesellschaften, in der viel Gewalt herrscht und sie bringen diese Gewalt zu uns Ich möchte jetzt ein bisschen mehr so auf die Palästina Ich danke dir natürlich für das Feedback Ja, klar Ich stehe auf deiner Seite Aber ich möchte auch Ich möchte auf jeden Fall über Palästina, Israel sprechen Weil wir sehen gerade diese große Welle gegen Israel Dieser Hass auf Israel Und ich stehe als hier Als kleiner Unterstützer dieses kleinen Landes Und deswegen möchte ich auf jeden Fall Mehr Israel heute in Schutz nehmen Und ich möchte dieses Land verteidigen Und das tue ich als ehemaliger Muslim Der gebetet hat Der zwei Moscheen in Berlin gegründet hat Der auch zur Hatsch gegangen ist Und so weiter und so fort Und ich möchte einfach Ich möchte einfach dieses kleine Land heute in Schutz nehmen Deswegen wird es nicht so sehr um alles andere gehen Sondern nur um diesen kleinen Staat Der jetzt um sein Überleben kämpft Weil diese religiösen Barbaren Die jetzt auch bei uns zu Tausenden, zu Zehntausenden auf die Straße gehen Die zu uns ins Land geholt wurden Von unserer Regierung Und man wusste es Ja, ganz genau Man wusste es Ja Wir werden angeprangert von Sachen im Zweiten Weltkrieg Und die Leute, die jetzt alle ins Land kommen Das sind die größten Antisemiten, die es gibt Das ist ja der Witz Aber wie gesagt, ich habe ganz großen Respekt vor dir Dass du hier deinen Standpunkt öffentlich machst Selbstverständlich Und ich wünsche dir noch viel Glück Ich hoffe auch, dass dein Kanal nicht gesperrt wird Dein TikTok ist eine ganz, ganz Ich sage mal Keine neutrale Plattform Ich möchte es mal so ausdrücken Wie gesagt, danke, dass du mich kurz drangenommen hast Und dir auch meine Meinung zu sagen Ich wünsche dir noch alles Gute Und wie gesagt, Respekt von meiner Seite aus Vielen Dank, ich weiß das sehr zu schätzen Recht herzlichen Dank Danke dir Kein Thema, ciao Ciao, Emilia, bitte Hallo, guten Abend Ja, einen wunderschönen guten Abend, Emilia Hört ihr mich? Wir hören dich Ach das war Das ist aber schön, ja Ich hoffe, ich hoffe, naja, ich will ja auch noch Die anderen wollen ja auch bestimmt reden dazu Ich muss erst mal sagen, also ich bin wirklich Ja, ein bisschen hin und her gerissen Erst mal durch diese Kommentare Und dann natürlich auch wie andere so auch reden Es war ja keine Beleidigung uns so sein Also Und Was soll ich dazu sagen? Also es ist Es ist momentan ein schwieriges Thema Oder was Was sagst du dazu? Also ich habe den gleichen User nochmal hier drin Du riskierst dein Leben, lieber Kieran Das war eine Drohung gegen mich Ja, also solche Leute denken, dass sie nicht damit einschütteln Aber das ist Das Thema ist so sensibel Und das heißt, wir haben so viele aggressive Menschen In unseren Nach Deutschland gelassen Die Nicht mal mehr den Disput Den Dialog Die Frage darum, was ist eigentlich los in Palästina, Israel Die Beeinflussen auch unsere Meinungsfreiheit Ja, das sind die schlimmsten Menschen, die wir hier haben Das sind die, die aus dem muslimischen Kulturkreis kommen Weil sie einfach nur Gewalteinschüchterung benutzen Als eine Methode Um uns vom Meinungsmarkt zu vertreiben Ja, das ist so, wie es ist Ja Und jetzt haben wir Jetzt hat sich gezeigt Viele Muslime in Europa sind auf der Seite der Judenhasser Sie sind auf der Seite der terroristischen Hamas Und sie schreien Free Palestine Was so viel bedeutet wie wieder mit Israel Und das ist die Realität Ja, aber wenn ich jetzt Also ich persönlich Ich sage zum Beispiel Free Palästina Ich bin auch Palästiner Aber das heißt nicht, dass ich jetzt die Israelis hasse oder so Ich möchte natürlich auch nicht, dass die Israelis Die Zivilisten, Unschuldige Zu Schaden kommen Ermordet werden Und bombardiert werden Um Gottes Willen Im Grunde genommen Ja Emilia, wenn du sagst Free Palestine Ja Ich weiß nicht, ob dir geläufig ist Was die Leute damit meinen Wenn sie sagen Free Palestine Free Palestine heißt Nieder mit Israel Das heißt, sie akzeptieren nicht Dass es noch so etwas wie Israel gibt Sie akzeptieren Nein, nein, nein Nein, nein, nein Free Palestine bedeutet Sie sagen Free Occupied Palestine Aber sie sagen Free Palestine From the river to the sea Palestine will be free Das heißt, das gesamte Gebiet In dem auch heute Israel nicht definiert Ja Ich bin eigentlich für Gleichberechtigung Also Israel Emilia, Entschuldigung Ich versuche mal Ein Dialog aufzubauen Deswegen ist es wichtig Dass du mir als Host Eine Chance gibst Dass ich einen Dialog aufbereiten kann Klären wir doch erstmal die Fundamente Akzeptierst du das Existenzrecht Israels? Natürlich Selbstverständlich Klar Aber ich akzeptiere auch Also Israel ist ja ein Staat Aber Gaza, die Palästinenser Die haben keinen Staat Richtig Und ich finde Gleichberechtigung Was ist denn schon dabei Wenn die Palästinenser auch einen Staat haben Und frei leben So wie die alle Europäer Oder wie die Israelis Das wäre ich der Gleichberechtigung Und natürlich auch kein Krieg Und dass sie sich wieder gut verstehen Also mich würde das freuen Wenn Israelis und Palästinenser Sich vertragen Also Frieden wäre Okay Aber ist dir klar Ist dir klar Dass es in der Vergangenheit Vier, fünf, sechs Versuche gegeben hat Die Palästinenser zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu bewegen? Ja 1947, 1948 Dann hat es angefangen 2000, 2005, 2007 Dann hat es 2009 und 2010 Friedensgespräche gegeben Dann gab es den 2020 Friedensplan Und die Palästinenser Ich glaube nicht, dass es Palästinenser gibt Ich glaube, dass es Araber gibt Die dort leben Das ist nämlich eins meiner Gründe Warum ich heute hier bin Ich sage nämlich Es gibt keine Palästinenser Das Volk der Palästinenser gibt es nicht Auch wenn du dich jetzt selber Als Palästinenserin outest Historisch Nein, nein, bin ich nicht Nein Ich bin Also deutsch Also ich bin hier Ich dachte, ich hätte herausgehört Dass du Palästinenserin bist Nein, nein, nein Also gut Wenn du das Existenzrecht Israels anerkennst Jetzt sind wir schon einen Schritt weiter Aber Ja, natürlich Aber Israel ist an dieser Misere jetzt nicht schuld Israel ist nicht schuld daran Es sind die Araber, die seit über 80 Jahren Krieg gegen Israel führen Sie haben mehrere große Kriege gegen Israel geführt Sie haben den Teilungsplan der UNO nicht akzeptiert Und sie haben jedes Mal, wenn Israel in die Hand gereicht hat Für eine Zwei-Staaten-Lösung haben sie die Israelis noch härter bekämpft als vorher Fakt ist, es sind nicht die Israelis, die den Frieden ablehnen Es sind die Araber Dort, die in dieser Region leben Die den Frieden nicht wollen Und das sagen auch ihre führenden palästinensischen Köpfe Dass es ihnen nicht um Land geht Sondern es geht ihnen um arabisches Territorium Die arabische Einheit Und das Wort Palästina In Bezug auf Palästinenser ist ein Fake Es gibt keine Palästinenser Es gibt keinen Palästinenser-Israeli-Konflikt Palästinenser ist eine erfundene Nation Oh Das ist mir ganz neu Es ist eine erfundene Nation Die Flagge, die du hinter mir siehst, ist die palästinensische Flagge Das ist die gleiche wie die jordanische Flagge Ja Damals gehörte diese Region Jordanien Es gibt kein Palästinenser Es gibt kein Volk, das sich als politische Einheit so definiert hat Es gibt keine historischen Beweise, dass es ein palästinensisches Volk gegeben hat Das sich so geoutet hat Die gesagt haben, wir sind Palästinenser Es gibt keine Ausgrabung, es gibt keine Überlieferung Es gibt keine Beweise aus der Geschichte Dass es so etwas wie ein Volk der Palästinenser gegeben hat Auch bis in die 70er Jahre hinein Wurde auch das Volk Palästinenser nicht erwähnt, sondern Araber Und 1974 hat die UNO zum ersten Mal das Wort Palästinenser in den Mund genommen Davor hieß es immer der Araber-Israel-Konflikt Ja, aber es war hinter mir Und das hier ist eine berechtigte Fahne Weil Israel im Gegensatz zu dieser Fahne hier Hat 3700 Jahre nachweisbare Geschichte Auf dem Land, in dem sie heute ihren Staat Israel haben Ein großer Unterschied Es lassen sich an jeder Ecke, wo du in Israel irgendetwas ausgräbst Findest du einen Bezug zu den jüdischen, zwölf jüdischen Stämme Du findest unheimlich viele Artefakte Du findest unheimlich viele Hinweise darauf Dass Juden zu aller Zeit in diesem Land gelebt haben Aber die Araber, die sind wahrscheinlich erst im 12. Jahrhundert gekommen Und haben sich dort niedergelassen Die Juden haben also seit 3000, mindestens seit 3500 Jahren Ein angestammtes Recht dort zu leben Und die Araber, die dort seit Generationen von Generationen leben Die haben natürlich auch kein Recht dort zu leben Aber dieses Land gehört den Juden Punkt, fertig, aus Ja, aber das Problem ist ja, dass Zivilisten Wie Frauen, Kinder, Babys, Unschuldige sterben Das muss ja gestoppt werden Das ist für mich schade Schau mal, die Hamas ist eine feige terroristische Organisation Okay, absichtlich sage ich feige und terroristisch Sie versteckt, die Hamas hat keine reguläre Armee Sie hat eine Guerilla-Armee Diese Guerilla-Armee kann natürlich auf offenen Feld nicht gegen Israel kämpfen Also verstecken sie sich in Wohngebiete Hinter Krankenhäuser, Unterkrankenhäuser Sie verstecken sich in Wohngebiete und in Industriegebiete Und von dort aus feuern sie ihre Raketen ab Oder sie graben Tunnel, kommen nach Israel rein Ermorden Zivilisten und hauen wieder ab Das ist eine Terrororganisation Die Gewalt geht nicht von Israel aus Jedes Mal, genau wie der 7. Oktober jetzt Wo 1200 Israelis an einem Tag ermordet wurden Es war nicht die Schuld der Israelis, dass es so weit gekommen ist Sondern es war die Schuld der Palästinenser Und sie sind es, die die Gewalt am Leben erhalten Israel hat überhaupt keinen Grund, in die besetzten Gebiete hinzugehen Die ja keine besetzten Gebiete mehr sind Der Garten wurde der Hamas übergeben Das Bionerland wurde der Fatah-Bewegung übergeben Genauso wie Westbank Alles wurde den Arabern übergeben Und die haben gesagt, verwaltet euch Macht eure Selbstverwaltung Israel hat die Außengrenzen geschützt Und hatte natürlich jetzt immer noch die Kontrolle über Strom und Wasser Aber Israel schlussendlich hat den Arabern ihre Selbstverwaltung gegeben Und als Antwort haben die Araber Raketen über Raketen geschickt Selbstmordattentäter über Selbstmordattentäter gesteckt Der ganze Gaza ist voller islamischer Dreck Voller gewalttätiger islamischer Terroristen Islamisten, die so Terror machen Das sind natürlich keine Moslems, muss ich mal sagen Die sind auch, auch Terroristen sind Muslime Aber richtige Muslime Richtige Muslime können auch richtige Terroristen sein Die Tatsache, dass wir überhaupt sagen, richtige Muslime sind keine Terroristen Ist schon ein Zeichen dafür, dass der Islam ein Problem hat mit Terrorismus Sonst würden wir es nicht sagen Aber im Koran steht niemals drauf Du sollst töten, du sollst das machen Das ist also alles verboten Nein, es ist nicht verboten Entschuldigung Aber der Koran gibt jede Menge Anweisungen zur Tötung von Nichtgläubigen, von Andersgläubigen Und diesbezüglich gibt es auch Hadiths Ich habe viele Koranverse Die habe ich jetzt gerade hier vor meiner Nase Und der Islam ist per se keine Friedensreligion Emilia, wenn du jetzt mal Also versuch mal nicht den Islam zu verteidigen Wenn du dich nicht wirklich tiefgründig mit dem Islam beschäftigt hast Instinktiv mag sein, dass du ein guter Mensch bist und sagst Das glaube ich nicht, weil die meisten Muslime nett sind Ja, ein Muslim kann nett sein Aber kann trotzdem Kann es sein, dass er extremistisch bedankt hat Ich kenne viele Muslime ganz normal Die tun fünf Tage Also fünfmal am Tag beten Rasken Wenn du schon mal Muslim warst, weiß sie ja Einfach in die Moschee gehen und beten Also ich habe noch diese Verse im Koran noch nie gefunden oder lesen Ich habe sie gerade vor mir Schau mal Schau mal, erst mal eine Sache Zu sagen, der Islam ist eine Religion des Friedens Macht den Islam nicht friedlicher Okay Und zu sagen, nicht alle Muslime sind Terroristen Schützt uns nicht vor den Muslimen, die Terroristen sind Ja, du kannst es so oft sagen, wie du willst Aber die Tatsache, dass der größte Terrorismus auf dieser Erde Aus dieser, ausschließlich dieser Religion kommt Mit über 120 Dschihadi-Gruppen Ich habe es schon vorhin erwähnt Im Durchschnitt sterben 250 Menschen pro Woche durch Dschihadi-Gruppen Im Durchschnitt 1.000 Menschen pro Jahr Seit dem 9.11. Seit 9.11. Sind 37.000 islamische Attacken gezählt worden Und über 450.000 Menschen sind seitdem ermordet worden Im Namen dieser Religion Keine Religion schafft es so hoch auf dem Index Auf dem Gewaltindex Wie diese Religion und ihre Anhänger Es gibt keine Religion, die so viel Gewalt produziert Wie diese Religion Und sie holen das Ich kann dir das auch sagen Sekunde Wenn du mal ein Vers hören willst Dann siehst du mal Was der Koran dazu sagt Und dann frage ich dich Ist das in Ordnung Wenn man das so lesen kann Moment Der Lohn derjenigen Die Krieg führen Gegen Allah und seinen Gesandten Und sich bemühen Auf der Erde Unheil zu stiften Unheil wird übersetzt mit Fitna Auf Arabisch Das heißt Alles kann unheil sein Das heißt Dein Lebensstil Dein nichtgläubiger Lebensstil Kann schon unheil sein für sie Oder dass du homosexuell bist Oder dass du Als froh dich anziehen möchtest Wie du willst Das alles kann schon für sie Dieses unheil sein Das heißt Der Koran sagt An dieser Stelle Surah 5, Vers 33 Kämpft gegen all die Die nicht so islamisch leben Wie wir islamisch leben wollen Das ist die Interpretation Dieses Verses Und ich könnte dir noch Zig solcher Verse geben Von den 16 Versen Die es im Koran gibt Die in die gleiche Richtung gehen Willst du den Vers haben Und dann sagst du mir Wie friedlich dieser Vers ist Dann bin ich gespannt Ob du mit diesem Vers Irgendwas anfangen kannst Warte mal Und okay Hier Surah 5, Vers 60 Soll ich euch kundtun Was als Belohnung Bei Allah noch schlechter ist Diejenigen Die Allah verflucht hat Und den er zürnt Und aus denen er Affen und Schweine gemacht hat Ist das eine nette Bezeichnung Für Juden und Christen Affen und Schweine Denn dieser Vers Bezieht sich auf Juden und Christen Allah nennt Juden und die Christen Affen und Schweine Nein Natürlich nicht Also solche Verse Nee Also das So glaube ich Ich glaube gar nicht Das sind nette Muslime Aber das bedeutet nicht Dass sie einer netten Religion folgen Das heißt Dass sie höchstens Dass sie Ihr Leben abseits der Religion leben Und wenn sie ihn mit dem Islam leben Dann tun sie nichts anderes Als dass sie einfach nur Gegenüber dir höflich sind Aber ihre 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 Religion Ist voller Gewalt Und deswegen steht auf meiner Mütze Ex-Muslim Weil ich als Muslim selber gelebt habe Und dann bin ich raus aus dem Islam Achso Ja Okay Ja ja Das ist verständlich Also ich bin hier Gut Vielen Dank Emilia Ich habe jetzt den Meshkat auch hier Bitte Meshkat Gerne Okay Alles klar Vielen Dank Hallo Bitte Danke dir Ja Tschüss Hallo Guten Abend Ja Einen wunderschönen guten Abend Meshkat Ich bin ein deutscher Bürger aus syrischen Wurzeln Ich komme aus Syrien vor neun jahren Also gerade nach dem Krieg in Syrien Und ich lebe in Deutschland Sie haben hinter ihnen geschrieben Hamas gleich ist es gleich Al-Qaida Ich glaube das nicht komplett Es gibt auch Hezbollah Es gibt auch Ayatollah im Iran Es gibt im Irak Mehr als 100 terroristische islamistische Truppen Sie sind auch aktiv im Bereich Terrorismus Hamas auch in Palästina Poko Haram in Afrika In Afghanistan gibt es Taliban auch In Pakistan gibt es eine Menge von terroristischen Truppen Ich wollte es groß schreiben damit man es auch sehen kann Aber mir ist natürlich Boko Haram Islamischer Jihad Und all diese terroristischen Organisationen Natürlich existieren Genau Und die kleine Anmerkung Kleine Anmerkung Islam besteht aus zwei großen Abteilungen Oder wie heißt das Unterteilungen Schiiten und Sunniten Und von den beiden Abteilungen gibt es Religiösischer Terrorismus In Syrien Ich spreche jetzt als Surer In 2011 gab es Surische Revolution Das war im Rahmen Arabischer Frühling Und wir wollten in Syrien Und es waren Demonstrationen Gegen Diktaturen Gegen Assad Und wir wollten die dritte Republik in Syrien Erstellen Wir hatten die erste Republik in Syrien Gerade nach französischem Kolonialismus Die zweite ist Assad Diktatur Hezbollah Das ist dieselbe Partei von Saddam Hussein Im Irak Und wir wollten das beenden Die Diktatur beenden Und zu dem demokratischen Staat gehen Und in jenem Moment Und in jenem Moment 2011 Es gab 180 Staaten von allen Ecken in der Welt Für syrische Revolution Was passierte danach? Warum Assad ist immer noch ein Präsident in Syrien? Muslimische Bruder Das ist die Partei von Erdogan in der Türkei Kamen in die Politik Und sie haben die Religion benutzt Assad hat terroristische Truppen aus dem Iran Aus dem Libanon Aus dem Irak Aus Palästina Sie sind Schiiten Er hat sie gerufen nach Syrien Und sie haben angefangen In Syrien Die Revolution zu kämpfen Und das Projekt Zum Bereich Terrorismus Und islamischer Staaten zu nehmen In diesem Moment USA, Europa Arabische Länder Viele Länder in der Welt Sie sind gegen Revolution geworden Weil keiner kann Definieren zwischen Demokratischer Staat Also demokratische Revolution Und ISIS Islamischer Staat in Syrien Sie haben in unserer Städte gekämpft Genauso wie was Hamas jetzt in Gaza In Gazastreifen macht Sie bringen Raketen Belzer Und viele Waffen In die Städte In Damaskus, Aleppo Homs, Hamas, Dara Im Süden von Syrien Und noch so weiter Sie haben gegen Kurden Gegen Atheisten Gegen Christen Gegen Juden Gegen Alawiten Gegen alle Bürger Die nicht muslimische sind Sie haben gekämpft Sie haben viele Menschen geschlachtet Sie haben uns verhungert Sie haben alle Was für uns Von United Nations Also von Vereinigten Nationen Bekommen Als Ernährungsmittel Bekommen Sie haben das Genommen Und wir haben unter Hunger gelitten Ich kann Ich kann jetzt gut verstehen Was jetzt in Gazastreifen passiert Ich bin vor Zivilisten Palästinensische Zivilisten In Gaza Weil Sie leiten unter Hamas Hamas fängt den Krieg an Und sie verstecken sich Innerhalb der Stadt Und dann kommt Israel Und sie sagt Israel sagt Ich muss auch Meine Stadt Verteidigen Dann sie Werfen auch Raketen Nach Gaza Und jetzt Die Zivilisten In Gaza Leiten unter zwei Seiten Hamas Vom Anfang Und dann danach Israel Das Genauso passierte auch in Syrien Wir waren Opfer vor zwei Seiten Die Islamisten Auf der Erde Und von Himmel Amerika Russland Türkei Israel Und noch so weiter Schade Dass in Deutschland Also Wir sind nach Deutschland Geflüchtet Und ich fühle mich nicht sicher In Deutschland Weil Mit uns Auch Islamisten Geflüchtet Nach Deutschland Und ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Und jetzt In meiner Umgebung Und in allen Städten Ich habe viele deutsche Städte besucht Hannover, Kiel, Lüneburg, Berlin Und so weiter Und in jeder Stadt Das selbe Problem Die parallele Gesellschaft Der parallele Islamische Gesellschaft Ist voll mit Dschihadisten Und mit Terroristen Das ist die Realität Sehr wichtige Informationen Mein Lieber Sehr wichtige Informationen Es sind Leute wie du Was war das denn Es sind Leute wie du Recht hat sich Und danke liebe Freunde Menschen wie du Sind sehr wichtig heute Weil es Ich habe auch Mit einem syrischen Früchten getroffen Als ich in München war Vor ein paar Wochen Und er hatte mir gesagt Dass er In einem Asylheim Hat er einen Zettel Auf seinem Bett gefunden Wo drauf stand In der Nacht Schnellen wir den Kopf ab Das SCK Das Sondereinsatzkommando Ist da reingegangen Und hat ihn da rausgeholt In der Nacht Weil er wirklich bedroht war Von dieser islamischen Flüchtlinge Bedroht zu werden Es ist wirklich Widerlich Ja Ja Und hier Also ich glaube Die deutschen Behörden Ich glaube das Dass sie immer noch nicht verstehen Welches Problem sie jetzt haben Sie denken Sehr Sehr Optimistisch Sagt man Wie Missali Na ja Naiv Und 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 Sie Tolerant Unser eigenes Genau Genau Richtig Und sie denken Das ist funktioniert Mit Dschihadisten Mit Islamisten Und das größte Problem Ich möchte das sagen Das größte Problem Das die Moscheen Die in Deutschland gebaut sind Sind von muslimischen Imams Die aus Ausland kommen Besonders aus der Türkei Sie machen Gruppen In Moscheen nach Gebiet Und sie sprechen Über die Westliche Welt Und wie die westliche Welt Gegen Islam ist Und wie sollen die muslimischen Die westliche Welt begegnen Von hier Also von Deutschland Von Frankreich Von Europa Von Amerika Von Kanada Ich bin dafür Dass es gibt in Deutschland Islamwissenschaft Als Fachrichtung An der Uni Genau Und von diesen Studenten Wenn sie Das Studium absolvieren Sie können Imams In In einer Moschee In Deutschland arbeiten Und nicht Imams aus dem Iran Oder aus der Türkei Holen Weil sie machen Gehirnwasche Auch für Deutsche Viele Deutsche Sind zum Islam Konvertiert Wegen Wegen Diese Sitzungen In Moscheen Und wegen Diese Aktivitäten In der Gesellschaft Sie verschenken Koran Sie gehen nach Hause Sie sprechen Sie sagen Guck mal In eure Gesellschaft Es gibt viele Probleme Es gibt Homosexualität Das ist Haram Das ist gegen Allah Das ist Und sie machen Gehirnwasche Auch europäische Bürger Die Deutsche Aus deutscher Wurzel Sind Oder französischer Oder noch so weiter Und das ist gefährlich Das ist gefährlich Mechgat Und auch Ich muss dich kurz unterbrechen Mechgat Jemand unterstellt dir gerade Jemand unterstellt dir gerade Im Chat Dass du ein Irakischer Jude bist Was sagst du dazu? Was hat geschrieben? Nochmal? Jemand hat geschrieben Du bist ein Irakischer Jude Du bist kein syrischer Schiite gewesen Nein Ich bin syrischer aus Hamar Hamar ist in der Mitte von Syrien Und ich bin Schiiten aus der Umgebung von Hamar Aber du siehst schon Das ist ein anderes Punkt Du soll dich abschwächen Deine Argumentation abschwächen Dir soll damit gesagt werden Ach glaub dem nicht Der ist sowieso Jude Der macht Propaganda Das ist das Was die damit sagen Sag mal Ich sehe gerade Du machst doch selber Livestreams Oder so etwas? Genau Genau Für syrische Revolution Für syrische Revolution Die nicht religiös ist Okay Darf ich dich fragen? Später mal Kontaktiere mich mal bitte Ja Kontaktiere mich mal bitte Ich mache auf YouTube In meinem Live-Stream Der recht erfolgreiche Das hat sich dann Und dann können wir mal zusammen Ein Live-Stream machen Ja aber nicht mit meinem Foto Oder mit meinem Namen Weil wie gesagt Parallel-Gesellschaft Ist überall in Deutschland Und ich bin Nicht gesichert Wie gesagt Du kannst mal Wie du willst Ich mache auch mit Leuten Live-Streams Die wir es nicht zeigen Okay? Ja Ja Wenn du mal Interesse hast Wenn du hier öffentlich redest Kannst du auch bei mir Auf dem YouTube-Kanal reden Okay Sehr gerne Vielen Dank Vielen Dank Wir machen Und wir sprechen nachher Sehr gerne Vielen Dank Und Meshgat Ja Ja Vielen Dank Alles Gute Mein Lieber Tschüss So dann gucken wir uns mal weiter an P So jetzt gucken wir mal was P sagt Das ist nochmal leise Assalamualaikum Ja Wa alaikum salam Wie geht's? Willst du was Produktives jetzt sagen zum Palästina-Israel-Konflikt? Natürlich, natürlich Ich frage aber wie geht's dir? Mir geht's gut Wie geht's dir? Alhamdulillah Gut Meshgat Äh Bitte Genau Free-Palästin Ja Weil Palästin einfach besser, weißt du? Okay Moment, Moment, Moment Willst du jetzt so Kinderreihen machen Oder willst du wirklich unterhalten? Nein, nein Ich rede ernst Dann sag mir Was ist an Palästina so gut? Was ist gut? Was meinst du mit Palästina? Kannst du mir vielleicht erstmal sagen Was du nicht gut findest? Ich bin derjenige, der den Livestream Ich bin derjenige, der den Livestream aufgebaut hat Und ihr seid meine Gäste Und wenn ich einen Gast habe, dann möchte ich ein Gespräch aufbauen Sag mal dein Kumpel im Hintergrund Er soll leise sein, weil ich kann dich sonst nicht hören Okay, okay, okay Und der, der gerade drin war, der war nie Muslime Guck mal, er ist Schiit Ist mir klar, dass man dann die Also bist du ein Takfiri Du bist ein Takfiri Ich bin ein Du bist ein Takfiri Ja, du bist ein Sunnit und machst gerade Takfiri Nein, La Qumdine, La Qumliyadine, weißt du? Na, nix da mit La Qumdine, La Qumliyadine Du hast eben gerade Takfiri gemacht Du hast einem anderen Gut, der ist ja auch ein Kärfer Der sagt ja auch, dass er Kärfer ist So wie ich ein Kärfer bin Genau Geworden bin Aber warum machst du Takfiri und sagst du von 450 Millionen Schiiten, dass sie keine Muslime sind? Weil Weil Musulniten Muslime sind Wann wird jemand Muslim? Wenn Dann wird er Muslim, richtig Und was sagen Schiiten? Was weiß ich Ich bin kein Schiiter Das ist das Problem Schiiten sagen genau das gleiche Glauben die Schiiten an einen anderen Koran als du? Ja, die haben den doch umgeschrieben Nein, haben sie nicht Stimmt nicht Ich war Schiite Stimmt nicht Glauben die Schiiten an einen anderen Propheten außer Mohammed? Weiß ich auch nicht Aber sind trotzdem keine Glauben sie nicht Glauben die Schiiten an Malaika und an Khairul und Vashar? Wie die Sunniten? Weiß ich auch nicht Ich habe keine Ahnung Ich sage hier als Schiite Es gibt keinen Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten Und wenn du solche Dinge bringst Erstens bringst du den Konflikt auf deutsche Straßen Du fängst an, deine religiösen Konflikte auf deutsche Straßen zu bringen Zweitens, Schiiten sind genauso Muslime wie du Sie bekennen sich auch zu Allah als den einzigen Gott Und als den Propheten Mohammed Als den letzten Propheten Als den Khatima Ambiya Und sie glauben an den gleichen Koran Und sie machen ihre Kerne Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Warum machst du Taqwir? Warum schreibst du 450 bis 480 Millionen Menschen ihren Glauben ab? Warum wiederholst du das öfter? Weil ich das für sehr wichtig finde Weil du sprichst Menschen ihren Glauben ab Warum machst du sowas? Weil ich Was habe ich daran so glaube? Es kann nur einer reden Wenn dein Freund reden will Dann musst du ihn den Vorrang lassen Und dann kann dein Freund kommen Aber zwei können nicht reden So, okay Das haben wir jetzt geklärt Sunniten und Schiiten sind beide Muslime Wenn du sagst, Schiiten sind keine Muslime Okay, wenn du so denkst Okay, alles gut Was ist jetzt das Problem mit Was ist Bist du für die Hamas? Natürlich bin ich für die Hamas Aber Hamas sind keine Terroristen Okay, sind keine Terroristen Was ist es, wenn man die Grenze überschreitet Und Frauen, Kinder, Kleinkinder Und Menschen, die eine Party machen An der Grenze zu Gaza umbringt Was ist daran nicht Terroristen? Was ist der Unterschied zwischen Leuten Die nach Palästina Bomben schicken Auf Krankenhäuser überall hin Und zu Palästinändern, die sich mal wehren Erstens, die Geschichte ist widerlegt Mit dem Krankenhaus Jeder weiß, dass das eine Rakete Vom islamischen Dschihad war Die Aufnahmen wurden gezeigt Und das Gespräch zwischen zwei Dschihadis Wurde auch aufgezeichnet Die Rakete ist also auf dem Parkplatz Vor dem Krankenhaus hochgegangen Und nicht auf das Krankenhaus Die Geschichte von 500 ist widerlegt Es sind höchstens 10 bis 20 Menschen Dabei umgekommen Und das war, weil der islamische Dschihad Eine fehlgezündete Bombe hochgehen lassen hat Die auf ihre eigenen Leute runtergegangen sind Warum glaubst du, dass Israel kein Verteidigungsrecht hat Wenn die Hamas an einem Tag 1200 Israelis ermordet? Die Israelen haben Frauen und Kinder getötet Wann haben sie die getötet? Und die Palästinien Und die Palästinien Nein, nicht jeden Tag Wann reagiert Israel auf Militärgewalt? Die Palästinien haben Israel, wie gesagt, Männer Wann reagiert Israel auf Militärgewalt? Keine Ahnung Was weiß ich, bin ich Geschichtslehrer? Dann darfst du auch nichts sagen, wenn du nicht weißt, wie das abläuft Israel reagiert Und die Hamas oder die Fatah oder die Terroristen Hat kein Interesse auf Kinder, auf Krankenhäuser, auf Schulen Oder auf Gebäude zu schießen Wenn die Israelis in Ruhe gelassen werden Die Israelis sind nur deshalb jetzt im Gaza Und bombardieren den Gaza Weil die Hamas 1200 Menschen an einem Tag umgebracht hat Findest du in Ordnung? Bruder, nicht Bruder Na, sag mal nicht Bruder Ich bin nicht dein Bruder Ja, 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 deswegen sage ich doch nicht Bruder Du bist meine Schwester ja maniak, Balai Stell dir vor, jemand kommt in dein Haus Nimmt erst ein bisschen von dein Haus Und dann will er dein ganzes Haus haben, grundlos Warum soll ich sie den ganzen Tag geben? Auf was beziehst du das? Auf Palästina oder auf Gaza? Kartoffelsalat oder was? Auf wen beziehst du das? Auf Israel und Palästin Es gibt keine Palästinenser, du weißt das schon, ja? Es gibt keine Palästinenser Bala, deine Mutter gibt es nicht Ich werde deine Mutter nehmen Komm, trau dich nach Berlin zu kommen und sowas Berlin ist meine Heimatstadt Ich bin schon in Berlin Wo bist du, Bala? Ich bin in Charlottenburg Bala, komm raus, Bala Beendet dein Livestream, komm Okay, und warum sollte ich rauskommen, damit du mir die Stadt Damit du mir die Landkarte von Palästina zeigen kannst Damit wir Auge zu Auge reden Damit du mit mir Briefmarken austauschst Oder mir deine Schokolade und Backen verbringst Oder mir deine Schokolade und Backen und sowas Oder mir deine Bilder von Auge um Auge Ja, so wie die Bibel oder so Oder wie das Alte Testament Deine Ballette Erstens, es gibt keinen Palästiner und es gibt keine Palästinenser Beweis mir, dass es Palästinenser gibt Woher weißt du das, Bala Du als deutscher Bala Du kleine Huren Ja, also das ist schön Aber tut mir leid Aber dafür habe ich keine Zeit Gut, also hier haben wir wieder Unsere zukünftigen Luft- und Raumfahrttechniker Meeresbiologen und Architektenreden gehört Schauen wir uns mal an Was jemand anderes noch zu sagen hat Gut, weiter geht's Komm raus Ich wohne in Berlin, du wohnst in Berlin Meine Güte Was haben wir in unser geliebtes Land gelassen Eine Katastrophe Bitte Freunde, liked Vielen Dank Von 87 auf 100.000 Das bedanke ich mich recht herzlich Desto stärker Danke ich recht herzlich Also, hier lädt etwas nicht Gut, klappt nicht Muss ich einen, den nächsten mir rausholen Und dann gucke ich mal Die nächsten hier Und dann schaue ich mal, ob das funktioniert Manchmal lädt das einfach nicht hoch Die Frage ist nicht, ob jemand hoch kann Ihr müsst euch melden und dann kann ich euch hochnehmen So, bitteschön Mit und Met und Guten Abend Ja, also ich bin Mal schnell kurz zu mir Und dann kann ich mit Ihnen reden Ich bin Muslime Ich bin halber Türke Mein Papa ist Türke Meine Mama ist Deutsche Ich habe Abitur, ich habe studiert, ich habe einen Bachelor, ich habe einen Master Und ich finde ihre Argumentation, dass alle Muslime nicht gebildet sind, das finde ich einfach nicht in Ordnung Und das ist auch nicht richtig, das ist Hetze Das ist das Erste Kann ich belegen, 70% aller eingewanderten Syrer können nicht lesen und schreiben Ich bin aber Ich bin aber Die größte Einwanderungsgruppe jetzt nach 2015 waren die Syrer Und die Syrer sind in großer Zahl gekommen 1,5 bis 2,5 Millionen Syrer Davon können 70% nicht lesen und schreiben Wie soll man die auf dem Arbeitsmarkt integrieren Meine Behauptung, dass viele Muslime nicht gebildet sind Beweist sich an der Tatsache, dass 70% nicht lesen und schreiben können Und die schließt, meine Beobachtung schließt auch nicht aus, dass es Syrer gibt, die lesen und schreiben können und die gebildet sind Genauso wie Menschen wie du gebildet sind Ich bin auch gebildet Ich bilde mir ein, gebildet zu sein Dann das Nächste, was Sie angesprochen haben Also mit den Töten Also im Koran, in der Bibel Bitte fang nicht an, weil ich habe nichts mit der Bibel zu schaffen Bleib bitte beim Koran Ja, okay Ich wollte nur die Religionen aufzählen Bibel, Koran, Tora Es steht in allen dreien nicht drin, dass man töten soll Im Koran steht, tötest du einen Mensch, tötest du die ganze Menschheit So steht es drin Es steht auch drin, behandle deine Frau wie Gold, nicht wie Dreck Okay Solche Sachen Darf ich dir, wenn du sagst, warte mal, warte mal Ich frage dich mal, jetzt eine Sekunde Und dann sag mir mal, ob der Koran die Frauen tatsächlich wie Gold behandelt Okay Die Männer stehen in Verantwortung Surah 4, Vers 34 Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen Wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat Und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben Kannst du selber nochmal nachlesen Falls du meiner Übersetzung nicht glaubst Darum sind die rechtschaffenden Frauen Allah demütig ergeben Und hüten das zu verbergende, weil Allah es hütet Und diejenigen, deren Widersetzigkeit ihr befürchtet Ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie Allah ist erhaben und groß Ist das Güte gegenüber der Ehefrau, wenn Allah drei Optionen den Ehemann anbietet Und zwar, wenn der Mann nur Widerspenstigkeit befürchtet Er muss nicht mal Widerspenstigkeit sehen Reicht es aus, dass er seine Frau ermahnt Dass er die Ehebetten trennt Und dass er schlussendlich sie schlagen darf Also, Koran ist ganz, ganz viel Interpretationssache Genauso wie sie auf eine Fahne gekriegen haben ISIS, Al-Qaida, Dschihad, Terror Das ist alles Dinge Also, ich gehe mal weiter von dem, was sie gesagt haben Also, erst mal erkenne ich Israel als Staat an Also, definitiv, das sind alles Menschen Das geht gar nicht, was da passiert ist Die Hamas ist definitiv eine Terrororganisation Da brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen Diese ganzen Sachen, die sie da hingeschrieben haben Das ist alles nicht gut Das hat aber alles nichts mit dem Islam zu tun Weil, wie gesagt, ich habe Hamas ist eine islamische Terrorbewegung Alles, was sich jetzt abspielt Ist ein Konflikt Islam gegen Judentum Die benutzen den Koran Und unseren Glauben dafür Für ihre Taten Aber das ist nicht richtig Das ist nicht der Islam Und sie waren selber Welche Version von Islam Med und Heim Ist tatsächlich Die richtige Version Definitiv die friedliche Wie kann das sein Wenn es 194 Koranverse gibt Die direkt zum Jihad aufrufen Es gibt 39 Tötungsbefehle im Koran In dem von Töten gesprochen wird Ein Koranvers hatte ich auch einer Dame schon vorher gezeigt Und ich möchte der Lohn derjenigen Die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten Und sich bemühen auf der Erde Fitna zu stiften Ist indessen der Dass sie allesamt getötigt oder gekreuzigt werden Oder dass ihnen die Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden Oder dass sie aus dem Land verbannt werden Das ist für sie eine Schande Im Diesseits und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe Klingt nicht besonders nett, oder? Nein, aber wie gesagt Es ist eine Interpretationssache Das ist Punkt 1 Punkt 2 ist Was sie gesagt haben Dass es keine Palästinenser gibt Das finde ich auch sehr anmaßend Lass uns doch das Haupttopic besprechen Das ist ja der Grund, warum ich heute da bin Ich behaupte, es gibt keine Palästinenser Warum nimmst du an, dass es Palästinenser gibt? Genau Genauso wie es Afrikaner gibt Deutsche gibt Nein, 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 bitte nicht Bitte nicht, bitte nicht Schau mal Ich versuche wirklich hier Empirisch zu belegen Dass es keine Palästinenser gibt Und ich kann es beweisen Und deswegen warte ich auf Leute Die das vehement behaupten Und ich will einfach hören Wenn du sagst Es ist anmaßend zu sagen Es gibt keine Palästinenser Dann möchte ich wissen Wo gab es in der Geschichte In dieser Region Je ein Volk Das sich in einer politischen Entität Zusammengetan hat Und behauptet hat Sie seien Palästinenser Nenne mir einen Einen Chronisten Nenne mir einen Beweis Aus Ausgrabungen Von archäologischen Ausgrabungen Nenne mir Überlieferungen Zeig mir eine Landkarte Auf dem es ein Palästiner gegeben hat Oder zeig mir einfach Irgendeinen Beweis Dass sich zu irgendeiner Zeit In der Geschichte Dort ein Volk befunden hat Das sich Palästinenser genannt hat Und du wirst es nicht finden Ich fordere dich heraus Und du kannst das jetzt aufzeichnen Mit deinem zweiten Handy Wenn du hast Auch Film Und dann kannst du mir zeigen Ob ich Dann kannst du der ganzen Welt sagen Der hat gelogen Ich beweise dir Dass es keine Palästinenser gibt Also von der Sicht Das von früher Bin ich ihrer Meinung Ja Jetzt nicht mehr Das Osmanische Reich War damals sehr groß Brauche ich Ihnen nicht sagen 1917 war das glaube ich Hat das Osmanische Reich Den Arabern Wie Sie es sagen Das Land übergeben 1919 Ja Also ich habe es gelesen 1917 Aber es ist egal Darüber Weil will ich mich mit Ihnen nicht streiten Es ist ja wurscht Auf jeden Fall Nicht keine Rolle Genau Und es gibt Definitiv Menschen Die beweisen können Dass ab da an Es Palästinenser gegeben hat Oder die sich zumindest so genannt haben Weil es vor Ja Definitiv Soher Entschuldigung Entschuldigung Ich bin immer ein Freund von Beweisen Okay Lass mich Ich habe ihn zwar schon zitiert Aber bitte lass mich das nochmal zitieren Soher Morsen Ist ein palästinensischer Ein sogenannter palästinensischer Politiker gewesen Und er war von 1971 bis 1979 PLO Kommandant Okay Und er hat in einer Er hat 1977 in einer niederländischen Zeitung folgendes gesagt Okay Folgendes Und du kannst ihn nachschlagen Hier ist auch sein Name Soher Morsen Mach ein Screenshot Und schau dir das an Und Soher Morsen Sagt Ein palästinensisches Volk existiert nicht Die Schaffung eines Palästinenser Staates ist nur ein Mittel um unseren Kampf gegen den Staat Israel zugunsten unserer arabischen Einheit fortzusetzen In Wirklichkeit gibt es heute keinen Unterschied zwischen Jordaniern, Palästinensern, Syrern und Libanesen Nur aus politischen und taktischen Gründen sprechen wir heute über die Existenz eines palästinensischen Volkes Weil arabische nationale Interessen verlangen, dass wir die Existenz eines bestehenden palästinensischen Volkes setzen, um dem Zionismus entgegenzutreten Und das ist der Zeitungsausschnitt, in dem er das gesagt hat Okay, dann folgendes Dann folgendes Ein weiterer Beweis, dass es keinen palästinensischen Staat gibt Das hier ist die jordanische Flagge Ja Und das hier ist die palästinensische Flagge Jetzt schau mal, wenn ich hin und her gehe Bok 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 So Was war Palästina vor der Staatsgründung Israel? Jordanien Wer hielt bis 1967 Jerusalem unter Kontrolle? Die Jordanier Wundert es sich nicht, dass alles vor 1948 vor der Staatsgründung Israels Transjordanien hieß? Yasser Arafat hat bis 1967 das Wort Palästinenser nicht in den Mund genommen Obwohl er schon in den 50er Jahren in dem sogenannten Widerstand war Er hat immer von einer arabischen Sache gesprochen und nicht von einer palästinensischen Sache Dann hat Yasser Arafat Dann hat die UN oder die UN 1974 das erste Mal das Wort Palästinenser in den Mund genommen Und von da ab hat das in den internationalen linken Kreisen ihre Runde gemacht Und das ist nun mal Fakt Es gibt keine Palästinenser Nicht mal ihre Flagge ist etwas Besonderes In Ramallah gibt es ein palästinensisches Museum Und es ist leer Weil sie nichts haben Sie haben keine Artefakte zur palästinensischen Geschichte Keine Ausgrabung, keine Münzen Die schreiben palästinensisches Volk So wie deutsche Marke Es gibt kein palästinensische Marke Weil es keine Palästinenser gibt Diese Menschen die dort leben sind entweder Transjordanier, Syrer oder Ägypter Und das waren sie immer Die Ägypter haben bis 1948 den Gaza kontrolliert Warum haben die Araber damals nicht gegen die Ägypter rebelliert und gesagt Gib uns unser Land zurück Weil sie sie als ihre arabischen Brüder betrachtet haben Und kein Problem hatten Weil das Fake-Staat Palästina existierte nur unter den Briten Die Briten haben dieses Mandatsgebiet Palästina deshalb so genannt Weil sie das Wort Palästina von den Römern übernommen haben Aber wie hieß damals dieses Land In dem die Juden gelebt haben Und die Araber, die erst im 12. Jahrhundert in diese Region gekommen sind Judäa, Land der Juden Und in diesem Land der Juden haben die Juden tatsächlich gelebt 3700 Jahre lässt sich Geschichte des jüdischen Volkes dort zurückverfolgen Aber es lässt sich nicht einen Tag, nicht mal eine Minute, nicht einen Meter Man hat Ausgrabungen gemacht in den besetzten Gebieten Man hat nicht eine Münze gefunden Nicht einen Hinweis darauf, dass es so etwas wie ein palästinensisches Volk gibt Deswegen sage ich, die Palästinenser sind ein erfundenes Volk Sie sind Araber Dass die Israelis daherkommen, das hat ja niemand bestritten Also zumindest meine Person Das sage ich auch nicht Ich will dir nur damit sagen, dass du aufhören musst, ein Volk zu verteidigen, das es nicht gibt Es gibt keine Palästinenser, die sich kulturell, traditionell, sprachlich von den anderen Völkern in dieser Region unterscheiden Die sind Araber, sie haben die gleiche Kultur, die gleichen Essgewohnheiten, die gleiche Folklore, die gleichen Tradition Sogar ihre Flagge ist die gleiche wie die mit Jordanien Nur dass Jordanien einen kleinweißen, siebenzackigen Stern in dem roten Dreieck haben Und das zeigt, es ist ein erfundenes Volk Und ich sitze hier, weil ich weiß, dass die Juden mehr eine Existenzberechtigung auf dieses Land haben Als die sogenannten Palästinenser, die erst im 12. Jahrhundert wahrscheinlich über das Mittelmeer in diese Region gekommen sind Und das gehört gesagt Und es ist keine Hetze und auch nicht anmaßend Das ist Geschichte, das ist Fakten, das sind Daten, die jeder nachlesen kann, wenn er sich nur die Mühe macht Und deswegen stehe ich hier für Israel ein Und nicht nur dieses Fake-Land, das solche Terroristen hier am Fließband produziert Und 77% der Gazianer haben die Hamas gewählt 2021 So, also Also was mir gerade aufgefallen ist Sie haben ja vorhin gesagt, dass sie viel Hetze kriegen Und dass sie das nicht dulden Und das ist ja auch richtig Das ist ja voll wichtig Ich habe gerade gelesen, in der Zeit, wo Sie mit mir gesprochen haben Dass ich permanent von Ihren Leuten angegriffen werde Ja, das tut mir leid, ich habe Autorität gegeben zu meinen Moderatoren, dass sie das unter Kontrolle halten Ich bin immer dafür, dass man sich austauscht, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist Ich will möglichst das Niveau so hoch halten, wie es nur geht Aber ich habe leider meine Moderatoren und ich muss meinen Moderatoren vertrauen Weil ich muss mich auf das Gespräch konzentrieren Ja, also Ja, was ich Ihnen noch sagen wollte Ja, also es tut mir leid, was Ihnen da passiert ist Mir ist nicht passiert Oder dass Sie so eine Meinung haben Ich finde halt, jeder Mensch Also Menschen sind alles Menschen auf dieser Erde Ja, das ist definitiv klar Sie sind auch nur Menschen Antisemiten sind auch nur Menschen Stalin war nur ein Mensch Aber zur Hölle mit ihm Wenn ich Stalin gesehen hätte, hätte ich ihm die Hose runtergezogen und seinen Schnippel abgeschnitten So ein Bösewicht war er Natürlich sind wir alle Menschen Diese Erkenntnis ist nicht etwas Besonderes Aber deswegen sage ich nicht, alle Nazis sind doch auch nur Menschen Sie sind Menschenfeinde Die Menschheit muss man nicht anerkennen Wir wissen, dass du ein Mensch bist, dass ich ein Mensch bin Ja, aber wenn wir so sind Wie Sie das gerade gesagt haben Oder wenn die Menschen alle so sind Wie Sie Ihre Meinung vertreten Dann sind wir genau wie die Menschen Die Sie gerade verurteilt haben Warum? Was ist an meiner Meinung denn Drastisch, falsch Empörend Gewalttätig Oder extremistisch Wenn ich die historische Beweise auf den Tisch lege Dass es keine Palästinenser gibt Warum sollte ich mit Scheuklappen durchs Leben laufen? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht Und habe herausgefunden, die Palästinenser existieren nicht Ja, das habe ich gar nicht gesagt Sie legen die Worte Aber auf was beziehst du es dann? Na einfach, dass die Das Generalmandat Einfach sagen, dass jeder Moslem Dumm ist Das habe ich nicht gesagt Ich habe gesagt, 70% der Jürer sind Analphabeten Terrorist ist Das sage ich auch nicht Ich habe gerade sogar vor einer halben Stunde Zu Emilia, einer Frau gesagt Zu sagen Nicht alle Muslime sind Terroristen Schützt uns nicht vor denen Die es sind Und zu sagen, der Islam ist eine Religion des Friedens Macht den Islam nicht friedlicher Nur das habe ich gesagt Aber ich würde mir nicht anmaßen Zu sagen, alle Türken, alle Araber Alle Syrer, alle Iraker Alle Libanesen sind primitiv Warum sollte ich das sagen? Ich würde jede Argumentation verlieren In einem Battle, wenn ich so etwas sage Deswegen darf ich mir keine Pauschalisierung erlauben Ich sage nur, ich mache bestimmte Beobachtungen Dass bestimmte spezifische Migrantengruppen Anfälliger für bestimmte Straftaten Oder Verhaltensweisen sind als andere Oder willst du mir sagen, dass wir Dass das Verhalten Zwischen Vietnamnesen Oder eingewanderten Tschechen Und Araber und Türken Das gleiche ist? Nein Eben Wir sehen kulturelle Merkmale Wenn wir von Fußball-Hooligans sprechen Wenn wir wissen, das ist ein Fußballspiel Und dann gibt es wieder Krawall in der Innenstadt Was kommt dir da sofort in den Kopf? Deutsche Hooligans Weil wir kaum andere Hooligans kennen Ja, es gibt Muster Wenn man einmal Hooligans sieht, die Deutsche sind Dann sagt man gut, einmal Dann sieht man sie zweimal, dreimal, viermal Dann sieht man sie über einen langen Zeitraum Dann kann man ein Muster erstellen Dann kann man sagen, ja Im Grunde genommen, die Hooligans Die immer durch die Straßen ziehen Und sich dann mit der Polizei keilen Sind Deutsche Und so kann man sich auch ein Muster machen Bezüglich anderer Migrantengruppen Zum Beispiel, dass es 20.000 Messerattacken In Deutschland im letzten Jahr gegeben hat Und dass ein überwiegender Teil Dieser Messerattacken Von Menschen aus spezifischen Gruppen Kulturkreisen verübt wurde Die alle einer spezifisch Gleichen Religion angehörig sind Und dieses Problem muss besprochen werden Ich habe es auch vorhin erwähnt Wir haben 700 Gruppenvergewaltigungen Im letzten Jahr gehabt Und drei Tätergruppen Sind besonders hervorgestochen Und das war Syrer, Iraker und Afghanen Und darüber müssen wir reden Denn Gruppenvergewaltigung Ist ein Phänomen, das Deutschland nicht gekannt hat So, und da bin ich kein Rassist Da bin ich auch nicht jemand, der pauschalisiert Oder Kulturgruppen oder Nationen Brutal über den Tisch zieht Ich sage, was die Statistik sagt Und wenn du mir nicht glaubst Dann geh auf die Seite des Bundeskriminalamtes Und lese dir die Studie von 2021 durch Kriminalität im Kontext der Zuwanderung Und dann wirst du sehen, wie viele Horrorstraftaten Bestimmte Migrantengruppen begehen Fünfmal die Straftaten innerhalb der afghanischen Community Das ist fünfmal hoch im Durchschnitt Zur Gesamtbevölkerung der Afghanen Gut, dann habe ich noch eine Frage Also Sie sagen ja, es gibt keine Palästinenser Und der Staat Israel ist natürlich Habe ich vorhin schon erwähnt Total anerkannt Bin ich auch Ihrer Meinung Ja, ist überhaupt kein Thema Aber jetzt die Gegenfrage Worum lassen Sie dann die Araber Sogenannten Palästinenser Nicht einfach raus aus dem Gaza-Streifen Lassen Sie sie doch nicht gehen Wohin? Ja, keine Ahnung, aber sie dürfen ja nicht weg Doch, sie dürfen doch Also erstmal gibt es eine direkte Straße Zwischen dem Gaza und Israel Israel hat ungefähr 20.000 Arbeitserlaubnis Für Gazianer ausgestellt Die jeden Tag dahin pendeln und arbeiten Die Leute können gehen Die Leute können Die haben ihre eigenen Flughäfen Die können auswandern Die können gehen Die können das Land verlassen Israel hindert sie nicht, das Land zu verlassen Israel kontrolliert die Außengrenzen Tief widerlegen, das ist nicht so Also mein bester Freund ist Palästinenser Ein total gemäßigter Überhaupt nicht Die gibt es auch Die haben, dass er irgendwie gegen Israel oder gegen das Judentum ist oder irgendwas Er hat mir das selbst erzählt Er musste flüchten, wo es nicht anders geht Das ist ein 45 Kilometer langer Streifen Das größte Gefängnis der Welt Das ist schon falsch zu sagen, dass das ein Freiluftgefängnis ist Es ist kein Freiluftgefängnis Die Hamas hat 1987 diese Region übernommen 2005 Sie haben bis 2005 Ein Terroranschlag nach dem anderen verübt Die meisten Attacken Gegen israelische Zivilisten kamen aus dem Gaza Eben durch diese Arbeitserlaubnis Wurden viele Israelis ermordet 2005 gab es ein Friedensangebot Das die Gazianer auch akzeptiert haben Die Hamas hat dieses Friedensangebot akzeptiert 7.000 jüdische Siedler wurden aus Gaza entlassen Millionen von Geldern fließen durch die UNRWO Die Palästinenser haben als einzige sogenannte palästinensische Flüchtlingsgruppe ihre eigene Abteilung bei der UNO die sich UNRWO nennt UNRWO Und die 7.000 jüdischen Siedler wurden abgezogen Und die Hamas hat die komplette Kontrolle über diese Siedlung übernommen Und von da ab fingen die Terroranschläge gegenüber Israel in noch häufigeren Abständen an als noch zuvor Das Problem, was du hier nicht siehst, ist Jedes Mal Wenn Oder jedes Mal Wenn ein Friedensangebot von Israel kam Jedes Mal, wenn die Araber Die sogenannten Fake-Palästinenser Im Dialog treten wollten Mit den Israelis Hat es ein Friedensgespräch gegeben Es gab mehrere Oslo, Camp David, Annapolis Konferenz Und so weiter und so fort Wir haben immer Die Hand ausgereicht Ausgestreckt und haben gesagt Gut, dann unterhalten wir uns über eine Zwei-Staaten-Lösung Übrigens, die erste Zwei-Staaten-Lösung war 1947 Als das britische Die britische Mandatsregierung gesagt hat Gut, wir unterteilen dieses Land In eine palästinensische Also in eine arabische Nation Und eine israelische Nation Und die Araber haben wir abgelegt Ich bin schon seit ein paar Stunden dabei Wie gesagt, das sehe ich Jeder Mensch hat seine eigene Meinung Das sehe ich nicht Wie gesagt, ich kenne das bisschen anders Dass Israelis spucken auf Palästinenser Dass Messer an die Seite gelegt werden Und dann wird einfach draufgeschossen Und dann hieß es ja Da wollte er mich umbringen Ich habe selber für das deutsche Konsulat gearbeitet Als Personenschützer 2008 war ich in Afghanistan Auch ein Muslime hat mir eine Panzerfaust ins Gesicht gehalten Also wie gesagt Ich bin kein Fake-Muslime Was da von ihren Leuten gesagt wird Oder irgendwas Ich müsste in einem Gespräch herausfinden Ob du tatsächlich irgendetwas über deine Religion weißt Ob du ein Praktizierender bist und so weiter und so fort Da habe ich keine Meinung zu Jedenfalls ist es so Alles was den israelischen Volk widerfahren ist Im Holocaust Und mit den ganzen Diese ganzen schlimmen Dinge Worüber man Noch tausend Jahre spricht Weil das ist das einzige Was dieser schlimme Mensch geschaffen hat Nicht tausend Jahre reich Tausend Jahre Hass Das ist das Was meine persönliche Meinung dazu ist Ich finde aber Worum hat Israel daraus nichts gelernt Worum machen die dasselbe mit den Palästinensern Warum machen die dasselbe mit den Palästinensern Erst einmal haben die Juden Fünfmal in ihrer Geschichte Friedensangebote gemacht Die auf die Teilung des Landes In einem palästinensischen und einen jüdischen Staat hinausgeht Die Araber haben das abgelehnt Sie haben 1967 Israel mit mehreren Armeen Mit zehn Armeen angegriffen Und wollten die Israel auslöschen Und die Israelis haben gewonnen Die Israelis waren nie das Problem in der Geschichte In der Staatsgründung Israels Es waren die Araber Die in ihrem Hass auf Juden Einfach die Waffe nicht niederlegen können Die Hamas sagt in ihrer Charta Also in ihrem Programm Sagt die Hamas im ersten Abschnitt Wir werden gegen Israel kämpfen Bis wir Israel ausgelöscht haben Das ist nicht Nationalismus Das ist nicht Land für Frieden Die Hamas hat eine islamische Vision Auf diesen Krieg Und sie will diese Leute auslöschen Weil sie Juden sind Und wenn du die Judenfeindlichkeit im Islam Kennen würdest Dann wärst du heute kein Muslim Eines der Gründe warum ich den Islam 2017 verlassen habe Ist diese angestaute Judenhass im Koran In der Hadith Literatur Und auch in den In der In der Biografie des Propheten Mohammed Und das ist die Tatsache Du folgst einem Buch Das überhaupt erst diese Konflikte möglich gemacht hat Juden fasst seit 1400 Jahre Warum hat der Prophet Mohammed innerhalb von 23 Jahren Alle jüdischen Stämme auf der arabischen Halbinsel Umgebracht Ausgelöscht Dekonvertiert Oder vertrieben Ja Hast du dir mal darüber nachgedacht Dass Medina zum Beispiel Die Prophetenstadt Die sogenannte Prophetenstadt Dass Medina eigentlich eine jüdische Stadt war Und warum gibt es heute keine Juden mehr in Medina Hast du dir mal angeschaut Wie die Zahlen langsam schrumpfen in der islamischen Welt Marokko hatte über 200.000 Juden Jetzt leben nur noch 14.000 Juden dort Im Irak leben nur noch 10 Juden Und Irak hat eine große jüdische Gemeinschaft Überall da wo der Realo-Islam Oder zumindest Anzeichen vom Islam existieren Flüchten Juden und Christen Und die christlich-jüdischen Gemeinschaften schrinken Ja Oder schrumpfen Weil der Islam ihnen feindlich gesinnt ist Und der Koran ist voll mit judenfeindlichen Mit judenfeindlicher Rhetorik Die Sunna ist voll mit judenfeindlicher Rhetorik Der Prophet hat gesagt Es wird von Abu Huraira überliefert Grüßt die Juden nicht zuerst Zwingt sie euch zuerst grüßen Und wenn ihr ihnen auf der Straße begegnet Dann drängt sie ab Sodass sie an der engsten Stelle der Straße An euch vorbeilaufen müssen Ist das Judenfreundlichkeit nach dir? Nein Das ist es Und der Koran Zude 5, Vers 60 sagt Dass die Juden zu Affen und Schweine mutiert sind Und wenn du die islamischen Juristen liest Die die Tafseer machen Die den Koran Erläuterung geben Dann siehst du, dass sie sagen Ja, sie sind nicht metaphorisch Zu Affen und Schweine gemacht worden Sondern Gott hat sie wirklich in Affen und Schweine verwandelt Das heißt, der Koran enthumanisiert hier Juden und Christen Ganz besonders Juden Indem er sie zu verächtlichen Affen macht Zude 5, Vers 66 und Zude 5, Vers 60 Zu Affen und Schweine macht Was ist das für ein Buch, das Menschen enthumanisiert? Stell dir mal vor, es gäbe da draußen ein Buch Das sagen würde, wir haben die Muslime zu Affen und Schweine mutiert Wie würde dir das gefallen? Das ist die Realität deiner Religion Und die hat mich anerkannt Und deswegen habe ich den Islam verlassen Okay, ist Ihre Meinung Was ist mit dem Das ist meine Meinung Es ist der Koran Vers, Sude 5, Vers 60, mein Lieber Es ist nicht meine Meinung Ich gebe hier nicht die Meinung wieder Ich gebe den Koran Vers, Sude 5, Vers 60 wieder Was ist mit dem Was ist mit dem israelischen Präsidenten Was ist mit dem Benjamin Netanyahu Der noch Ich stehe hier nicht Ich bin kein Anwalt der israelischen Regierung Ich spreche nur über die Existenz des jüdischen Staates Ich habe nichts mit dem Daniel zu machen Sie haben vorhin mehrfach Oder in dem Gespräch jetzt schon Und davor die zwei Stunden, die ich das verfolge Gesagt, dass sie mehrfach Also die Israelis haben mehrfach Die zwei Staatenlösung Also Angesprochen und vorangetrieben Das sehe ich nicht so Weil ein Benjamin Netanyahu War noch nie interessiert An einer Zwei-Staaten-Lösung Sonst würde er sein Siedler-Programm Nicht so vorantreiben Ja, ich kenne diesen Mann Ich verstehe das Olmert, Yasser Arafat Die beiden haben sich getroffen So, wann fing die erste an? 1947 war der erste Plan Ja, der Teilungsplan der UNO Dann ging es weiter Oslo-Abkommen Da ging es auch wieder ein Gespräch mit der PLO Über die Teilung von Israel In einem palästinens-jüdischen Staat Camp David 2000 Wieder ein Versuch mit Ehud Barak Über eine Teilung in einem palästinensischen Und einem israelischen Staat zu sprechen Dann geht es weiter 2005 haben die Juden 7000 israelische Siedler aus dem Gaza entfernt Damit die Hamas den Laden da übernehmen kann 2007 wieder Annapolis-Konferenz Dann 2020 So, so ging es weiter Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Genau, 6 Versuche 6 Versuche Um einen jüdisch-arabischen Staat In dieser Region zu schaffen Das war alles Was ist das für eine Quelle aus dem Internet? Wo holen Sie das her? Entschuldigung Du kannst das von der UNO dir abrufen Soll ich dir jetzt die Quelle Soll ich dir den Link zeigen zu der UNO? Das Basic-Wissen darüber Das Basis-Wissen darüber Es ist so unbestreitbar Das sind keine Erfindungen Also geh doch einfach auf die Seite der UNO Und dann schau dir bitte den Israel-Palästina-Konflikt an Geh auf die Seite der UNRWO Das ist nämlich eine Zweigorganisation der UNO Die sich nur mit dem Palästinenser beschäftigt Und da kannst du sehen Dass es diese sechs Friedensgespräche gegeben hat Seit von 1947 bis 2020 So, das ist keine Erfindung von mir Es ist einfachste Daten, die man abrufen kann Ja Okay, dann Danke für die Unterhaltung Ich verabschiede mich Sie waren höflich Ihre Mitstreiter nicht Aber da können Sie ja nichts dafür Tut mir leid Wir versuchen Die Zuschauer dazu zu bewegen Höflicher zu sein Ich wünsche mir einen höflicheren Umgang Weil ich weiß, dass durch solche Dinge Durch solche Konflikte Werden dann auch die Chats Also völlig auseinandergenommen Tut mir wirklich leid Also von meiner Seite aus Ich entschuldige mich Weil ich möchte mit Leuten da draußen reden Auch mit denen, die mit mir nicht einverstanden sind Und das geht nicht durch Beschimpfen Das ist richtig Also ich wünsche dir noch einen schönen Abend Danke Recht herzlichen Dank, dass du da warst Vielen Dank Tschüss Ciao Hola, Senor Okay, lassen wir mal gucken Geht hier Gut Vielen Dank Immer wenn ich die Hand so hebe Bedanke ich mich für ein Herz Für eine große Oh mein Gott Ich bin dran Nein Ja, wenn du hoch genommen werden möchtest Und du klickst auf die Anfrage Dann nehme ich dich hoch So wo ist das Problem, Jacqueline Wollt ihr hoch oder wollt ihr Kindergarten spielen? Zwei erwachsene Menschen Gut, ihr wollt Kindergarten spielen Alles klar Wieder zwei Menschen, die die Pubertät nicht verlassen haben Kein Problem Kinder halt Ja, unreife Menschen Geht nicht in die Erwachsenenwelt Wenn ihr euch nicht wie Erwachsene benehmt Nächster bitte Mal gucken So, ich sehe immer eine Ummi Sie möchte irgendwas erklären Du musst deine Hand hochheben Und dann kannst du hoch Und dann kannst du mir erklären Wie das gemeint ist Mit den Juden und Affen und Schweinen Denn ich glaube, darauf hast du dich bezogen Also Ummi Du musst dich melden Und dann kann ich dich hochnehmen Ganz einfach Na Jacqueline, vergess mal Dich kann man nicht ernst nehmen So, dann hole ich mal den Bernd hoch Ich danke für die vielen Likes Danke Leute Wir sind auf 119 hochgekommen Recht herzlichen Dank Vielen herzlichen Dank Dass ihr das macht Und ich bedanke mich auch an der Stelle Auch für diese Spenden Und an diese Herzen Und weiß der Geer, was das alles ist Ich muss mich erst noch daran gewöhnen Und ja Recht herzlichen Dank Bernd, bitteschön Ja, guten Abend Ich hoffe, ihr versteht mich Ja, wir verstehen dich Ja, schön Also als erstes Mal Chapeau Für deinen Vortrag Danke Man hört solche Hamas Israel-Geschichten Im Internet jetzt ja Zu Hauf Nur ich habe noch nie jemanden erlebt Der also wirklich über so fundiertes Wissen Verfügt hat Also von 1947 an ab Und so weiter und so fort Dafür erstmal mein Chapeau Vielen Dank Bernd Mit so ein paar Sachen Gehe ich da nicht ganz so konform Ich lebe ja nun schon mein ganzes Leben hier Und ich sage mal Eine muslimische Community gab es schon in meiner Jugend Und ein Muslim ist ein Moslem Und ich habe in meiner Kindheit in einer Region gewohnt Da war sehr viel Bergbau Und im Bergbau waren halt auch Früher waren es halt Es waren Türken Also Muslime, die du hier in Deutschland kanntest Das waren Türken Ja Nur der Umgang Der Menschen miteinander Und ich sage mal Der Koran hat sich ja in den letzten 40 Jahren nicht geändert Oder in den letzten 50 Jahren Der Umgang der Menschen miteinander War ein vollkommen anderer Diesen ganzen Hass Den es da jetzt gibt Den gab es früher einfach nicht Es war ein respektvolles Miteinander der Menschen Ja, okay Und was mich daran so erschreckt Ist, wie gut Propaganda so funktioniert Okay Ich habe mir jetzt ja auch einige von den Gesprächen angehört Gut, jetzt mal die paar Die, wo man einfach nur drüber weghören muss Da möchte ich mal gar nicht drauf eingehen Aber wenn du dir dann anhörst Ich meine, du hast jetzt In der Zeit, in der ich gucke So schätzungsweise 20 bis 30 Mal erläutert Was ist mit Palästina los Und Palästina Also es gibt kein palästinensisches Volk Ja Ich bin Christ Daher weiß ich auch Ja, der Staat war früher Judäa Und dann haben die Römer das erste Mal da gewütet Das war, glaube ich, damals der Tempel Salomon Wenn ich mich da nicht so komplett vertue Ja, ein bisschen ist es ein bisschen anders Aber gut, okay Wir können damit leben Ist kein Problem Ja, und den haben die Römer dann platt gemacht Und ja, Judäa war ja praktisch das gelobte Land Wo Moses seine Jungs damals hingeführt hat Und ja, nur wenn du hier in Deutschland Also ich bin auch fest davon ausgegangen Es gibt Palästinenser Ja Weil wenn du hier so die Berichterstattung und so weiter und so fort Dann wird immer ja die Palästinenser, die Palästinenser, die Palästinenser Ja, und jetzt sagst du mir Nö, die gibt es gar nicht Gibt es nicht Und belegst das mit Fakten Ja So Nur dieser, dieser, dieser ganze Konflikt Ich meine, es ist schön für keine Seite Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die Jungs Die jetzt im Augenblick da im Gazastreifen rumhüten Dass die sich da besonders wohlfühlen Ich kann mich auch nicht vorstellen, dass die Jungs, die in Israel Jede Nacht Angst haben müssen, dass sie nie einen einer eine Granate auf den Kopf schmacken Da muss ich mal ganz kurz unterbrechen, Bernd Entschuldigung Wir haben hier jemanden, der heißt Janis 71 Nein, gibt es keinen Palästinenser Früher waren die Philister Die Philister sind ein Volk, die im 12. Jahrhundert Wahrscheinlich übers Mittelmeer in dieses Gebiet gekommen ist Man merkt ein Kulturschiff Also ein Wechsel in der Kultur Die Philister sind nicht die heutigen Araber, die sich immer gerne sagen Philistin Das leitet sich nicht von dem Wort Philister ab Die Philister sind eine völlig andere Volksgruppe Wahrscheinlich von Malta gekommen Wahrscheinlich vom Mittelmeer Also Italien, Spanien, Raum, Malta Und sind dann faktisch übers Mittelmeer gekommen Man hat Untersuchungen gemacht Man hat festgestellt, dass auf der Insel Malta Die Leute den gleichen genetischen Code besitzen Oder einen identischen oder ähnlichen genetischen Code besitzen Wie die Palästinenser Es gibt einen großen Beweis dafür, dass die Palästinenser eben nicht wie die Juden Seit 2.000, 3.000 Jahren dort gelebt haben Sondern dass sie tatsächlich erst im 12. Jahrhundert gekommen sind Mit diesem Zug der sogenannten Philister Also nicht verwechseln Philister heißt nicht Philistin, also nicht Palästiner Und es gibt weder Palästinenser heute noch Palästinenser vor 800 Jahren Oder vor 1.500 Jahren Sollte ich nur noch mal so als Korrektur anfügen Entschuldigung Bernd, bitteschön Ja, nicht für Ja, nur was Also diese Wie gesagt, diese ganze Propaganda Und ich denke mir auch, dass das Problem Dass jetzt auch hier in Deutschland Jugendliche auf die Straße gehen Ich denke mir, der Konflikt Israel, Araber Das ist eigentlich so ein vorgeschobener Aufhänger Den man benutzen kann, um zu eskalieren Ich denke mir, die Probleme liegen da ganz woanders Ich kann mir nicht vorstellen Dass all die Leute, die da heute draußen rumrandalieren Dass die wirklich alle so antisemitisch sind Ich meine, die leben hier in Deutschland Hier in Deutschland gibt es keinen Konflikt Hier in Deutschland gibt es keine Araber Die sagen, wir wollen jetzt den Juden eine Synagoge wegnehmen Es gibt keine Juden, die sagen, wir übernehmen jetzt irgendeine Moschee Dieser Konflikt ist nicht hier Dieser Konflikt ist tausende von Kilometern weit weg So sieht es aus Wir haben viele gefährliche Menschen in unser Land bekommen Wir haben bemerkt, dass es ein Problem gibt Der Fokus schreibt zum ersten Mal Dass der Antisemitismus nicht islamistisch ist Sondern dass er aus dem Islam kommt Und wir haben eine starke anti-jüdische Rhetorik Im Koran und in der sekundaren Literatur Nämlich der Hadith-Literatur Und wir stellen jetzt fest, dass die Muslime nur das ausleben Dass die Muslime nur das ausleben Was sie durch ihre religiöse Erziehung gelernt haben Nämlich Juden zu hassen Ich selber nenne mich Ex-Muslim Weil ich ein praktizierender Muslim war Und ich sage dir das ganz deutlich Ich war ein waschechter Antisemit Ich habe Juden gehasst Ich habe Israel gehasst Ich war der Veranstalter der Berliner Kurzdemonstrationen Die islamische Geschichte reicht 1700 Jahre zurück Die islamische Geschichte in Deutschland reicht nicht mal ganze 60 oder 70 Jahre zurück Und dann hatten wir mal vielleicht zwischen dem Kaiserreich und dem Osmanischen Reich Mal eine Zeit lang militärische Freundschaft geschlossen Aber ansonsten gibt es keine nennenswerte Beziehung Wir haben aber eine sehr alte Beziehung Dass erstmalig werden Juden 1700 Jahre In den Chroniken erwähnt Die auf deutschem Siedlungsgebiet Jaja, deswegen sage ich ja Juden gehören zu uns, aber nicht Islam Das Judentum gehört zu Deutschland, richtig? Richtig So, auch vor 50 Jahren haben die zu Deutschland gehört Und auch vor 50 Jahren gab es ganz viele Gastarbeiter Sehr viele aus der Türkei, sehr viele Muslime Nur es gab diesen Konflikt nicht Es gab es nicht, weil sehr konservative Menschen gekommen sind Der Säkularismus war sehr stark in der arabischen Welt Wenn du dir mal anschaust Die Menschen vor der islamischen Renaissance der 80er Jahre gelebt haben Dann achte einfach mal darauf Schau dir einfach mal das Leben in der arabischen Welt vor 1979 an Die meisten Staaten waren säkular Die Menschen haben säkular gelebt Der Islam war nicht dominant Die meisten arabischen Staaten waren eher sozialistisch orientiert Ägypten Die Baas-Partei war eine kommunistische Partei Die syrische Baas-Partei war eine kommunistische Partei In Jordanien hat ein säkularer König geherrscht Der keine Interesse am Islam hatte Und so ging das Ägypten Super säkular Der Nasser hat sich in den 50er, 60er Jahren lustig gemacht Über Kleriker, die ihn aufgefordert haben Den Frauen das Kopftuch anzusehen Und er hat in einer Parlamentsansprache im Fernsehen gesagt Da kommt so ein trotteliger Gelehrter und sagt mir Ich soll den Frauen in Ägypten sagen Sie sollen sich bedecken, während seine Tochter in der USA ohne Kopftuch studiert Das war die Zeit Und deswegen waren die Menschen, die nach Deutschland gekommen sind Sehr säkular Sie waren vielleicht kulturelle Muslime Oder traditionelle Muslime Aber sie waren nicht eng mit der islamischen Schrift verflochten Das fing alles an mit der sogenannten islamischen Renaissance in den 80er Jahren 1979, 80 die islamische Revolution Und die hat eine große Welle in die islamische Welt geschickt Und von da ab entwickelten sich überall islamische Bewegungen Von Algerien bis Indonesien Von Indonesien bis Ägypten Und dann sind die Muslimbrüder gekommen Dann ist die islamische Revolution Rumänische Schergen sind gekommen In der Türkei ist die Milligürde in den 80er Jahren aufgetreten Und so verwandelte sich langsam die islamische Welt In ein islamisches Shithole Und so ist das alles entstanden Ja gut, aber ich sag mal Da haben unsere ersten Einwanderer auch kein Interesse an der Religion gehabt Aber jetzt gibt es eine Renaissance Ein Wiedererwachen des islamischen Denkens In der Auswanderer-Community Und deswegen haben wir die Probleme, die wir heute haben Ja, ich denke, einen guten Teil der Probleme Wenn ich dann so lese Bei dir da oben Hamas, Al-Qaida Das sind ja Organisationen, die entstanden sind Al-Qaida zum Beispiel Die Russen waren in Afghanistan Die Amis wollten die da raus haben Also haben die Amerikaner Al-Qaida unterstützt Haben die mit Waffen beliefert und so weiter Und jetzt haben sie ein Riesenproblem Das ist kein Problem Trotzdem ist die Al-Qaida Trotzdem ist Al-Qaida ein Selbstläufer geworden Irgendwann haben die Amerikaner die Al-Qaida nicht mehr unterstützt Dann sind die Golfstaaten gekommen Dann ist Saudi-Arabien gekommen Und hat die Al-Qaida weiter finanziert Das ist ein Selbstläufer geworden Genauso wie die ganzen Jihadisten Die Saudis können die Al-Qaida nur finanzieren Weil die Amis ihnen das Öl abkaufen Selbstverständlich Aber was ich dir damit sagen will Ist das immer der Vorwurf Die Amerikaner haben die Al-Qaida erfunden Nein, sie haben eine Gegenbewegung aufgebaut Und sie haben den Geist aus der Flasche gelassen Oder beziehungsweise die Büchse der Pandora geöffnet Das war das Einzige, was die Amerikaner falsch waren Sie haben nicht geahnt, dass es so viel Islamisches Dass die islamische Bombe platzen wird Sie dachten, okay, die kriegen ihre Unterstützung Bekämpfen dann in Afghanistan Den sozialistischen Präsidenten Najibullah Und entthronen ihn Und stürzen damit die kommunistische Einfluss Der Sowjetunion auf Afghanistan Aber sie haben nicht damit gerechnet Dass sie nicht nur Najibullah umbringen Sondern dass sie auch gleichzeitig Das Hekmetjah, der erste Guerillaführer In Afghanistan kommt Und dann eine islamische Republik aus Afghanistan macht Afghanistan war auch Die Frauen waren auch kurze Röcke getragen War modern, Männer und Frauen haben sich getroffen Es gab diese Probleme gar nicht Dieser Steinzeit-Islam hat das eigentlich alles umgedreht Das ist die Realität Es ist nicht so, dass Al-Qaida ist eine westliche Erfindung Nein, Al-Qaida wurde durch die USA kreiert Aber der Selbstläufer wurde sie später von ganz alleine Und dann haben sie das super ernst genommen Auch ohne die Hilfe der Amerikaner Ja, ja gut, ich glaube nicht, dass die Amerikaner Ja, ja gut Ja, ja gut Ja, ja gut